Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Verstehst du? Der Herr weiß ja, dass wir Sünder sind, von morgens bis abends sündigen. Aber das ist eigentlich ein Freifahrtschein. Nein, nein, nein. Da verstehst du die Liebe Gottes nicht. Das ist kein Freifahrtschein. Meinst du, Gott ist ein Idiot und weiß nicht, wie du auf einmal zu ihm kommst und dann auf einmal so lebst, wie du willst? Das geht ja nicht. Das hat Schwachsinn. Meinst du, Gott lässt das zu? Aber das kann sich ja später mit der Zeit entwickeln, dass ich irgendwann nach ein paar Jahren wieder ein anderer Mensch bin, wieder in schlechte Kreise verfalle zum Beispiel. Nein, du wirst den Heiligen Geist empfangen. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 14, 16, dass er den Heiligen Geist senden wird und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheiten leiten. Du bist quasi versiegelt mit dem Stempel Gottes und bist auf dem Weg zum ewigen Leben. Am besten, du liest das Neue Testament und suchst Gemeinschaft mit Jesus Christus, mein Lieber. Weil bald geht es los. Ich werde das lesen, aber neutral, weil es mich persönlich interessiert. Das ist doch schon mal gut. Ich freue mich für dich, dass du wenigstens nicht so arrogant daherkommst, sondern sagst, ich gucke mir das Ganze mal an. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Zum Beispiel, du hast den Koran neben dir liegen und du kennst dich auch gut mit Islam und so aus. Weißt du, wie die einzige Errettung im Islam möglich ist, um Vergebung seiner Schuld zu bekommen, also die Sicherheit, die Allah dir gibt? Reue. Nein. Du musst dein Leben lassen im Dschihad. Also du musst dein Leben geben und das Leben anderer nehmen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Soll ich dir vorlesen? Ja, aber guck mal, aus welchem Buch liest du jetzt explizit vor? Aus Koran. Okay, zeig mir das mal bitte. Okay. Aber kann sein, dass es auch in einem anderen Kontext gemeint ist, wie es auch der Fall ist? Du kannst jeden Gelehrten fragen. Der sichere Weg, um in Allahs Himmelreich zu kommen, ist dein Leben zu lassen und andere Leben zu nehmen. Und das ist die Garantie, weil dann gehst du mit Allah den Vertrag ein. Und als ich diesen Vers gelesen habe, wusste ich, dass das der Teufel höchstpersönlich ist. Hör mal zu. Aber was für Leben sollte man denn nehmen? Von anderen. Du sollst dein Leben lassen und von anderen im Kampf, im Dschihad. Okay, kannst du noch mal vorlesen? Okay. Surah 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg, fissa bilillah. Und sie töten, TikTok sportlich, sie werden getötet, siehst du. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit, in der Tora und dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah, so freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt. Denn das ist der großartige Erfolg. Also Allah will, dass du dein Leben für ihn gibst im Kampf, fissa bilillah. Und dass du dich quasi eliminierst und andere, TikTok sportlich. Ja, aber das war ja zur Kriegszeit und die wurden ja zu der Zeit angegriffen, vertrieben. Und ja, kann sein, dass das komplett anders gemeint ist. Nein, nein. Das ist der einzige Weg, um sicher in Allahs Himmelreich zu kommen, zu diesem Hudelein. Wer will denn schon dahin? Was ist das Hudelein? 72 Jungfrauen, immer hier regierten Palmen, P.I.N.J.S. und so. Also ich gucke mir... Ja, wirst du, du machst dir Gedanken. So was kann man ja nicht akzeptieren. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also ich sage dir ehrlich, wenn das wirklich so die Interpretation auch stimmt, was ich aber gar nicht glaube, das kann irgendwie nicht sein. Also ich muss mir mal die Meinungen von anderen angucken dazu auch. Du kannst dir gerne das Ganze durchlesen. Surah 9, Vers 111. Okay. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit auch mal. Eines Tages wirst du deine Augen schließen und du kommst nicht mehr zurück. Dann ist es eine Reise ohne Rückkehr. Sei klug, sei schlau und entscheide dich für Jesus Christus, der dich liebt und sein Leben gegeben hat. Aber guck mal, ich sage dir ehrlich, ich glaube du persönlich bist dir auch nicht zu 100% sicher mit deiner Religion. Ich habe keine Religion und ich bin eine Million Prozent sicher. Wenn ich jetzt nach Widersprüchen in der Bibel, nach Widersprüchen im Christentum, nach... Wenn ich mal nachhaken würde und die jetzt mal auch alles so der Reihe nach vorwerfen könnte, du würdest selber sehen, es gibt 100% bei euch auch... Aber ich zeige dir gar nicht, ich zeige dir noch nicht mal einen Widerspruch. Ich habe noch nicht mal angefangen mit Widersprüchen. Ich zeige dir nur, wie man im Islam sicher gerettet wird, verstehst du? Indem du fieser wie Lilla kämpfen gehst. Wenn ein wahrhaftiger Scherch dir sagt, ja, das stimmt, was der Amir sagt, dann ist er authentisch. Verstehst du? Ein echter Scherch würde sagen, ja, das, was der Amir da sagt, ist wirklich so, weil Allah das von dir, deine Seele erkauft. Und du wirst dann kämpfen, getötet werden und töten. Tick doch, Sportli. Kannst du mal schauen wegen 26, 12 Matthäus, weil... Matthäus 26, 12? Ja, 26, 12 Matthäus. Da steht was drinne mit Jesus und seiner Hand, was er damit gemacht hat. Matthäus 26, 12. Was für eine Frau war das? Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Leiböl auf meinem Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Ja, was ist denn damit? Wer ist diese Frau, über die da geredet wird? Das muss dann Maria Magdalena, glaube ich, sein. Oder das ist die Hure, oder was? Eine Sünderin, die zum Herrn kam und Öl auf seinen Hauptguss und ihn dadurch... Warte mal, ich gucke mal selber gerade. Also hatte er was mit einer Haar gehabt? Nein, um Gottes Willen, Mann. Hör auf, sowas überhaupt. Der Herr Jesus Christus ist sündlos. Ja, aber da wird doch gesagt, mit Öl über den Körper. Ja, heißt das jetzt, dass er jetzt mit ihr was macht, oder was? Das ist ja Wahnsinn, was ihr behauptet, Mann. Der Herr Jesus Christus ist bärm von sowas. Gucken wir doch mal, wie das sein wird. Wenn man jemanden, wenn damals, zu der alten Zeit in Israel, hat man ja die... Hat man als Priester und alles so teures Öl gehabt, und man hat die Menschen dann damit geseilt, mit diesem Öl. Verstehst du? Das hat ja nichts damit zu tun, dass das SEXOL wäre. Verstehst du? Man hat das so als Geschenk dargebracht, was man hatte. Und diese Frau hatte, glaube ich, nur dieses Öl. Das hat sie teuer erkauft. Und das hat sie dem Herrn Jesus Christus dann so gegebenmäßig. Guck mal hier. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer Alabasternflasche voll kostbarem Salböl. Siehst du? Voll kostbarem Salböl. Das ist sehr, sehr kostbares Öl gewesen, das man nicht einfach so jemanden gibt, sondern das bringt man jemanden da, dem man ein richtig großes Geschenk machen möchte. Und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Siehst du? Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Also warum seid ihr so zu dieser Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ihr letztes, teuerstes Öl für mich gegeben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich habt ihr nicht alle Zeit. Siehst du? Was für ein, wie der Kontext dieser Geschichte ist, da merkst du auf einmal, dass das überhaupt nichts mit essexuellen Sachen zu tun hat. Das ist dein fleischlicher Gedanke. Damit, dass sie dieses Salböl auf meinem Leib goss, hat sie sich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Siehst du? Diese Frau hatte ja gar nichts, außer dieses teure Öl. Und das hat sie dem Herrn Jesus Christus dargebracht. So sieht das aus. Nicht essexuelle Fantasien oder irgendwas, was du da sagst. Aber denkst du, Gott hätte sowas mit einer H gemacht? Nein. Warum denkst du so von Herrn Jesus Christus? Ist ja nicht laut Zure 19, Vers 19 sündlos. Auch in der Bibel ist er sündlos. Was bedeutet sündlos? Sündlos bedeutet keine Sünden, gemacht, keine Sünden. Genau, er kennt keine Sünde. Er hat nur nie gelogen, er kennt gar nichts. Also bei ihm gibt es kein Böses, nichts. Er kennt das Böse ja nicht. Nein, aber kann nicht. Kann nicht. Okay, kann sein, dass alles einfach nicht stimmt. Du stirbst, alles wird schwarz bei dir. Nee, bei mir wird überhaupt nicht schwarz. Die einen werden bereit gemacht fürs Gewicht und die anderen werden bereit gemacht für die Hölle. Deine ganze Botschaft, die du verbreitet hast, du denkst dir, Digger, verschwändeste Zeit. Nein, nein, nein. Ich vertraue dem Herrn Jesus Christus voll und ganz und ich bitte dich, dass du dir auch Zeit nimmst für den Herrn. Dass du deine Seele nicht wegwirst, die schwellende Busen hättest. Nein, du darfst deine Seele nicht wegwerfen für Allahs Himmel reichen. Ja, aber guck mal, das so, so, schon hart schießt gegen Islam ist auch nicht so korrekt von dir. Ja, was hältst du denn von einer Religion, die uns alle unterdrücken will? Ja, siehst du, das will niemand. Warum akzeptiert man so eine Religion dann hier in Deutschland? Warum? Weil es auch friedlichen Islam... Du kennst so viele Muslime, die normal drauf sind, die keinen Streit suchen, die auch niemanden von ihrer Religion überzeugen wollen oder so. Die einfach friedlich ihren Glauben leben. Und das ist doch oft in Deutschland der Fall auch. Man muss ja nicht immer vom Radikalen ausgehen. Das hat nichts damit zu tun. Die Muslime befinden sich in der Minderheit. Hast du schon mal gesehen, wenn die Muslime die Mehrheit bilden in den islamischen Ländern, wie das dann abgeht? Hier sind sie ja noch in der Minderheit. Sind sie hier die Mehrheit? Nein. Ist dir das nicht aufgefallen, ein Islam, wo die Muslime dominieren, die Mehrheit bilden? Und ein Islam, wo die hier in der Minderheit sind, in Europa, wo die immer von Frieden und Toleranz sprechen? Merkst du? Wenn man das so neutral betrachtet... Ja, Digga. Siehst du, also haben wir ein Riesenproblem hier mit dem Islam. Verstehst du jetzt? Ja, aber da sind doch meistens einfach so radikale Leute und die legen immer alles extrem aus. Nein. Das sind treue Muslime, die Allahs Wort ernst nehmen. Du bist ein Muslim, der Allahs Wort nicht ernst nimmt, nicht alles ernst nimmt. Du lebst einfach dein Leben. Dein Name ist nur muslimisch. Mach mal. Da musst du doch zugeben, Mach mal, und sagen, ja, du hast recht, Armin. Ich bin eigentlich so ein Namensmuslim. Nein, ich will keinen Namensmuslim. Sag doch die Wahrheit. Sag sie, ja, ich hänge ein Shisha-Bas ab, ich lebe mein Leben und hab eigentlich mit dieser Religion gar nichts zu tun. Du musst doch ehrlich sein. Stimmt aber nicht. Ich bitte dich, komm, hör auf damit. Stimmt ja nicht. Ja, doch, das seh ich doch, Mann. Was siehst du denn? Ja, ich kann das doch abschätzen, wie du bist. Woher willst du das wissen, okay, du? 100 Prozent, du bist doch nicht jemand, der, du bist doch nicht jemand, der fünfmal am Tag betet, dies, das und jenes macht. Hör auf damit. Sei doch ehrlich, sei doch ehrlich zu dir selber. Ja, ich bete nicht fünfmal am Tag. Ja, also, dann bist du ein Kerfer. Dann bist du ein Ungläubiger. Mohammed sagt, das, was uns und die Ungläubigen unterscheidet, ist das Gebet. Wer es aufgibt, ist einer von ihnen. Du bist ein Ungläubiger in den Augen Mohammeds. Und man muss mit dir eine Nackentherapie machen. Warum bleibst du nicht jetzt die ganze Zeit? So viele Leute im Internet haben schon über dich geredet. Nackentherapie für Omar. Der sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber der muss Nackentherapie bekommen. Was ist denn Nackentherapie? Ja, das ist Nackentherapie. Was ist das denn? Hier, einmal so. Das ist Nackentherapie. Ich nenne das immer Nackentherapie. Ich kann das hier nicht äußern, sonst werde ich gesperrt. Du musst aufpassen, was ich sage. Aber warum sollte ich sowas kriegen? Ja, weil du ein Ungläubiger bist. Ich bin kein Ungläubiger. Ja doch, du hast das Gebet unterlassen und das macht dich zu einem Kerfer. Nein, stimmt nicht. Weißt du, was Mohammed gesagt hat in Sahih Muslim, Buch 5, Hadis 3, 2, 1, dass er am liebsten die Muslime, die es wagen, am Juma-Gebet nicht teilzunehmen, sie in ihren Häusern zu ver... Ja. Artig, du weißt schon. Stimmt nicht. Das ist so falsch überliefert. Ja komm, dann schreite das auf, wenn ich lüge, kommentiert zum Islam. Sahih Muslim, Buch 5, Hadis 3, 2, 1. Du würdest konvertieren, wenn man dir die richtige Summe auf den Tisch legt und dir hoch und heilig verspricht, das bleibt unter euch. Dann würdest du es machen. Dann denkst du, ich tausche Gold gegen Schrott ein, oder was? Der Herr Jesus Christus ist das Schönste, was es gibt auf der Welt, Mann. Was wünsche ich denn mit Religion, wenn ich den lebendigen Gott gefunden habe? Ich habe eigentlich immer früher deine Videos angeguckt und mich totgelacht. Aber das ist so drei, vier Jahre her. Ja, aber die sind nicht schlecht. Da hast du so viele Informationen, Spaß, Spiel und Spannung. So wie bei Kindern. Spaß, Spiel und Spannung. Ja, ja, das war aber sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Warum mach dir Gedanken um deine Ewigkeit? Häng nicht da irgendwo ab und verpack deine Ewigkeit. Auf einmal bist du morgen tot und dann kommst du nicht mehr zurück, Mann. Ja, ich glaube ja nicht an das, was du glaubst. Ja, ist ja nicht schlimm, aber du kannst doch unvoreingenommen, hast du doch eben gesagt, die Evangelien lesen. Einfach mal Jesus kennenlernen. Die Muslime, die hart eingesottenen Muslime, schreiben mir, dass ich bitte raus soll, weil ich sie plamiere. Nee, die haben, die wollen nur nicht, dass du Jesus Christus kennenlernst, also die wollen nicht abhalten. Ich weiß, was deine Botschaft ist. Ich hab dir gesagt, alles klar, aber ich kenne mich halt wirklich nicht so gut aus. Wenn du, ich glaube, wenn du mit jemandem debattieren würdest, der Ahnung hat, dann würde es irgendwie zu keiner Lösung kommen, einfach. Ja, es würde immer zu einer Lösung kommen, denn der Jesus Christus bleibt die einzige Wahrheit. Nein, du wirst das glauben, der andere wird seine Sache glauben und danach... Ja, aber die Bibel kam doch vorher als der Koran. Das ist nicht schon Unsinn, was der Islam da fabriziert gegenüber der Bibel. Das ist doch Quatsch. Kannst du nicht an eine Schrift glauben, die 600 Jahre später kam? Du hast so viele Hater, du, gell? Das spielt keine Rolle, das ist auch richtig so. Der Herr Jesus Christus sagte, wie ihr euch, wenn die Menschen euch lieben. Aber sei ehrlich, ich schwöre, greifen dich manchmal auch Leute an oder gucken komisch oder so. Nein, alle lieben mich. Aus welcher Stadt bist du denn? Aus, äh, Dings, aus, wie heißt der? Ich wohne neben Montana Black, kennst du Montana Black? Wie heißt nochmal seine Stadt, du, gell? Hamburger oder so. Nein, Mann, Buxte Rude, Buxte, Buxte Rude. Buxte Rude. Mann, ich habe nur mehr im Gesicht, kein Nur mehr. Ich habe viel Nur in meinem Gesicht, guck. Du hast kein Nur mehr im Gesicht. Viel, viel Nur, guck mal. Ich bin nur am Strahlen, nur. Aber chillst du noch manchmal in Shisha, Bass oder so? Nein, nein. Was soll ich da, diese komischen Etablissements? Ja. Preisst du in deiner Freizeit Jesu mit deinen Freunden und mit deiner Gemeinschaft? Hier mit meinen Geschwistern mache ich das ja, mit meinem Bruder und allen. Das ist gar kein Problem, das ist auch gut so. Waren deine Eltern Muslime? Ja, sie nennen man auch Muslime. Kannst du in den Iran gehen und deine Meinung auch so sagen, wie du es hier sagst? Ja, allein an diesem Beispiel sehen wir doch, wie tolerant der Islam ist. Hier kannst du alles sagen, was du willst, sobald du in den islamischen Land gehst und das versuchst du sagst. Ja, bist du ein Kopfkürzeit, TikTok-sportlich. Okay, Leute, warum sollte ich mich schämen, mit ihm zu reden? Ich hatte voll die entspannte Unterhaltung mit ihnen gehabt. Ja, die hassen mich da alle bei dir, das ist das Problem. Ich weiß, die würden... Das ist so, die sind alle so. Die haben keine Liebe in sich, nichts. Die können auch gar nicht hören, dass ich hier so Sachen, denen zeige, wo sie schlucken müssen, weißt du? Die setzen sich nicht kritisch mit dem Islam auseinander, sondern akzeptieren einfach blind alles. Das ist das Problem. Hast du noch eine Frage, Omar? Nein, alles gut. Wir sehen uns. Okay, dann gehen wir zu dir. Danke dir. Gott segne dich. Halte am Herrn Jesus fest. Lies die Bibel. Der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Der Brie ist auf Hai. Ja. Ja, abends geht es hier nochmal richtig ab, oder was? Der Hauptaccount ist jetzt frei und guck mal direkt. Ja. Ihr Lieben. So muss das sein. Ich hoffe, euch geht es gut, ihr Lieben, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge der Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, ihr Wundervollen, ihr Wundervollen, ihr Wundervollen, ihr. Lässt du dich hier trefft, dass ich dich hier trefft, dass ich dich hier treffe. Und er meinte, du bist der Grund, warum ich den Herrn Jesus Christus angenommen habe und seitdem er ihm folge und so. Und das war so krass. Ja, serbisch-orthodox, ein Orthodoxer, der dann zum Glauben an den Herrn kam, er und sein Bruder. Und das war einfach nur eine wunderschöne Begegnung mit ihm. Er war, als hätte der wirklich den Geist gesehen. Ich so, du musst mich nicht erhöhen oder sowas. Er meinte, nein, aber du weißt nicht, ich hatte übelste Depressionen und hatte schon so Selbstmordgedanken und so. Und dann habe ich in YouTube geguckt und dann kamen auf einmal deine Videos und du hast mir so viel Kraft gegeben, dass du da so stehst und den Herrn verkündigst und sowas. Das ist unfassbar. Wisst ihr, was ich für Gänsehaut bekommen habe? Ich so, krass. Das ist unglaublich, wie der Herr diese Videos benutzt, um die Menschen so zu sich zu ziehen. Hammer. Das war wirklich phänomenal. Falls ihr das hört, Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, der predigt eigentlich sehr, sehr gut. Nur hat er einem eine Sache gesagt, wo ich sehr, sehr widersprachlos war, als er gesagt hat, wir müssen Trump wählen. Wenn ihr nicht Trump wählt, dann ist Amerika verloren und so. Also einen weltlichen Schrott. Als wären wir jetzt so hier irgendwelche Leute, die da so Bürger im Diesseits sind. Nein, wir sind Himmelsbürger. Wir haben nichts zu tun mit dieser Welt. Versteht ihr? Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Danke. Ja, und als ich das dann gehört habe, war ich dann so ein bisschen distanzierter von ihm. Also er predigt ganz schön gut. Aber als er das dann mit Trump da erwähnt hat, war für mich Feierabend. Also habe ich gesagt, nein, nein, besser nicht. Dann doch lieber weglassen. Danke, ihr Lieben. Dankeschön, Dankeschön. Dankes Besteuern in Jesus alle. Hilfah. Was ist deine Meinung zur Hochzeit im Irak? Ja, das sind keine Unfälle. Das sind Muslime, die die Kirchen langsam anzünden. Komischerweise sehen wir, dass eine Kirche nach der anderen auf einmal am Brennen ist. Zufälligerweise. Dankeschön, danke, ihr Lieben. Gehen wir mit Ebi Kale live. Ja, hol dir mal ja. Oder was hältst du von Alan, dem Bibelprediger? Soll jeder machen, wie er meint. Ich empfehle hier erstmal keinen. Danke, danke, wundervoll. Danke, ihr gesegnet. Guck, was in Pakistan abgeht. Ja, ich habe ja eben, habe ich ihm gesagt, er hat es ja verstanden, als ich ihm gesagt habe, wir sehen einen Islam, wo die Muslime die dominierende Partei im Land ist. Und dann sehen wir einen Islam, wo die Muslime in der Minderheit sind. Und dann kann sich ja jeder wohl denken, was abgehen wird, wenn der Islam in der Mehrheit ist, wenn die Muslime in der Mehrheit sind. Kannst du dich an den Tag erinnern, an dem du deinen Glauben geändert hast, beziehungsweise welches Ereignis? Dankeschön, Mustang. Ja, also ich bin auf die Knie gegangen und habe ein Gebet zum Herrn Jesus Christus gesprochen und habe den Herrn angenommen, als mein Herrn und Heiland. Ich habe meine Schuld vor ihm bereut. Und diesen Tag werde ich auch niemals vergessen. Das war der heftigste Tag meines Lebens. Ich habe sowas in meinem Leben noch niemals gespürt, als ich den Herrn angenommen habe, aber auf die Knie gegangen bin und meine Schuld vor ihm bereut habe und ihm jetzt nachfolge. Das kann ich nur jedem von euch empfehlen, welche Bibel du übersetzt. Überzeuge mich vom Christentum. Allein das Leben von Jesus Christus sollte sich überzeugen. Nicht ich kann dich überzeugen, sondern allein der Herr Jesus Christus kann dich überzeugen. So wie er sagt in Johannes 14. Guck mal hier, ich lese dir mal vor. Oder Lukas 6, 27, kann ich dir auch vorlesen. Guck mal hier, wie wundervoll der Herr Jesus ist. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete ihm auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie in gleicher Weise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Halleluja! Wie wundervoll ist der Herr Jesus Christus! Sag mir, wer spricht sowas? Und dann sehen wir auf der anderen Seite, wie Mohammed nach und nach seine Feinde ausschaltet, die nur etwas gegen ihn sagen. Das kannst du in Sahih Bukhari 3032 nachlesen. Guck mal, ich mach das mal. Pass mal auf. Schau mal an, was der Mohammed da macht. Sahih Bukhari 3032 Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, Wer ist bereit, Kapi bin Aschaf zu eliminieren? Mohammed bin Maslama antwortete, Möchtest du, dass ich ihn eliminiere? Der Prophet sagte, ja. Mohammed bin Maslama sagte, Dann erlaube mir, ihm etwas zu sagen, was mir gefällt. Der Prophet sagte, das tue das. Und dann steht hier weiter, das tue ich. Das heißt, ich erlaube es dir. Mohammed erlaubt einfach seinem Sahabi, Lügen zu erzählen, um das Vertrauen von diesem Kapi bin Aschaf zu generieren oder zu gewinnen, um ihn dann hinterher zu, du weißt schon, Nackentherapie zu verpassen. Und so heißt es in Saad Kitab Al-Tabagat Al-Kubra. Warte, lese ich dir auch vor, die ganze Geschichte. Einen Moment. Position ungenau. Suche Satelliten. Er hat ihm Leute eiskalt massakrieren lassen, weil sie etwas Kritik an ihn geäußert haben. Zu Recht. Er hat ja die Leute überfallen, ausgeraubt und die Leute haben das halt kritisiert und Mohammed hat sofort seine Leute geschickt. Danke, Mann. Danke, ihr Lieben. Dankeschön. Kreuz Ritter. Hermonu von Abu Afag. Warte, das ist das Heftigste. Warte, Kapi bin Aschaf ist mit die krankeste Geschichte überhaupt. Einfach Mohammed. Sag, geh mal und lüg mal den Typen an, damit du seinen Schädel da, Nackentherapie mit ihm machst. Pass mal auf. Das ist so krank. Die ganze islamische Geschichte ist so heftig. Und dann sagen die mir, der islamische Staat hat nichts mit Islam zu tun. Das ist unglaublich. Hier. Ich will das aus der Biografie von Mohammed haben. Position ungenau. Suche Satelliten. Hier, das ist aus dem Ausschnitt aus dem Buch Das Leben von Mohammed auf der Seite 368 und 369. Kap Malik sagte, Von ihnen blieb Kap dort liegend zurück. Nach seinem Sturz wurden Al-Nadir gestürzt. Mit dem Schwert in der Hand hauen wir ihn nieder. Auf Mohammeds Befehl, als er nachts heimlich sandte, Kaps Bruder soll zu Kap gehen. Er betörte ihn und brachte ihn mit List zu Fall. Mahmud war vertrauenswürdig und mutig. Hassan, geboren Therbit, erwähnt die Ermordung von Kap und TikTok sportlich. Und Salim bin Abul Huqayr sagte, Was für eine tolle Band du getroffen hast. Oh, Ibn al-Haruk, nee, Huqayr. Und du auch, Ibn al-Ashraf. Nachts mit ihren Schwertern unterwegs, mutig wie Löwen in ihrem Dschungel versteckt, bis sie zu dir in dein Viertel kamen und ließen dich mit ihren tödlichen Schwertern TikTok sportlich den Tod schmecken. Sie streben nach dem Sieg für die Religion ihres Propheten. Sie brachten ihr Leben und ihren Reichtum als nichts. Und weiter heißt es, Wir hoben ihn, Kap, der TikTok sportlich getötet worden war, hoch und trugen ihn am Ende der Nacht zum Gesandten Gottes. Er stand im Gebet, also begrüßten wir ihn und er kam uns entgegen. Wir sagten ihm, dass er Feind Gottes getötet worden sei, TikTok sportlich. Er spuckte auf die Wunde unseres Gefährten und wir kehrten zu unseren Familien zurück. Am nächsten Morgen waren die Juden in großer Angst wegen unseres Angriffs auf den Feind Gottes und es gab keinen einzigen Juden dort, der nicht um sein Leben fürchtete. Du bist ein Anhänger von Schätan. Ich bin ein Aufklärer. Du bist ein Anhänger von Schätan, richtig, ja. Al-Tabari, Band 7, Seite 97. Und weiter heißt es hier, guck mal. Hier, der Grund für seine Hinrichtung, Kap, Ibn Asha, war, dass er ein Dichter war. Warum hat Mohammed ihn einfach umgenietet? Danke, Onijis. Dass er ein Dichter war und den Propheten möge Allah ihn segnen und seinen Gefährten persifliert und die Politeisten gegen sie aufhetzt und sie beleidigt. Dann schnitten sie ihm den ab und nahmen ihn mit. Als sie Baki al-Qad erreichten, sagten sie, Takbir, Allah ist groß. Der Apostel Allah möge Allah ihn segnen, verbrachte die Nacht und sprach Gebete. Als er ihren Takbir, Allah ist groß, hörte, rezitierte er auch Takbir, Allah ist groß. Er wusste, dass sie ihn hingerichtet hatten, TikTok-sportlich. Als sie den Apostel Allahs erreichten, möge Allah ihn segnen. Er sagte, deine Gesichter haben Glück. Sie sagten, deins auch, O Apostel Allahs. Sie warfen seinen Schädel vor ihn. Er, der Prophet, lobte Allah, als er umgelegt wurde. Mohammed lobt also die Leute, die Karpel bin Aschaf umgenietet haben und dann haben die seinen Schädel zu Mohammed geworfen. Der war sehr begeistert darüber. Wo finden wir das? Das ist Mohammed und seine Clique. Das ist Mohammed und seine Sahaba. Allah ist wahrhaftig klein, genau. Lüge, du viel Lüge. Du auch viel Lüge. Der Vater von Sucuk. Warum du so machen, Kollege? Warum du die Lüge? Hier, guck mal, Kreuz, bitte. Danke, danke. Gute Lüge. Gute Lüge. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Nee, das ist schon krass, was hier abgeht, ne? Ja. Das Problem ist immer die gleichen Argumentationen. Bruder, ich bin Christ, so wie du. Wir kennen uns. Du guckst mich. Ach so, okay. Ja, dann, ich versuch mal, ein Muslim hier hochzuholen. Wenn du Christ bist, dann kommst du. Du kommst ruhig. Bis später. Gottes Segen. Ciao. Sie auch, ciao. Wahnsinn, wir sind schon bei 200.000, ihr Lieben. Wenn Dr. Schäfer, wo Amir, einmal online kommt, ist schon auf 200.000. Keiner hält mit uns mit. Gottes Segen, Amir. Du bist auch Christ. Ja, ich wollte dir was sagen. Zum einen hast du das mitbekommen, da scheint die Entrückung schon irgendwie loszugehen. Es gibt Videos oder Videoclips bei TikTok, wo du siehst, wie zum Beispiel ein Schulbus in Amerika mit lauter Kindern, plötzlich alle Kinder verschwinden, der Busfahrer fast einen Verbaute und dann, als er sich umdreht, sind die alle weg und dann dreht er auch durch, ruft Polizei und alles richtig heftig und das kann man irgendwie nicht fälschen. Das sieht so echt aus, das ist der Wahnsinn. Nein, du darfst auf sowas nicht reinfallen, mein Lieber, die Entrückung, wir sind ja noch hier, hallo, ich, mein Bruder, wir alle, Geschwister sind ja noch hier, wir werden auch an der Entrückung, wir werden auch an der Entrückung, wir werden auch an der Entrückung, es könnte ja sein, dass das nach und nach, also nicht an der Entrückung. Nein, mein Lieber, halt da, wenn Jesus Christus fest, du wirst auch entrückt werden, halt an seinem heiligen Namen fest. Gott segne dich, mein Lieber. Ja, Amir, noch eine Sache. Oh, jetzt hab ich ihn auch noch. Sorry, ich hol dich gleich wieder rein. Ich will auch entrückt werden. Ich möchte nicht hierbleiben mit Satan und seinen Dämonen. Handel. Jetzt ist er raus wieder. Opposition ungenau. Suche Satelliten. Rechts leiten. Hi. Eine Frage an dich und an alle deine lieben Leute hier. Eine Frage. Das beschäftigt mich sehr lange. Wenn ihr so gläubig, wieso kümmert ihr euch nicht um die Bibel? Weißt du, wir werden alle Christen, wenn ihr euch um eigenes Bibel kümmert und um eigenes Bibel erst mal eure Bibel studiert und dann ganze Welt kommt zu euch. Aber ihr seid hier Mohammed das, Mohammed dies. Ja, aber der Jesus Christus warnt uns doch von Mohammed. Der Jesus Christus warnt uns doch von falschen Propheten. Ja, okay. Lass mich mit der Ausredung. Du hast die Chance, nach mal zu reden. Du hast doch gerade was gefragt und dann habe ich dir geantwortet, warum wir uns damit beschäftigen. Der Jesus Christus sagt, bütet euch von den falschen Propheten. Sie kommen in Schlafskleidung zu euch, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werde ich sie erkennen. Okay, das weiß ich, dass Jesus, der Herr, der Sohn der Heilige Mutter Maria euch gewarnt hat. Das weiß ich. Aber warum hast du nur diese Verse gelesen und nicht anders? Außerdem, er hat euch gewarnt, aber er hat nicht gesagt, dass ihr deren Koran studiert und eure eigene Bibel irgendwo auf dem Tisch liegen lassen. und sogar, es gibt so viele Häuser in Deutschland, Tausende, die haben nicht mal die Bibel zu Hause. Bist du verwirrt oder machst du das gerade extra? Nein, nein, wieso verwirrt? Ich meine ernst, ihr studiert unseren Koran so viel und ich bin sicher, dass ihr irgendwann Muslime wird. Du auch wärst Muslime, wenn du so bei der Al-Bukhari studierst und alle studierst du sie. Also wirklich. Wir werden bald alle Muslime, mein Lieber. Ja, doch. Das ganze Zeit von Dr. Shira, wo haben wir jetzt alle werden wir bald Muslime. Und dann freuen wir uns auf unsere Frau mit schwellenden, hier, Eutern. Genau, genau. Wenn du sie von Al-Bukhari immer erzählst, die werden alle Muslime, das glaube ich. Und wahrscheinlich, dass es kommt. Nein, wir möchten herausfinden, was der Mohammed, was für eine Person das war, weil er behauptet, ein Prophet zu sein. Und das müssen wir prüfen. Der Prophet, der beste und die nette und die jüngste Prophet. Was ist das für ein Prophet, der hier Lügen erzählt, mein Lieber? Guck mal, was Mohammed hier für Lügen erzählt. Pass auf. Es ist echt keine Lügen. Okay, dann gucken wir auf die Lügen jetzt. Ihr kritisiert Mohammed vor 1.500 Jahren, Guck mal, warte. Hallo, hallo. Hör auf hier rumzuschreien. Nein. Hör auf hier rumzuschreien und versuch mal einen normalen Dialog zu führen. Ah, Habib. Muss auch möglich sein, einen normalen Dialog zu führen. Guck mal hier, Leute, schreibt euch das mal bitte auf. Sahih Muslim 2643B. 2643B. TC, kannst du das bitte anpinnen? Sahih Muslim 2643B. Du bist doch so ein Schäte und kein Respekt. Ja, wir wollen doch eine normale Konversation führen, aber wenn der die ganze Zeit redet, dann kann ich ihm das ja nicht zeigen. Also versuchte das irgendwie, ja, zu versuchen hier, dass ich das nicht vorlese, aber wir müssen das vorlesen. die Erschaffung eines jeden von euch ist so, dass der Samen 40 Nächte lange im Mutterleib gesammelt wird. Und in dem Hadith, der aufgrund der Autorität von Jarin und Esa übermittelt wurde, die Worte lauten 40 Tage. Mohammed sagt, dass die Spermien im Mutterleib 40 Tage überleben. Das ist eine glatte Lüge, ihr Lieben. Wie lange überleben Spermien? Wie lange überleben Spermien in der Vulva? Außerhalb des Körpers überleben alle Spermien nicht lange im weiblichen Körper. Unter bestem Milieu. Voraussetzung bleiben sie hingegen bis zu fünf Tage. Mohammed ist ein falscher Prophet. Das war's. Nur mit einer Sache. Da gibt es noch eine Million. So. Du kannst nicht entstummen. Kann sein, dass du nicht unterschaden kannst zwischen Romanbuch und Koran. Du liest gerade von Roman. Roman, wo steht das im Koran oder in unseren Büchern? Aber ich habe dir gerade Sahil Muslim gegeben. Ach was? Ach was? Ey, Kumpel, das, was du alles erzählst, die Leute, das ist nicht... Mohammed distanziert sich davon. Und wir glauben ganz sicher, dass Mohammed... Kannst du mal bitte den Hadith aufschlagen und für uns vorlesen? Du bist doch Araber. Ja, ich bin gerade im Auto, nicht zu Hause. Wenn ich zu Hause bin, würde ich gerne machen. Ja, aber was hältst du davon, dass der Mohammed so etwas gesagt hat? Das ist doch Quatsch. Das ist doch wahr. Das hat er nicht gesagt. Ja doch, das steht doch in Sahil Muslim. Sag doch nicht, das hat er nicht gesagt. Aber du sagt es mir. Wo soll ich wissen, dass du das davon liest oder von wann was anders liest? Ich habe dir gerade von Sahil Muslim vorgelesen und dann habe ich dir gesagt, guck mal, was die Wissenschaft sagt. Die sagt eindeutig was ganz anderes, Mann. Ah ja, okay, und Sahil Muslim ist, was wir haben, nicht, dass du hast, das könnte sein, verfälscht werden. Das kann doch nicht wahr sein. Sind wir im Kindergarten oder was, ey? Okay, von Muslim ist das der Hadith, es ist Koran, es ist Verse. Aber das ist doch gleichzeitig mit Koran. Warum heißt das? Was bedeutet Sahil? Sahil Muslim, es gibt Sahil Bukhari. Was bedeutet Sahil? Das ist Name. Das ist Sahil, von dem er bestätigt. Was bedeutet Sahil? Sahil ist die Wahrheit, richtig. Aha, danke schön. Das ist die Wahrheit. Also ist Muhammad ein falscher Prophet. Nein, das ist nicht falscher Prophet. Das ist eine Lüge, was er da sagt, Mann. Sahil ist ein Mensch wie mich und du, wie ich und mir. Sahil ist ein Mensch wie ich und du, das kann doch nicht wahr sein. natürlich ist das ein Mensch wie du und ich, das ist kein Mensch, und Sahil bedeutet korrekt und ist kein Mensch, Mann. Nein, na, glaub mir, das hat das Sahil Muslim und Bukhari niemals gesagt, du liest von Romanbuchen. Du liest den Buch von Roman. Also komm, ich bitte dich. Wallahi, Wallahi. Ich bitte euch alle den Islam, bei der Warte des Propheten. Ich bitte euch alle den Islam, sogar Frau Ferkel, sie soll auch zu uns kommen und Muslime werden, um sich zu ründern. Die Frau Merkel, oder wirklich, ich weiß nicht mehr. Es ist ja auch egal. Ich bitte die Bundesregierung, zu beleidigen. Ich bitte die Bundesregierung, ich bitte die Bundesregierung, ich bitte die Bundesregierung zu beleidigen. Hör auf meine Habiba, Frau Merkel zu beleidigen. Mama Merkel. Ich bitte deiner Mutter, Merkel, Muslime zu werden. Ich liebe Mama Merkel. Und, und, also, 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 als, als, was du gerade sagst, Merkel sagen, sagen wir es nicht. Das ist meine Habiba, wie kannst du meine Habiba beleidigen? Mama Merkel. Ja, ich liebe deine Habiba auch. Ja, siehst du, Mama Merkel hat ganze Tür geöffnet für Syrer, für Irak, für Afghanistan, alle. Ich bitte die deutsche Regierung, alle Muslime zu werden, damit sie die Deutschen retten. Hallo, alle in Islam. Okay, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Mach's gut, mein lieber Gott. Das wird langsam zu Comedy, ja? Ich esse auch, meine Habiba, ja? Das kann doch nicht wahr sein, wir sind hier in Ehrenanstalt schon wieder. Ah, ja. Hallo, Bruder. Danke. Ich bitte den Jesus Christus Namen. Was war ein Spinner? Guck mal, der wollte nicht aufschlagen. Nein, aufzubereitigend. Ich möchte sowas hier nicht hören. Entschuldige dich. Entschuldigung. Okay. Ja, tut mir leid. Sorry. Ja. Bei Dr. Scheer Abu Hamil darf man sowas nicht. Wie bitte? Bei Dr. Scheer Abu Hamil darf man sowas nicht. Okay, tut mir leid. Und Tinder ist recht nicht. Wir sind hier nicht bei Tinder und bei Beleidigung. Ey, wenn die Muslime das machen, dann wird das eine andere Sache. Aber wir segnen und wir lieben die Muslime, egal wie sie sind. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Aber gestern war ich auch beim Livestream gewesen von Flex, Flex, genau. Ich weiß nicht, ob ich auch hier bei TikTok und du hast recht gehabt wegen Koranwissen und so, wo das steht. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, Latina, wenn das wenn das da drin steht, was du sagst und du lügst, dann bist du sehen, also dann bist du halt, genau. Und dann ist aber ein anderer, ich habe gesucht, ich habe gesucht und dann war ein anderer Bruder, der ist dann auch gekommen rein und dann hat er das vorgelesen mit dem Pipi von Mohammed, dem Code und alles, alles hat er gelesen. Pipi und Code von Mohammed, und der ist dann rausgegangen, dieser eine Moslem, der ist dann abgehauen. Der hieß Frieden oder sowas. Der hat gesagt, wow, wo steht das und ich glaube, und der hat dann gesagt, wenn das da drin steht, dann, 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 ihr werdet sehen, wie ihr gleich erniedrigt werdet und so. Und ja, und dann habe ich Jesus Christus gebetet und gesagt, lasst die Wahrheit ans Tageslicht kommen und dass sie das hat. Guck mal hier, ich lese das für die Leute vor, das ist Fatwa. Fatwa Nummer 398 1377, der Urin des Propheten ist unrein, pass mal auf. Also sehr ... Stimmt es, dass die Gefährten des geliebten Propheten sich selbst segneten, indem sie seinen Urin tranken Viele Nicht-Muslime und Ex-Muslime verspotten auf die Religion und den Charakter des geliebten Propheten Mohammed, in dem sie solche Hadithe zitieren, sie, sie zitieren sogar spöttlich einige Muslime, die wünschten, sie könnten sein Urin trinken. Wie zum Beispiel Ist das krank? Das sagt er. Er hat mir angebetet. Es ist ich werde den Urin Guck mal, wie die noch lügen in ihrer... Da sage ich, die ist nicht authentisch, obwohl das von Burali und sowas übermittelt wurde. Ist das ein Haufen von Lügnern? Guck mal hier, warte. Hier, guck mal. Keinem anderen Menschen ist in der Geschichte wurden so viele Segnungen zuteil, wie Allah subhanahu wa ta'ala unserem geliebten Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Wenn die Kuffar auch nur einen winzigen Bruchteil von ihnen kennen würden, würden sie ihre Sturheit aufgeben und den Islam mit ganzem Herzen annehmen. Ja, klar, natürlich. Nehmen wir zum Beispiel den Fall, dass eine Gefährtin des Propheten seinen gesegneten Urin trinkt, nur um dann festzustellen, dass sie nun vollständig von dem Feuer der Hölle geschützt ist. Siehst du? Sie haben seinen Pipi getrunken. Guck mal, Imam Siyuti überliefert einen authentischen Bericht in seinem Buch Al-Khazaz Al-Khubra, Band 2, Seite 253, veröffentlicht von Dar Al-Kutub Al-Arabi. Einige andere Online-Ausgaben enthalten diese Erzählung in Band 2, Seite 441, das ist eine sunnitische Überlieferung. Es ist nicht einfach, sich die Zeit zu nehmen, in der sie sich die Zeit genommen haben, in der sie sich wohlfühlen. Es ist nicht möglich, dass sie bla 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 und Tabarani und Bayhari berichten mit einer authentischen Überlieferungskette von Hukreima, der Tochter von Umayma, von ihrer Mutter Umayma. Die sagte, der Prophet möge Allah in Segen und Frieden gewähren, hatte eine hölzerne Schüssel, in die er urinierte und die man platzierte unter seinem Bett. Eines Nachts suchte er danach, fand sie aber nicht und fragte danach, wo ist die Schüssel? Die Mitglieder des Hauses antworteten, Bara, die Sklavin von Um Salama, hat es getrunken. Bara war mit Um Salama aus Habascha gekommen. Der Prophet antwortete, sicherlich hat sie sich mit einem großen Mauer vor dem Feuer geschützt. Hinweis, diese Überlieferung kann auch in Majmah al-Zawait von Imam al-Haythami und anderen Büchern gefunden werden. Eine detaillierte Analyse der Quellen dieses Hadiths und seiner Authentifizierung durch die Gelehrten unserer Umma finden sie in folgenden Beitrag von Bruder Unabbar Rizwi. Siehst du, es ist also wirklich authentisch überliefert worden. Hier schreibt einer, er liest aus dem Buch, der schon lange verbrannt wurde. Was denn, der Koran oder was? Ja, ich hole mal die nächste hoch, mein Lieber. Ja, Gott segne dich. Ja, okay, Gottes Segen. Okay, danke. Danke, tschüss. Ja, ihr Lieben, habt ihr gesehen? Guck mal hier, Imam Abu Nuam erzählt die Praxis von Anas mit seiner Kette, der sagte, der Gesandte Alas betete das Salah in seinem Haus und ließ es lange dauern. Einmal sah er, wie er in den Brunnen urinierte, der sich im Inneren des Hauses befand. Anas sagte hier, Anas, es gab keinen Brunnen in Medina, der kühler und süßer schmeckte als dieser. Der Mohammed binkelt einfach in den Brunnen, guck mal bitte, und das ist kühl und süß. Er sagte, wenn die Sahaba zu mir nach Hause kommt, serviere ich sie mit diesem süßen Wasser dieses Brunns. In der Zeit der Jihadia war es als Al-Barut, der kühle Brunnen, bekannt. Wie glücklich und gesegnet waren die Gefährten des Propheten, die sich ihren Platz im Himmel sichern konnten, indem sie den gesegneten Urin unseres Propheten tranken. Too much Camry Urin. Der hat so eine Affinität mit Urin. In der Tat, wie es im glorreichen Koran heißt, welche der Gnaden eures Herrn werdet ihr dann leugnen, Surah Ar-Rahman. Unsere Oma stimmt also ohne Zweifel vollkommen mit der Aussage von Said Muhammad Al-Yakoubi überein, der von einigen Jahren in London erklärte, ich wünschte, ich wäre sein Urin, der aus ihm austritt, rein und ein Heilmittel, seht ihr? Die machen aus Muhammad Gott. Allein dieser Ausspruch, Sallallahu alayhi wa sallam, wenn man das richtig übersetzt, bedeutet das nicht Allahs Segen und Frieden sei auf ihn, sondern Allahs Gebete seien auf ihn und sein Frieden. Abschließend überlasse ich Ihnen die Aussage der gelehrten Mystikers und Exegeten Ismail Haqi al-Barusi, der in seiner Koranexegese mit dem Titel Ru' al-Bayan sagt, sein edles Haar stammt aus die Vegetation des Paradieses, sein Speichel stammt vom Honig des Paradieses und sein Urin ist, wie einige unserer Weisen sagen, das Wasser des Paradieses. Seht ihr? Sie machen aus Muhammad Gott. Seine Pipi ist sogar rein, weil er federfrei ist und sündenlos. Unglaublich, einfach krank. Einfach nur heftig. Ich sage, ich grüße, mein Freund. Alles gut? Ja, Nabel. Hier liegst du. Wie geht es? Lernt schon ein bisschen, die Sprache. Ja, ein bisschen lerne ich schon. Wie geht es? Wie geht es, Canem? Alles gut? Ein bisschen hast du es auf jeden Fall. Ja, ein bisschen türkisch müssen wir draufhaben mit 8 Millionen. Wie viele Türken seid ihr in Deutschland? 8 Millionen oder wie viel? Boah, ich glaube schon knapp 10 Millionen jetzt bestimmt. Einfach 10 Millionen Türken. Aber wenn du jetzt so überlegst, guck mal, ich bin jetzt seit dritter Generation hier. Also mein Vaters Vater war schon hier. Damals, ich glaube, 1900, lass mich nicht lühen, 58. Und genau, mein Opa kam ja damals mit der Absicht hier hin, um Geld zu verdienen und nochmal zurück in seine Heimat. Weißt? Ja. Und dann hat es quasi auch mit dieses Land aufgebaut. Weil dritte Generation, ich meine, drei Generationen ist halt schon ein hartes Stück. Also wir sind jetzt schon, also ich fühle mich sozusagen wie ein Deutscher. Ich bin hier geboren. Heimat ist da, wo du dich wohlfühlsbrot bist. Deswegen ist es auf jeden Fall, das ist hier meine Heimat. Mein Vater ging jetzt ein bisschen gut assimiliert worden. Also du hast eigentlich mit deinem... Bitte? Ne, ich habe gesagt, du bist dann assimiliert. Also du hast mit deinen Kulturen... Man redet auch gar nicht mehr so über uns Türken. Wir sind jetzt hier schon so wie eingewachsen, weiß? Also es wird jetzt eher thematisiert über Syrier, Afrikaner, etc. Weißt du, dass mein... Ja, die sind jetzt sozusagen wie so auf dem Visier. Was ich dich jetzt fragen wollte, Bro, guck mal, ich duze jetzt einfach mal. Das ist kein Problem, du brauchst mich überhaupt nicht so sitzen. Ich schätze dich jetzt auch nicht... Ich komme mir direkt alt vor, wenn du mich siehst. Ja, ja. Ich finde, guck mal, jede Religion... Guck mal, ich bin Moslem, Alhamdulillah, ich lebe meine Religion. Ich habe, guck mal, ich bin jetzt kein perfekter Moslem. Ich bin tätowiert, ich habe zwei Ohrringe. Ich bin 28 Jahre alt. Ich kann nicht sagen, dass ich ein guter Moslem bin. Weißt? Ich versuche mein Bestes. Ich glaube stark an den Islam, aber ich bin einfach das, was ich bin. Weißt du, du bist halt hier geboren. Du gehst halt hier mit dieser Zeit. Du gehst mit der Zeit. Du bist hier... Also guck mal, wenn ich jetzt in die Türkei gehe, damals... Da bist du auch dort ein Ungläubiger. Ja, genau. Ich bin, guck mal, ich bin... Lass mich nicht lügen. Ich habe Ohrringe seit... Also beide Ohrringe habe ich jetzt seit ich zwei Jahre alt bin, tatsächlich. Und ich bin mit 14, 15 bin ich bei uns im Dorf gewesen, in die Türkei. Die haben mich angeschaut, als wäre ich gar nicht von diesem Planeten. Ey, was sind das für Ohrringe und so. Bla, 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 etc. Weißt? Also die kamen sich richtig verwirrt vor uns. Die wussten halt gar nicht, was hier abgeht. Deswegen kann ich dir nur sagen, wie gesagt, ich bin halt mit der Zeit hier. Also es ist normal. Wir sind hier geboren. Wir haben halt die Kultur hier, die in Europa ist halt. Und da drüben ist es halt ein bisschen anders da. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, dein Prophet, also dein Vorbild sagt zu dir, wenn ein Kind gestorben ist, das noch nicht das Alter der Sünde erreicht hat oder das es sündigen kann, ist nicht dem Himmel reich. Was würdest du von dem denken? Bro, guck mal, ich bin jetzt, wie ich dir gesagt habe, ich versuche so weit wie möglich meine Gebete zu machen. Ich weiß, da gibt es auch ein paar Versen, die nicht so toll sind, aber ich weiß nicht. Ich wollte einfach nur deine Meinung dazu wissen. Also wenn zum Beispiel das authentisch überliefert wurde und Mohammed sagte, dass ein Kind, das noch nicht das Alter der Sünde erreicht hat oder das sündigen kann, nicht die Chance hat, ins Paradies zu kommen. Da fragt man sich allen Ernstes, ja, wofür bestraft uns denn dann Gott? Weil wir sündigen, richtig? Ja, klar. Ich meine, kein Mensch ist sündenfrei. Also fehlerfrei ist auch kein Mensch. Perfekt ist der, der nicht perfekt sein möchte. Also wenn jemand niemals gesündigt hat, hat er nicht die Berechtigung, ins Zimmerreich zu gehen? Der hat doch die Berechtigung oder nicht? Bruna, du, ehrlich, ich enthalte mich bei sowas. Ich gucke euch, ich enthalte mich bei sowas. Nein, du könntest ja ganz normal darüber sprechen. Das ist doch kein Problem. Ich will dir damit sagen, ich enthalte mich, ich will jetzt nicht sagen, weil ich wollte gerade sagen, ich enthalte mich der Stimme, aber indem ich mich enthalte, bin ich frei gehe. Ich meine, wenn ich was weiß, wenn ich was wissen will, dann sollte ich mich auch dazu äußern, weißt du? Deswegen kann ich dir sagen, ich weiß nicht, guck mal, das ist ein Thema, wo man fest hineingeht. Es war mal einer, ich gehe gleich wieder auf das Thema wieder ein, ich will dir kurz was sagen. Da war mal einer, hat Reportage auf der Straße gehalten und dann hat er Versen aus der Bibel, aus dem Koran. Und was gibt es da noch? Koran, Bibel und ich glaube... Das ist nur Koran und Bibel. Genau, Koran und Bibel. Sagen wir mal, Koran und Bibel hat er angesprochen, aber ich glaube, er hat auf jeden Fall noch eine Drittreligion angesprochen, aber ich weiß nicht mehr. Und hat dann Versen, so hat er so Versen den Leuten vorgelesen und die Leute müssen dann einschätzen, von welchem Buch das kommt. Entweder von der Bibel oder vom Koran. Und dann hieß es bei einem, tötet die Ungläubigen und dann hat er den alten Herren gefragt und dann hat der alte Herr gemeint, definitiv Koran. Und dann hat er gesagt, nee, falsch, in der Bibel. Im Alten Testament stehen ja auch Sachen drin, tötet die Ungläubigen oder so. Ich kenne mich da nicht besser aus. Ja, wenn du auf die Straße gehst und einige Verse aus der Bibel so aus dem Zusammenhang reißt und das den Leuten dann präsentierst, sie wissen ja gar nicht den Hintergrund dieser ganzen Geschichten. Das ist doch Quatsch. Du kannst ja nicht so losgehen. Warum mache ich denn zum Beispiel sowas nicht, wenn ich sage, ja, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, so ticker-sportlich. Das mache ich ja nicht. Ich lese ja zum Beispiel ein Tafsit vor, eine Erklärung zu dem Vers. Ich gehe also wissenschaftlich vor. Ich möchte nicht meine Interpretation da reinhauen, sondern die Interpretation der Muslime, die das von Mohammed gelernt haben. Verstehst du? Wie ist der Vers zu verstehen? Das ist das. Guck mal, diese Leute, die auf die Straße gehen und einfach so Verse aus dem Kontext reißen, die wollen nur damit zeigen, ja, redet nicht über den Islam. Die Bibel hat auch solche Passagen. Aber wir merken die gar nicht, dass man das alles im Kontext betrachtet. Warum hat denn Gott seinen Zorn über diese Völker herabgelassen? Verstehst du? Da muss man Nachforschung anstellen. Aber hier haben wir das Problem, dass Allah durch diese gewaltsame Aktion die gesamte Menschheit unterjochen will unter seinem Gesetz. Und das war niemals die Intention des Gottes der Bibel. Das ist das große Problem. Guck mal, ich als Mensch, ich verabscheue jede Art von Radikalismus, sei es irgendwie gegen den Islam, sei es gegen den Christentum. Ich finde einfach, jeder soll sein Leben leben, wie er es haben möchte. Verstehst du? Nicht, ich habe das Recht, über dein Leben zu urteilen. Nicht, du hast das Recht, über mein Leben zu urteilen. Ob ich tätowiert bin, ob ich zwei Ohrringe habe, ob ich... Ja, aber was machst du denn, wenn eine Glaubensgemeinschaft aufsteht und sagt, wir haben von Gott die Erlaubnis bekommen, über euch zu herrschen. Und wenn ihr nicht mit uns einverstanden seid, dann müsst ihr diese Erde verlassen. Ja, aber im Endeffekt, guck mal, das ist vielleicht irgendwo in Iran oder irgendwo in... Ja, aber das kann doch durchaus hier passieren. Die Leute kennen sich ja aus mit dem Islam. Wie du schön gerade sagst, es kann hier passieren, aber es wird niemals der Fall sein, dass einer von denen irgendwie hier die Macht übernehmen kann. Verstehst du? Meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen hier die Macht übernehmen kann, weil hier wird gleich... Ich meine, das Verfassungsschutz ist so brutal. Die sind da so flexibel unterwegs. Die machen ihren Job auch eigentlich nicht schlecht. Die sind dann den Leuten schon auf den Fersen, weißt du? Also da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen, denke ich mal. Deswegen kann ich dir wirklich nur sagen. Aber du, aber ich möchte... Hast du schon mal gesagt? Ich finde, ich will dir noch mal kurz was sagen. Ich finde auch sowas jetzt, ich habe jetzt auf TikTok gesehen, da ging ein Video viral. Da ist einer und verbrennt den Koran. Da, guck mal, da denke ich mir auch, das trifft die Menschen wie mich, trifft das übertrieben. Der eine, guck mal, ich bin hier geboren, ich bin hier, also ich gehe mit der Zeit hier. Ich bin einfach, weißt du, wie ein Deutscher bin ich, ganz einfach. Ich bin wie ein Deutscher. Ich bin ein Schwabe, komm mal Stuttgart. Aber trifft dich das nicht, wenn du sagst, die verbrennen ein Buch. Trifft dich das nicht, dass die Christen in den islamischen Ländern verfolgt werden aufgrund des Islams? Trifft dich das nicht? Mein bester Freund, mein bester Freund ist Aramäer. Ey, es kommt aus dem Irak, okay? Ist Christ aus dem Irak. Ja. Ich glaube, so viel, wie den seinen Eltern verjagt wurden, den seine Vorfahren wurden, damals von Islams und Muslime, sehr viel Ungut. Tut dir das denn nicht leid, tut dir das nicht leid aufgrund deiner Religion, was er und seine Familie durchgemacht haben? Na klar, na klar, also guck mal, der Junge hat seinen Opa für einen, er ist mein bester Freund, überleg mal, ist Aramäer, ist mein bester Freund. Warum bist du denn noch im Islam, wenn du das duldest? Allah sagt, kämpft gegen den, den ich nicht an Allah glaube. Ja, aber du darfst auch nicht alle über einen Kamm schämen. Guck mal, es gibt gute, guck mal, es gibt ja diese Salafisten. Ja, das ist mir doch klar, aber wenn Allah sowas befehlt, dann ist es doch ein schlechter Gott, der sowas dann sagt. Ich will dir noch mal was sagen, es gibt ja gute Muslime, es gibt ja, guck mal, ich bin jetzt kein schlechter Muslim, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, du, TikTok sportlich, ich verjage den, ich verjage den, ich verkaule den irgendwo hin, weißt du? Es geht einfach nur darum, äh... Aber was ist, wenn Muslime das machen und von Allah und Mohammed die Legitimation bekommen? Sind das dann schlechte Muslime oder was? Das beste Beispiel IS, guck mal, das beste Muslime, das sind treue Muslime, sind das. Das sind ja, in meinen Augen sind das keine Muslime, weil, äh, ich meine, im Koran steht auch drinnen, wer einen Menschen tötet, tötet nicht nur die Person, sondern eine ganze Generation, weil die Person hätte auf jeden Fall eine ganze Generation gründen können, oder nicht? Ja, das ist aus Surah 5, Vers 32, das ist von einem jüdischen Rabbiner geklaut worden und als Allahs Wort herabgesandt. Ja, aber Mohammed einfach von einem jüdischen Rabbiner geklaut, häptisch und sind in seinen Koran reingepackt. Das ist nicht mal Gottes Wort, das ist von einem Juden, einem jüdischen Rabbiner. Okay, ja, mag sein, aber damit will ich halt nur sagen, du verstehst ja, worauf ich hinaus möchte, ne? Also ich möchte halt damit sagen... Ja, deswegen sage ich ja, soll ich dir einen Vers weiter, Surah 5, Vers 32 und dann steht Surah 5, Vers 33, weiß ich, diejenigen, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen oder Verderben im Land zu erregen trachten, sollte man wechselseitig die Hände, du weißt schon, und die Füße und sie kreuzigen oder des Landes verweisen. Du musst mal ein Vers weiterlesen. Ey, boah, ich, guck mal, ich, ich finde dich als Mensch sympathisch, ich will in diese Teil gar nicht reingehen, äh, verstehe mich bitte nicht falsch, ich will da wirklich nicht reingehen. Ich habe mein Glauben und, äh, daran glaube ich halt, äh, deswegen... Ja, aber was ist, wenn dein Glauben, was ist, wenn du dich nie damit auseinandergesetzt hast und du auf einmal merkst, dass der islamische Staat, die Muslime aus dem islamischen Staat, bro, mehr als nur authentischen Islam praktiziert haben, verstehst du? Ja, dann, bro, dann gehe ich halt so, äh, ich meine, äh, man sagt dir, der Tod ist, äh, auf deiner Stirn geschrieben, äh, es gibt ein deutsches Sprichwort, der Tod ist auf deiner Stirn, also, da, also, der Tod ist auf deiner Stirn geschrieben, aber du weißt nicht, wann dein Tod kommt, weißt du, das siehst ja nicht, du siehst ja deine Stirn nicht, wenn du geradeaus läufst, ohne vor dem Spiegel zu stehen. Aber was passiert mit dir, wenn du heute stirbst, weißt du das? Deswegen, guck mal, dann stehe ich da, weiß ich auch auf jeden... Bitte was? Kein Mensch, äh, was Schlechtes angetan, ich habe, äh, kein Recht gehabt, jemanden zu... Ich habe niemanden verletzt, Gott sei Dank, also, ich kann auf jeden Fall... Hast du schon mal jemanden angelogen? Ich glaube schon nach dem Leben nach Tod und Töche nicht, wenn ich sage, hast du schon mal jemanden angelogen, hier bitte? Äh, ich bin in Notsituationen, guck mal, ich hasse Lügen, erste Priorität, was mein Vater überhaupt nicht macht. Hast du uns getan, ja, wir haben alle gelogen. Aber ich, äh, in Not... Äh, genau, genau, lass mich kurz ausreden, ich will damit sagen, ich habe in Notsituationen gelogen, ja. Aber ich will damit sagen, Lügen ist einer der schlimmsten Sünden, die man eigentlich machen kann, man lügen, macht einen Menschen auch unsympathisch. Weißt du, aber du hast auch gelogen, also bist du ein unsympathischer Kerl, richtig? Also, ja, in Notsituationen... Ja, ich versuche es gerade ein bisschen zu verschwindigen, sag einfach, ja, ich bin ein Lügner, ja, ich habe gelogen und bin ein Lügner. Ich habe verdient, dass Gott mir... Ich habe gelogen. Ja, siehst du, und dann bist du schon umreinig drin. Du hast dich versündigt, Herr Jesus. Ja, aber ich meine, äh, der Herr ist doch allvergeben, oder nicht? Ja, wenn du zu ihm kommst und deine Schuld bereust vor dem Herrn Jesus Christus, dann ist er fähig genug, deine Sünden zu tragen und dir alles zu vergeben. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so erklären wir zu einem Lügner. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und sie ihm bekennen, so ist er treu und gerecht und wird uns all unsere Sünden vergeben. Guck mal, in der Bibel gibt es eine Verse, die mir auch sehr, sehr gefallen hat und die bei mir wirklich auch unter die Haut gegangen ist, ist die Verse. Gebert, so wird euch zurückgegeben, denn genau mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Wird es wieder messen, genau. Ewigkeit, Amen, sagt ihr ja, ne? Und, äh, das ist auch genau das, was ich sage, ähm, äh, messt die Menschen gegenüber immer so gleichmäßig, also, ich meine, Ignoranz und Arroganz ist ja sehr, sehr schlimm. Ist ja, ich glaube, an der Bibel auch sehr, sehr, äh, äh, ist auf jeden Fall eine Sünde, ne? Also, ich glaube, Arroganz ist auch, äh, alles ist gut in den Augen des Herrn. Alles, was wir machen in unserem Leben, ist quasi Sünde. Sobald wir aufstehen, ein schlechter Gedanke haben, das ist schon Sünde, da sind wir schon unrein vor dem Herrn. Deine Aufgabe ist es, herauszufinden, was mit dir nach dem Tod passiert, und da gibt es jemanden, der die ganze Zeit auf dich wartet, und er sagt das in Johannes 10, 30. Und das fängt schon ab Johannes 10, 25 an, ich lese dir das bitte vor, guck mal bitte, das ist sehr wichtig. Ja, ne, ich bin da nicht respektlos, wenn du das willst, lest durch. Hier, der gute Hirte heißt die Überschrift, Johannes 10, Abvers 1, ich lese das für dich, damit du das verstehst, was der Jesus Christus ein wundervolles Wort hier mitgibt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, siehst du, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhütter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er von ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Du siehst doch, bei einer Schafsherde ist doch immer ein Hirte, der sie ruft, und dann hören sie auf einmal auf bei ihm, richtig? Wir nennen ihn auch das, was der Jesus Christus nennt. Guck mal her, einem Fremden folgt er nicht, sondern er flieht vor ihm. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Und jetzt sagt er weiter, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Wahrlich, 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 ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und ich bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, dich, mich und die gesamte Menschheit, außer den Juden. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Siehst du, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen, weshalb hört ihr ihn auf ihn. Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessens. Kann denn ein Dämon blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter und Jesus ging im Tempel und in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe euch gesagt, dass ihr glaubt. Ich habe euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt mir nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Und welches dieser Werke will, wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Siehst du, der Herr Jesus Christus ist der Hirte Israels. Und das steht schon im Alten Testament. Bist du noch da? Oder hat er dich pausiert? Also, der Herr Jesus Christus ist der Hirte Israels. Und das findest du in Psalm 23, wo der David sagt, der Herr ist mein Hirte. Wenn du heute einen Juden fragst, wer ist der Hirte Israels? Die werden dir eindeutige Antworten mit, ja, wer ist der Hirte Israels? Und der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Weißt du, was das bedeutet? Das ist Gotteslästerung in den Augen der Juden. Die Juden, ich weiß noch nicht, die haben hier wieder, ich meine, das Volk Israel und Juden. Ja, die haben ihn nicht erkannt, ihren Messias. Sie haben ihn wegen Gotteslästerung angeklagt und ihn kreuzigen lassen. Durch Pontius Pilatus. Es gibt ja, glaube ich, ein, zwei Propheten bei uns, die vom Volk Israel kommen. Der Jakob. Also, der Jakob. Ja. Jakob, a.s.a.m., der ist ja vom Volk Israel. Muss er auch. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht auf Jakob und Isak und sowas zurückgehen. Hier geht es darum, dass deine Seele gerettet wird. Und du hast jeden Tag, ich spielst so russisch Roulette, verstehst du? Du musst so schnell wie möglich eigentlich zum Herrn Jesus Christus kommen. Jeden Tag kann es sein, dass du in die Ewigkeit gehst und dann nicht mehr zurückkehrst. Was nicht passiert, denn Jesus spielt ja bei uns auch eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob wir von dem gleichen Jesus reden. Ja, Jesus wird ja nur runtergebuttert. Bitte? Jesus wird ja nur runtergebuttert als ein Prophet. Er ist ja immer mehr als ein Prophet. Du siehst ja, was er sagt. Wir sagen ja, er ist einer der fünf größten Propheten. Und wir sagen, er ist der einzige Prophet, der bei uns noch lebt. Wir sagen ja, er kommt ja am jüngsten Tag auf die Welt zurück und tut uns allen Menschen richten. Aber ich dachte nur, Gott kann allein gut richten. Wie kann denn Jesus auf einmal richten? Gute Frage, Alter. Bro, du bist halt in diesem Bereich, bist du flexibel. Ich sag mal, du verprest. Du weißt ja, Gott kennt doch nur alle unsere Eigenschaften, alle unsere Sünden und alle unsere freien Harten. Wie kann denn Jesus zurückkommen und gerecht richten, wenn er nicht Gott ist? Ja, aber er kommt dem Namen von Gott. Nein, in der Bibel heißt es, dass er selber zurückkommt und Gott ist. Und richten wir die Toten und die Lebendigen. Siehst du, da haben wir wieder die richtige Version. Und dann nimmt auf einmal Mohammed diese Geschichten und dann bemerkt er gar nicht, ja, warte mal. Hier steht im Koran, dass niemand das richten, also niemand gerecht richten kann außer Allah. Und dann sehen wir auf einmal, dass Jesus zurückkommt, um zu richten. Was ist das? Der ist ja der Richter der Welt. Guck mal, Albert Einstein sagt ja immer, wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Und Fragen kostet nichts, deswegen stelle ich dir so sensible Fragen. Also nimm das auch und bitte nicht böse. Also ich finde, ich stelle dir Fragen, weil ich wirklich lernen möchte, weil ich keine Ahnung habe. Deswegen stelle ich dir Fragen. Was ich fragen möchte ist, wie soll ich das erklären? Jesus ist ja, ihr sagt in der Bibel, Jesus ist Gottes Sohn und auch Gott automatisch. Ja. Okay. Jesus kam ja von seiner Mutter, oder nicht? Ja. Genau. Und ich meine, Verkehr hatte Maria ja mit Josef, oder nicht? Ja, nachdem sie Jesus geboren hat. Sie war aber Jungfrau, das weißt du ja, ne? Aber das weiß ich nicht. Also ich weiß ja, wenn Josef davor... Du weißt ja, dass die Maria Jungfrau war, auch im Koran. Ja, ja. Das ist ja eine Jungfrauangeburt. Ja, wer ist denn der Vater von Jesus im Koran, wenn sie Jungfrau war? Boah, das ist schon eine gute Frage. Wer ist denn das? Hast du dich dazu mal gefragt? Denn im Alten Testament heißt es ja in Jesaja 9,5, denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die gesamte Herrschaft, ruht auf seinen Schultern. Und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist der Jesus, der ist der starke Gott. Guck mal, ich habe mir noch ein paar Sachen aus dem Islam gemerkt. Dann gab es aber auch ein Stand, was drin über Jesus, dass Jesus sich hingekniet hat und gebetet hat. Wen hat denn Jesus angebetet? Seinen Vater. Welchen sein Vater? Gott. Sein Vater ist Gott. Und er selber ist ins Fleisch gekommen. Daher muss die Gebete zum Vater wieder gehen. Und du siehst, dass der Vater auch zum Sohn betet. Das kann ich dir zeigen. Guck. Ja, aber wenn er sich hingekniet hat, wie so ein Moslem gebetet hat. Ja, aber der hat doch nicht wie ein Moslem diese komische Gebiets-Dings gemacht. Er hat sich nur hingeworfen. Wo wissen, werden sich doch auch hin mit Angesicht zu Boden. In der Westen genauso. Ja, aber wenn man sich niederkniet, dann kniet man sich ja vor dem Herrn. Ja, sage ich doch, der Herr Jesus kommt und betete zum Vater. Ja, das ist ein kleiner Ahnung. Guck mal hier, damit du das verstehst. Johannes 17, Abvers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, siehst du. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du? Weißt du, was verherrlichen ist? Weißt du, was verherrlichen bedeutet? Verherrlichen, ja klar. Anbeten. Genau. Vater, bete du mich an mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du, der Vater betet zum Sohn und der Sohn zum Vater, damit die Beziehung aufrechterhalten wird. Deswegen nimmt der Herr, also deswegen nimmt der Jesus auch Gott seinen Vater, weil er sich komplett entäußert hat. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und das kann man nicht in zwei, drei Sätzen hier durchgehen. Verstehst du? Mir gefällt das ein Kummer, obwohl du, ich weiß nicht, wie du gegen den Islam stehst. Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Minuten, aber ich kann dir nur sagen, durch eine Religion stärkst du deinen Charakter, stärkst du deinen Iman, sagen wir, weißt du? Ja, aber die Christen haben keine Religion. Und sie haben den lebendigen Glauben an den lebendigen Gott, Jesus Christus. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich finde, eine Religion gehört einfach zu einer Person, gehört einfach zu einem Menschen. Sei es der Islam, sei es der Christentum. Irgendwie müssen wir zusammen auf dieser Welt leben können. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das klingt immer weiter. Wir können ja anhand des Herrn Jesus Christus miteinander zusammen leben, aber du kannst nicht mit uns leben, weil Allah sagt, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung gibt. Und die Religion gänzlich Allahs ist, suche 8,39. Aber wie ich dir gerade erklärt habe, anscheinend klappt es. Weißt du, anscheinend klappt es. Ich sagte ja, mein bester Freund des Christen, sehr, sehr gläubig sogar. Also bei denen zu Hause, ich meine, Aramäer haben hier auch überall ein Kreuz aufhängen. Überall. Also wirklich, ich war mal als Kind bei ihm zu Hause, okay? Und es war ein bisschen, guck mal, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Ich war als Kind bei ihm zu Hause. Wir sind zusammen auch im Kindergarten gewesen, also wir kennen uns wirklich von klein auf. Und dann war ich mal bei ihm zu Hause und habe dann eine Nacht übernachtet. Und dann habe ich halt überall so Kreuze gesehen, weißt du? Und da sind die ja so richtig, ich meine Orthodoxen sind die, glaube ich, also ich glaube, soweit ich weiß, sind das ja Orthodoxen. Und das sind strenggläubige Christen. Und dann hat er überall so ein Kreuz aufgehängt, gell? Also überall hangen so Kreuze. Und dann habe ich auf seinem Bett geschlafen. Wir haben zusammen auf seinem Bett geschlafen als Kind, weißt du? Und dann hat mich, hat irgendwas so wehgetan, weißt du? Und dann habe ich die Decke hochgekommen und da war so unter seiner Decke ein Kreuz. Also so krass, überleg mal. Also sehr, sehr gläubig. Da siehst du mal, dass der Herr Jesus Christus dir immer schon Zeichen gegeben hat, als dein Kumpel dir das, als gläubiger Christ, kann dein Kumpel dir einen guten Weg schon mal bereiten. Du hast das als kleines Kind schon gesehen, das Kreuz, ne? Das ist... Ja, ja, deswegen sage ich auch immer, wie ich dir gesagt habe, ich würde mich dazu auch niemals irgendwie, ich würde niemals irgendeinen schlecht machen und so sagen, hey, was soll das, bla bla bla... Ja, warum macht denn der Allah zum Beispiel die Christen schlecht? Was meinst du, woher kommt das? Guck mal, wie ich dir auch gerade gesagt habe, ich gehe nicht richtig ins Datei rein. Ich lebe das, was ich auch eigentlich von meinen Eltern mitbekommen habe, weißt du, den guten Islam haben wir kennengelernt. Es ist also, wir, wie gesagt, also der IS, wir verabscheuern die auf jeden Fall, weil die haben mit dem Islam 0,000 zu tun, weil... Was ist denn zum Beispiel anders am islamischen Staat, was zum Beispiel Mohammed nicht getan hat? Inwiefern? Ja, was hat der islamische Staat getan, was Mohammed nicht getan hat? Gibt es irgendetwas? So, ich weiß auf jeden Fall, dass unser Prophet auch sehr, sehr viel gekämpft hat. Ich meine, das hat frühzeitig seine Eltern verloren, seine Geschwister, seine Frau. Also, der wurde ja als Kind, hat er auch keine Kindheit genossen können, weil er, weil die Mutter ja auch sehr früh gestorben ist. Ja, das ist ja nur, das ist ja nur oberflächlich. Ich meine, wie hat Mohammed Territorien erobert? Hast du schon mal so ein bisschen seine Biografie, bist du mal durchgegangen, so? Ist das schon mal gelesen, die Biografie von Mohammed? Nicht direkt, Freunde, nicht direkt. Aber ich, keine Ahnung, was hältst du eigentlich davon, dass der Typ gestern da, oder Typ oder eine Frau oder was auch immer das war, den Koran verbrannt hat? Ich halte von sowas nichts und ich sage den Leuten immer, hört auf, den Koran zu verbrennen. Liest ihn lieber und eignet euch Wissen an. Verbrennen bringt nichts. Verbrennen, guck mal, das geht überhaupt nicht, weil ich finde auch, ich würde das genauso verabschieden, wenn einer jetzt rausgeht und sagt, ey, ich als Moslem, ich verbrenne die Bibel. Ich wäre genau dagegen, genau. Ja, was bringt dir das, irgendwas zu verbrennen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Aber du weißt, der Erste, der die Korane verbrannt hat, war ja der Othman, Ibn Affan selber. Der wer? Der Othman, der dritte Kalif im Islam. Weißt du, wer das ist? Nee, sagt mir jetzt nichts. Wer war denn der Erste Kalif, laut eurer Überlieferung? Laut unserer Überlieferung? Der Erste Kalif? Ja. Ich glaube, entweder Abu Bakr oder Hazreti Ali, meinst du? Ja, genau. Das ist ja wie Sunniten, die Abu Bakr. Genau, erst mal kam der Abu Bakr, dann Omar ibn al-Khatab und als letztes dann der, also als drittes dann der, nein, Osman ibn Affan, Osman. Genau, und wir sagen aber, das sagen wir Sunniten, die Schiiten sagen halt der Ali zuerst, weißt du? Genau, also der Ali hätte der rechtmäßige Kalif sein müssen. Aber gehen wir jetzt davon aus, wegen der sunnitischen Überlieferung. Du siehst, dass der Osman dann die ganzen Koranmanuskripte dann eingesammelt hat und diese Unterschiede gesehen hat, aufgrund der, ja wie heißt das, die Leute hatten dann einen großen Streit miteinander, von verschiedenen Provinzen miteinander und die hatten das auf diese Art und Weise gelesen, quasi die hatten eine Korankopie und die hatten, anderen hatten auch auf einmal so eine Korankopie und dann gab es einen riesen Streit, welches jetzt der richtige Koran ist, verstehst du? Und dann hat Osman alle Manuskripte einsammeln lassen, hat die alle verbrannt und hat nur noch seine Version übrig gelassen. Unglaublich, ne? Er war der Erste, der die Korane verbrannt hat, das Wort von seinem Gott. Dort, während gottgläubige Christen mit ihrem Leben bezahlt haben, damit die Bibel in unsere heutige Zeit, dass wir sie aufschlagen können und lesen können, hat Osman einfach die Korane einfach von seinem Gott verbrannt. Unglaublich, ne? Der war anscheinend Moslem, sagst du? Bitte? Und der war Moslem. Osman natürlich. Das war ja der dritte Kalif. Der dritte Kalif, ja, Osman, radiallahu alaihi wa sallam. Und der hat den Koran verbrannt. Er hat den Koran verbrannt, weil es Abweichungen gab, ne? Er hat von Hafsa und den ganzen anderen Leuten die Korane einsammeln lassen und hat nur noch seine Version, seine standardisierte Version übrig gelassen, ne, von Osman. Wenn ich dich fragen darf, woher kommst du ursprünglich? Aus dem Iran. Oh, jemini. Ich glaube, mit dir würden die Babybrei da machen, gell? Ja, ich darf in meinem Land nicht mehr reichen. Also, verstehe mich bitte nicht falsch, von deinem Land hält, halte ich wirklich nichts. Ja, wir sind ja richtig damit begangen. Also, wenn du wissen willst, wie Islam tickt, dann kann ich... Finde ich mal, dass es mehr mit dem Islam zu tun hat. Das ist richtig... Und was hat das denn sonst zu tun? Ich finde nicht mal... Also, so krass, wie die vorangehen, also brutal, wie die Menschen umgehen, das ist nicht normal. Das ist doch Islam. Also, wenn du das nicht gefällt, dann... Dann darfst du auch nicht dem Islam gehören. Ja, aber die bringen ja auch... Ich meine, das hat meiner Meinung nach mit dem Islam gar nichts zu tun, weil die bringen ja auch Muslime rum da drüben. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn sich jemand nicht islamisch konform benimmt, was soll man mit dem machen? Sollen wir denen jetzt eine Kuscheltherapie verfassen oder was? Ich meine, guck mal, da sind ja auch Frauen... Da sind Frauen, die möchten gern... Die möchten gern was von der Bildung haben. Weißt du, die wollen das Leben sehen. Ja, okay. Und ich meine, eine Frau, die irgendwie Bildung haben möchte, wird da aufgehangen. Weißt du, was ich meine? Ne, die Frauen können dort Bildung haben. In Afghanistan ist es heftig. Die ganzen Frauen sind dort am Studieren. Das ist gar kein Problem. Du darfst dich nicht unislamisch dort verhalten. Das ist das. In Afghanistan ist nochmal eine Schuppe härter. Ja, ich meine jetzt, wenn jetzt eine Person, sagen wir mal angenommen, du bist jetzt hier, kommst aus dem Iran nach Europa, studierst hier und man lässt ein Video von dir laufen, wo du irgendwie in einem Club oder so bist. Ich meine, wenn du zurückkommst, dann hacken sie dich ab oder nicht? Tickt auch spannend. Ja, also jetzt zur Zeit sind ja sehr, sehr viele Kämpfe dort in Iran und die iranische Bevölkerung hat die Schnauze voll vom Islam. Und am liebsten würde ich den Islam zerfetzen und zerreißen in meinem Land, verstehst du? Weil sie keine Lust mehr haben auf Religion, dass die Religion ihr Leben so ruiniert und vergiftet. Und mittlerweile sind die Frauen dort fast alle ohne Kopftuch am rumlaufen, aus Rebellion gegenüber dem Staat. Die haben auch keine Lust mehr darauf. Der Iran hat die Islamisierung durch. Wir wissen ganz genau, was der Islam anstellt, wenn er an die Macht kommt. Und deswegen soll er seine Lehre sein für alle Länder, die der Islam noch nicht befallen hat. Da schreibt jemand, Emre Jilmaz Boxer, geh raus, du bist eine Blamage, Mann. Ja, ist nicht schlimm, du brauchst nicht auf diese Kommentare zu achten. Guck mal, das sind aber die Menschen, ich gehe auch, kein Glauben, guck mal, ich debattiere hier mit dir schon seit eine halbe Stunde rum. Und hast du gesehen, ich habe mich in einen einzigen Kommentar vorgelesen. Habe ich interessant, glaube ich, für die Kommentare, weil... Ja, aber siehst du, das sind deine eigenen Glaubensbrüder, die es nicht abhaben können. Die können mit dem Buckel runterrutschen, auf gut Deutsch gesagt. Mich, das, weißt du, mich interessiert das überhaupt nicht. Ich mache mir ein eigenes Bild davon. Was ich nicht mit meinen Augen sehe, glaube ich auch nicht ganz einfach. Und, ähm... Ja, ich hoffe natürlich, dass du eines Tages dir auch mal ein bisschen Zeit nimmst, um die Evangelien zu lesen, weißt du, damit du Jesus Christus kennenlernst. Bist du Evangelist oder Katholist? Gar nicht, ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Und ein wiedergeborener Christ nach Johannes 3, Vers 3. Vielleicht lass mal vorlesen, was der Herr Jesus Christus von dir verlangt. Guck mal hier. Der Herr Jesus Christus verlangt von uns allen die Wiedergeburt. Ich lese dir das mal vor. Johannes 3, Vers 1, Ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. So ist das, der Jesus Christus verlangt von dir eine aufrichtige Buße, dass du einmal in deinem Leben vor ihm niederkniehst und deine Schuld vor ihm bereust und von Neuem geboren wirst. Und Tag ein Tag aus mit ihm dann lebst. Krass. Es gibt nur Wiedergeborene und Nicht-Wiedergeborene, das war's. Die Bibel kennt nicht katholisch, evangelisch oder orthodox oder sowas. Nein, der Jesus Christus verlangt von uns, dass wir von Neuem geboren werden. So ist das. Deswegen solltest du dir Gedanken machen um deine Ewigkeit. Denn jeden Tag kann es sein, dass du auch in die Ewigkeit gehst. Und dann kommst du nicht zurück. Mal angenommen, ich weiß ja nicht, wann der Tod mich erwartet. Möge Gott, möge der liebe Gott uns alle so alt werden lassen, so wie wir es auch haben möchten. Auf jeden Fall sagen wir mal jetzt angenommen, ich bin jetzt nicht mehr auf dieser Welt. Und der Herr Jesus sieht mich jetzt. Spricht mich an und sagt, hey, warum bist du nicht zum Christentum konvertiert, etc. Nein, der würde sowas niemals sagen zu dir. Warum bist du nicht zum Christentum konvertiert? Der hätte zu dir gesagt, warum hast du deine Schuld nicht vor mir bereut? Ja, aber ich habe dir doch meinen Knecht Amir gegeben, mit dem du geredet hast. Hatte dir nicht gesagt, dass du von Neuem geboren werden musst, dass du zu mir kommen musst, dass ich dein Hirte werden muss, dass du mein Schaf bist? Ja, meinst du, da würde ich sagen, der Herr ist all vergebend. Allein auch schon, dass du mir erzählst, dass dein Kollege in Armenier ist, der auf einmal das so kreuzt, bei ihm siehst du schon als kleines Kind und sowas. Und dass du das so ganz komisch wahrgenommen hast und alles. Da hat der Herr Jesus Christus dich schon gezogen. Und da hat er dir schon Zeichen gegeben. Also, oder Aramäa war das? Aramäa oder Armenier? Aramäa. Ah, Aramäa, Entschuldigung, okay, Aramäa. Genau, kein Problem, alles gut. Ja, also da siehst du mal, dass der Herr Jesus Christus dich als sein Schaf in seiner Herde haben möchte. 100 Millionen prozentig. Jeder. Denn der Herr will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die ganzen Christen hier im Chat, die lieben dich und möchten, dass du eine Entscheidung für den Herrn triffst. Das ist der Unterschied. Siehst du, deine Glaubensbrüder, die machen dich fertig und unsere Glaubensgeschwister, die wünschen dir nur das Beste. Siehst du? Ich küsse an euer Herz, Leute, vielen lieben Dank für die ganze Geschichte. Verstehst du jetzt den Unterschied zwischen Geist Gottes und ungeistlich? Hast du das gesehen? Mit eigenen Augen siehst du deine eigenen Glaubensgeschwister, wie die mit dir umgehen und guck mal, wie die Christen mit dir umgehen. Siehst du? Wie Himmel und Hölle. Du hast auf jeden Fall eine super, super loyale Community, auf jeden Fall. Sehr, sehr liebe Leute. Natürlich, die haben alle den Geist Gottes in sich, den Heiligen Geist. Und deswegen wünschen sie sich von Herzen, dass du auch eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus triffst. Sie sind nicht so wie die Muslime. Merkst du, wenn die Muslime in den Kommentaren, sie zeigen sich immer wieder. Keiner will zum Islam. Allein wenn ich nur sehe, wie die Muslime so immer kommentieren, was sie da schreiben und so, da kriegt man so Abneigung gegen den Islam. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Die schießen gegen ihre eigene... Das ist so krass, ey. Ja, das ist brutal, wie die da voran... Du siehst das mit deinen eigenen Augen, zu was sie zustande sind, ne? Schießen ist schon brutal, oder? Ja. Ja, heute, dass du mit mir geredet hast, ist kein Zufall, mein Lieber. Da meint er, geh raus mit... Was hat denn der? Ja, geh raus, du hast deine Religion blamiert. Super, super, wirklich. Das ist das Einzige, was sie dann nur sagen können, ne? Man hat wirklich richtig super Leute um sich herum. Wir reden einfach ganz normal, hier geht es noch nicht mal zu meiner theologischen Debatte, sondern ich habe dir nur einiges erklärt, wer der Herr Jesus Christus ist und was er von dir verlangt. Das war's. Ich habe mit dir nicht über tiefgründige islamische Themen gesprochen. Das ist für dich schon hochverrat. Das ist unglaublich. Das ist brutal, ja, das ist brutal. Mann, ich weiß nicht, wie kann man im Herzen so sein, ehrlich? Also hasserfüllte Menschen, ich verstehe das nicht. Ja, weil sie den Geist Gottes nicht haben, das ist das. Und so heißt es in 1. Johannes 4, 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, ist nicht von Gott, ist nicht, äh, warte mal ganz kurz, Entschuldigung. Ist nicht, einen Moment, ich zitiere das mal an, ja? Ja, bitte. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Genauso. Wir sind gerade durcheinander gekommen. Sehr schön eigentlich. Danke. Hier, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Siehst du? Und diejenigen, die Gott erkannt haben, sind ja auch in der Liebe. Und darin heißt es jetzt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Söhneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und siehst du, wenn auf einmal die Christen so mit dir umgehen und die Liebe zeigen, weil sie den Geist Gottes haben. Ich sehe gerade nur wirklich Liebe von deinen Leuten, ehrlich. Ja, natürlich, die haben den Heiligen Geist in sich. Ich sehe wirklich keinen negativen Kommentar, wirklich, ehrlich, keinen negativen Kommentar. Natürlich, Gott segne meine wundervollen Geschwister in Christus, alle, die hier drin sind. Und so heißt es weiter, Vers 14, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Siehst du, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Heftig, ne? Und weiter heißt es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Amen. Siehst du, was die Bibel... Amen, mein Freund. Das sehe ich. Siehst du, wie wundervoll die Bibel ist? Jetzt weißt du, warum ich zur Bibel gekommen bin, warum ich zum Glauben an den Herrn gekommen bin, warum ich den Islam abgesprochen habe. Aber das sind nur Bruchteile. Wenn ich dir jetzt anfangen würde, warum, weshalb Mohammed und sowas, dann würden wir bis morgen hier noch warten. Deine Aufgabe ist es, sofort eine Bibel dir zu besorgen und anzufangen, Jesus Christus kennenzulernen und deine Schuld vor ihm zu bereuen. Ich mache mich auf jeden Fall schlau. Also, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, danke für die Aufklärung. Ich danke dir. Danke für deine Zeit. Leute, auf jeden Fall für die Leute aus dem Islam. Ihr seht, man kann sich ganz normal, auf eine ganz normale Basis unterhalten. Der Armee war ein Korrekter, hat auch versucht, alle Fragen zu beantworten, was er auch gemacht hat. Sehr, sehr lieb, sehr, sehr höflich. Versehend. Was für wirklich loyale Community. Keiner hat mich irgendwie dumm angemacht. Wirklich sehr, sehr nett. Möge der Herr euch immer beistehen. Mir auch. Und auf jeden Fall. Ich habe dein Plus geklaut. Wie gesagt, ich mache mich auf jeden Fall schlau. Ja, man merkt, dass du ein vernünftiger Typ bist, dass du auf jeden Fall mehr verstandest als 99 Prozent der meisten, die hier reinkommen. Ja, an erster Stelle behältst du deinen guten Charakter, machst du es für den lieben Gott und dann für dich selber, weißt du? An erster Stelle immer für Gott und dann für dich selber, so sage ich es. Amen, Amen. Natürlich, der Herr Jesus Christus ist Nummer eins. Danach kommen wir. Wir sind an zweiter Stelle, ganz genau. Deswegen, wie gesagt, ich mache mich auf jeden Fall schlau. Merke mich auf jeden Fall bei dir, Armin. Ich schreibe dir und danach unterhalten wir uns mal nochmal, ja? Alles klar. Gott segne dich. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Schöne Beine. Ich dir auch. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Auf jeden Fall für den guten, ähm, jungen Mann. Hi, Amir, wie geht's dir? Gut geht's mir. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie auch. Dankeschön. Danke. Danke. Wir haben schon am 22.09. miteinander gesprochen. Das hast du auch auf YouTube hochgeladen. Ich hab mich auf YouTube hochgeladen. Das ist jemand anderes, der das immer aufnimmt und auf seinem Kanal hochlädt. Ah, okay. Und dann habe ich mir nochmal unser Gespräch angehört. Du hast mich halt leider rau runtergetan wieder wegen dem Thema, ob der IS zum Islam gehört. Leider steht das im Koran, leider. Aber ich heiße das nicht gut, was die machen. Ja, okay, aber das heißt aber nicht, dass man so eine irreführende Aussage tätigt, wie der islamische Staat hat mit dem Islam nichts zu tun. Und das ist nämlich irreführend und unkorrekt, nicht korrekt. Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich wollte dir halt nur sagen, dass der IS, dass es einfach Untermenschen sind und das nichts recht, also nichts rechtfertigt Mord, ja, nur weil man irgendeiner Religionsgemeinschaft zugehört. Das geht gar nicht. Wir, also ich, ich bin gegen die Gott. Ja, aber sie lieben ihren Gott, ne? Sie lieben Allah und sie lieben den Mohammed, ne? Deswegen folgen sie ihnen auf Schritt und Tritt und machen alles, was dort zu finden ist, ne? Ja, leider sind sie radikal, die gern für mich alle abgeschlachtet, alle. Ja, das, wir wünschen uns natürlich, dass die Leute vom IS auch zum Glauben finden, ne? Schau dir mal diese ganzen Reportagen an, ehemalige IS-Kämpfer, die in Haft sind oder IS-Ehefrauen, die wollen alle wieder nach Deutschland. Ja, natürlich, sie haben den IS-Slam am eigenen Leib zu spüren bekommen, was meinst du, was da an ihrem Verstand, ähm, also, ne, die haben ja übelst viel da mitbekommen, ne, die sind ja traumatisiert, von diesem Wahnsinn. Ja, richtig naiv, und es ist echt traurig. Ja, aber sie haben ihre Religion ernst genommen, sie wollten Allah dienen und auswandern, ne, wie sie da kämpfen, ne? Schrecklich, wirklich. Hast du noch eine Frage, meine Liebe? Also, ich supporte dich zu 100%. Ja, ich supporte, keine Frage, aber ich wollte dir sagen, ich supporte dich zu 100%. Dankeschön, Gott segne dich, meine Liebe. Ja, wir kriegen nur irgendwelche Hasskommentare. Ich habe auch ein bisschen Shitstorm bekommen, ähm, nachdem ich, ich habe auch private Nachrichten bekommen, nachdem ich bei dir oben war und ich stehe dazu. Dann seht mich als Kopf, oder? Ich bin Gott sei Dank in Deutschland aufgewachsen und geboren. Mein Vater hat seine Töchter geliebt und hat uns nicht das Kopfduch aufgezwungen oder sonst irgendwas. Zum Glück nicht. Und ich bin gottruh und dankbar. Ja, schön. Niedlichen Internet-Rambus, zieh doch mal in den Sudan, zieh doch mal nach Afghanistan, Pakistan, Somalia. Ja, ich wünschte, wir könnten das mal alle machen, alle einsammeln und einmal Scharia am eigenen Leib spüren lassen. Einmal nur. Ja, glaub mir. Es ist echt traurig, dass man nicht offen in gewissen Ländern seine Meinung sagen kann. Zum Beispiel auch wie bei in deinem Land, Iran. Ich kenne keinen Perser, keine Perserin, die gerne einen Shador trägt und einen Hijab oder sonst irgendwas. Ja, weil das nicht unsere Religion ist. Das wurde uns aufgezwungen. Ja, finde ich schade. Das gehört sich auch nicht. Ja, weil der Koran das ja vorschreibt. Die Sharia schreibt das vor, dass die Frau sich verhüllen muss. Ja, nicht geht danach. Auch nicht. Hast du noch eine Frage, dann hole ich den nächsten rein. Wo ich herkomme. Elani. Das ist nicht gut. Du hast schlechten Empfang. Nein. Ich wünsche euch nicht. Hört ihr mich gut? Könnt ihr mich gut hören? Ja, hört ihr es gut. Ja, sie hat den schlechten Empfang, ja? Ja, zum Schluss. Man hat sie aber gut gehört. Das meiste kam rüber. Das sah aus, als ob sie jetzt so eine moderne Muslima ist, die noch nie was so mit dem Islam zu tun hat. Und keine, also den Islam nicht kennt, die Schriften, ne? Hm. Hallo. Hallo. Hi, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Ich wollte eigentlich nur fragen, was machst du hauptberuflich? Weil ich sehe dich manchmal, wenn du live bist, in so einem Auto und du fährst und redest dann halt. Ja, ich suche nach dem besten Shisha-Tabak in Deutschland für meine Euro-Shisha-Muslime. Wirklich? Was? Wirklich? Oder bei dem, man weiß nicht. Du hast Videos mit ABK gemacht, was ich weiß. Ich suche nach dem besten Stoff für meine Euro-Shisha-Muslime, damit sie das Beste vom Westen bekommen. Nein, ich bin hauptberuflich Mossad-Agent und werde vom Staatsschutz beauftragt, damit ich hier Hetzologie betreibe. Die geben mir dann immer Spritgeld, damit ich rumfahre und viele Hetzologie betreibe. Achso, die bezahlen das sogar noch. Die bezahlen das. Das ist sehr freundlich von ihnen. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Also diese Zeit mit ABK. Also hast du irgendwas gegen ihn persönlich oder magst du ihn so? Nein. Ich habe den Abdelhalim doch gesagt, ABK, ich liebe dich auch, wenn du so diese Faxe reinmachst. Habe ich ihm ja tausendmal gesagt. Weil ich natürlich möchte, dass er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus findet und ja. Aber ABK hat geschrieben, weißt du, ne? Er hat mir so geschrieben, ja, ich stehe heimlich auf ihn und sowas. ABK. Er steht auf mich? Er möchte an deinem Bart lecken und sowas. Ja, der lässt sich auch schön den Bauch küssen von seinem Kumpel. Der praktiziert Zunder. Weißt du, ich wusste damals, dass ich das gesagt habe, aber irgendwie etwas ist, was nicht mit dem stimmt, ne? Das, ne? Wolltest du nur, wo ich meinte, der ist mit, im Bett mit einem anderen schon mal frisch. Wie heißt dieses Video nochmal, äh, wo er sich den Bauch küssen lässt von seinem Kumpel da? Welchen Kompliment sind diese eine mit Zopfhänden? Ich habe keine Ahnung, irgendeinen Freund von ihm, der liegt da auf dem Bett oder auf der Couch und dann kommt der und dann hebt er sein T-Shirt hoch und küsst seinen Bauch und dann geht er einfach so weiter. Und dann dachte ich mir, mein Gott, der ABK ist der authentischste Muslim, den ich jemals gesehen habe, weil Mohamed selber sein T-Shirt hochgehoben hat und sich den Bauch von einem anderen Mann küssen hat lassen, ne? Was? Ja. Okay. Ehrlich, jetzt wirklich. Aber hast du schon mal eine Schlägerei oder so gehabt? Oder ich? Ja. Achttausend in meinem Leben, ne? Wirklich? Ja, natürlich. Oh, mein ganzes Gesicht ist ramponiert. Überall Narben, gezeichnet von ganzen Schlägereien, ey. Nein, das war mein altes Leben. Was hast du denn davor gemacht? Ja, das, was ich dir gerade gesagt habe. Ah, ach so, okay. Okay, okay. Ja, das war's eigentlich. Okay. Okay, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Und frag noch etwas. Tschüss. Tschüss. Kickst du mich? Ich kicke dich. Der sagt, kickst du mich? Süß, ne? Süß. Das ist süß, manche von denen noch. Wir machen heute, guck mal, das ist auf 500.000 in eine Stunde voll. Das kannst du keinem erzählen, wie heftig. Heftig, das schaffen wir noch. 500 Millionen schaffen wir noch in einer Stunde noch. 500 Millionen gleich. Die eine Million ist gleich voll. Jetzt, Leute. Drei, zwei, eins, jetzt. Alles mal drei, Leute. Alles mal drei. Jetzt sofort. Hallo, wer ist da mit uns? Mina, Mima. Hi. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, Amir. Danke. Ich folgte dir schon sehr lange. Und ich wollte dir mal meine Geschichte erzählen. Ja. Ich war mit einem Moslem verheiratet. Okay. Ja, ich weiß, wie das Ganze abgeht. Sie dürfen lügen. Also, ich habe sehr viel erlebt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, versuch dich so, also versuch das kompakt zu halten. Nicht, dass du auf einmal so eine eine Stunde Geschichte daraus machst. Versuchst du dich so ein bisschen, weil die anderen wollen auch noch rein. Ja, also ich war in einer Moschee bei einer, wie heißt es, Diskussion. Ja. Ja, da kam die Decke runter. Also die Decke ist eingestoßen in der Moschee. Okay. Und da habe ich, ich war mit meiner Tochter dort, die war noch sehr klein. Und ich dachte damals, was suche ich hier in einer Moschee als Christ. Ich war noch kein gläubiger Christ. Nein. Ich war einfach Namenschrist. Ja. Weiter. Und ja, mein Weg war damals so, ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Ich habe sämtliche Bücher gekauft von Nahtodeserfahrungen. Und irgendwann kam mein Neffe zu mir und sagte, Jesus ist unser Erlöser. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich war gläubig. Und seitdem ist Jesus mein Erlöser und mein Retter und alles. War schön. Wenn das so einfach wäre, dann wäre es nicht. Na, manchmal ist es so einfach, zum Glauben zu finden. Und manchmal ist es so einfach. Das war nicht ganz einfach. Ich habe lange gesucht. Ich habe lange gesucht. Ah, okay. Das heißt also, es wurde schon vorher viel gearbeitet an dir. Ja. Ich war katholisch und war katholisch. Ich musste immer in die Kirche gehen. Ja. Aber, wenn ich heute meiner Mutter sage, ich glaube an Christus, dann lacht sie mich aus. Ja, natürlich. Du wärst von der ganzen Welt erspottet, ne? Ja. Dann läuft alles richtig. Dann frage ich sie, warum musste ich die ganze Zeit in die Kirche gehen und jetzt lachst du mich aus. Aber dann will sie nicht mehr weiterreden. Ja. Okay. Möchtest du uns noch was sagen? Meine Liebe, dann hole ich den Nächsten rein. Okay. Okay. Gott segne dich, meine Liebe. Halt am Herrn Jesus Christus fest, ja? Ja. Okay, ciao. Ciao. Wow. Gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut gut. Jaul, Raul Deshalb machen wir einmal Jaul, Raul Jaul, Raul Deshalb machen wir einmal Jaul, Raul für die Leute Jaul Jaul, Raul Ist das heftig Das ist schlimm, schlimm Das Geist ist krank Das kannst du keinem erzählen, was hier auf TikTok los ist Mit ihren NPC oder was die da machen Das ist C und A Kein NPC Was die machen Ich bin immer da Oder NPC-Chef Amir ist mein Onkel Ja, weißt du Bescheid Dr. Schäger, wo haben wir Aka Onkel von Die netten Onkels Die netten Onkel von nebenan Nicht die bösen Onkels, sondern die netten Onkels Die netten Onkels Was ist das mit den Leuten los? Warum kommen die hoch und reden nicht? Hallo? Next Level Warte mal, warte mal Warte mal, mein bester Herr Ich hab was zu tun Warte mal Ja, wenn du was zu tun hast, dann mach das zu Ende Dann kommst du gleich rein Meine Herren Stellt Anfrage und Und geht Arbeiten Und geht Arbeiten Und geht Urlaub Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie Gott segne dich auch Danke Meine Frage Ja Kennst du dich im Alten Testament aus? Es geht Im Neuen Testament Aber mein Bruder ist ja auch hier unten Der kennt sich ein bisschen besser, glaube ich, aus Weißt du, wieso das Buch Henoch weggelassen wurde? Das Buch Henoch? Ja Das ist ein Apokryph, das ist nicht vom Heiligen Geist inspiriert Das ist nicht aufgenommen worden Im Kanon Weil das ein Apokryph ist Das ist in der katholischen Bibel aber immer noch, ne, Lisa? Je noch? Ja Ach so, okay, das war meine Frage Ja, also du siehst, dass es Bücher gibt, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert wurden Und wir müssen auf jeden Fall Gott vertrauen Dass Gott sein Wort bewahrt Wenn etwas nicht der Bibel entspricht, dann lassen wir es auch weg Und zum Beispiel das Thomas Evangelium, was eindeutig als Fälschung auch entlarvt wurde Da hat es ja in den Koran geschafft, ne Die ganzen Geschichten aus dem Thomas Evangelium sind im Koran gelandet Was absolute Verfälschung ist, ne Das ist das Heftige, wo Jesus Christus so aus Lehm ein Vogel formt und da reinhaucht Und daraus ein echter Vogel entsteht Das ist aus dem Thomas Evangelium Das ist gnostische Lehre, also von übelsten Irrlehrern, ne Und Verfälschungen Ach so, okay Okay, ja Okay, mein Lieber Ich geh raus Okay, ciao Dich und deine Familie Niemals Doch, Kreuz wird das Niemals bin ich da drinnen Niemals bin ich da drinnen Ich schwör, Bruder, ich mach gleich ein Salto Ich schwör's dir, Alter Wie geil ist das denn? Ich bin wirklich reingekommen Du bist der King Ich schwör's dir, du hast Eier aus Stahl Du bist der King Das haben diese Brüder mir auch gesagt am Freitag Meinen die sowas, was du gemacht hast, was du machst Das macht ja keiner, das ist ja Wahnsinn Ich bin Christ und ich danke Gott, dass es dich gibt Gott segne dich, mein Lieber Aber nicht mich erhöhen Alle hier drinnen sind höher als ich Aber keiner macht eine Sache, die du machst Weißt du? Ja Ich wollte dir nur ein Lob aufsprechen Ich will nichts fragen Ich will nichts sagen Ich wollte dir nur ein Lob aufsprechen Ich wollte sagen, du bist der absolute King Nein, um Gottes willen Der Herr Jesus ist der King Ich bin nur ein Sündermann Ja Für uns bist du Für mich bist du Ich weiß nicht, keine Ahnung Wenn ich King Dann bist du ein guter Mensch Sag einfach, ich liebe dich als Bruder Ich liebe dich als Bruder Ich liebe dich als Bruder Ja, das ist was anderes Als alles Aber für mich Du machst die Leute gut Und was diese anderen da Muslimen und so Ich hab nichts gegen die Sollen die machen, was die wollen Aber ich wollte dir nur sagen Du bist richtig gut Du machst deine Sache sehr gut Und Gott soll dir Kraft geben Und Geduld geben Und die Klugheit geben Damit du noch weiter so machst Und noch viel mehr Leute Amen Amen Dankeschön Gott segne dich mit deine Worte Wir werden alle Die Leute, die hier drinnen sind Ich lese das gerade Die stehen ja alle hinter dir Junge, du hast eine Armee Ja natürlich Das sind meine Geschwister Du hast eine Armee Ehrlich Auf jeden Fall Die lieben ihren Doktor Scherch Meine ganze Klinik Ja Sie lieben ihren Doktor Scherch Guck dir mal diese Oberarme an Der ist wichtiger wie ein High World Der ist ein richtiger Monster Ehrlich Sie lieben ihren Doktor Scherch Und stehen hinter der Doktor Scherch Alle die Leute, die dich beschimpfen Die sollen mal ein bisschen Sport machen Gott segne dich Gott segne diese Leute, die mich beschimpfen Ist nicht schlimm Die können gerne zu mir kommen Wir können ein bisschen Ringertraining machen Kein Problem Nein Wir sind hier nicht Wir kämpfen hier nicht gegen Fleisch und Blut Sondern gegen die finsteren Mächte Einfach fit zu bleiben Gehirn gesund halten Auf jeden Fall Bruder, ich danke dir, dass du mich reingeholt hast Du bist der Kunde Ja, danke Wir feiern dich Gott segne dich Dich und deine Familie Dankeschön Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Mir gebührt keine Ehre Alle Ehre dem Herrn Und den Geschwistern hier Ich danke dir, mein Bessler Gott segne dich Mach's gut, mein Lieber Ja Romy, meinst du, kennt der Khabib Dich? Was? Der Khabib Der UFC-Kämpfer da Der Moskamp Meinst du, der kennt mich? Das kann sein, dass ich ihm so gezeigt habe Boah, das ist so ein schlimmer Tyraner Ich will smash you, boy Tomorrow night Tomorrow I'm gonna smash you, boy Aber der hat den Conor McGregor richtig zertrümmert, ey Das wäre aber cool, wenn der Khabib mal reinkommen würde In den Livestream mit dir Das wäre richtig dumm Khabib nur mal Romadoff mit Dr. Sheik Aber Amir Das würde durch die Decke gehen Heftig Das wäre krank, ne? Der ist ja auch richtig Gläubiger, ne? Gut, der ist ja auch Illuminat Sonst würde er ja nicht da oben sein Aber trotzdem Also Islam hat er schon ein bisschen drauf Komm, Leute Drei Zwei Eins Jetzt tippen Jetzt alle mal drei Jetzt tippen Jetzt tippen Jetzt, jetzt Wir müssen die eine Million knacken Komm, Leute Alle zusammen jetzt Alle, alle Alle zusammen Die ganze Familie Ach was, schau mal Ich bin bei Ex-Muslims drin Die ganze Familie Bitte alle tippen Hallo, mein Lieber Gott segne dich und deine Familie Gott segne dich auch, mein Freund Schau mal Ex-Muslims Was du machst, was du machst Finde ich richtig gut So, auf der einen Seite Auf der anderen Seite Weißt, ich bin selber in Wie soll ich sagen In einem evangelischen Kinderhort aufgewachsen Und hab so die evangelische Lehre mitbekommen Und hab das irgendwie als Kind schon immer komplett hinterfragt Weil ich mir das irgendwie nicht so vorstellen konnte Wie das dort so gesagt wurde Weil ich war da schon als Säugling gewesen, weißt Weil familiäre Umstände haben halt das so gemacht Und ja, heute bin ich eigentlich Klar, was die Religion betrifft, extrem am Zweifeln Weil ich mir denke, schau mal Die schlimmsten Kriege, die schlimmsten Sachen Sind alle teilweise auf dem Rücken der Religion ausgetragen worden Weißt du? Ja, hätten die Leute auf Jesus Christus gehört, hätten wir das ja nicht Sonst hätten wir das Paradies auf Erden Ja, aber schau mal, die Inquisition von den Katholiken Ich hab doch gerade eben gesagt Ich hab doch gerade zu dir gesagt Hätten wir auf die Worte des Herrn Jesus Christus gehört Gäbe es da sowas ja nicht Inquisition, Kreuzüge Aber wir haben letztendlich immer Gut und Böse Verstehst du? In jedem, was gut ist, ist auch böse Du kannst so lieb wie möglich sein Wenn jemand permanent auf die Eier geht Wirst du ihm irgendwann eine schellen Ganz einfach Ja gut, aber wenn der Herr Jesus Christus dir etwas gebietet Hast du ja einen Herrn über dir, oder? Du bist ja deinem Herrn gefallen und nicht der Welt Natürlich, aber schau mal Mittlerweile bin ich so am Hadern Ob ich dem einen glauben soll oder dem anderen Weil ich manchmal denke so Schau mal, Glauben heißt lange nicht wissen Und werden wir nicht einfach nur von der Religion irgendwo Irgendwo, weißt du, so unten gehalten Dass wir einfach nichts hinterfragen Und auch die rechte Backe hinhalten Wenn die linke geschlagen wird Und lauter so Geschichten Warum? Guck mal, wenn wir auf uns Menschen Auf dich selber hören Du bist doch, wenn du was ändern willst Bist du die größte Kraft, wo das kann Und wenn dann eben Das hat ja nichts mehr mit den Worten des Herrn Jesus Christus zu tun Entweder wir hören auf das, was er uns sagt Dann sind wir seine Knechte oder Ehren nicht Ja, schau mal Da muss man sich entscheiden Was das Thema Glauben angeht Ich glaube jetzt eher mittlerweile so an die Schöpfung Weil ich lebe mit vielen Tieren Und beobachte das auch viel Und habe auch keinen Und mir geht es einfach mit denen besser Und wenn ich mir das so angucke Verschissst du, die haben wie ein Maßanzug Bei denen ist alles perfekt Nur bei uns Menschen Wir werden so dermaßen verwirrt durch irgendwas Die Tiere haben kein Glauben Die haben gar nichts Aber die sind perfekt letztendlich Genau, das unterscheidet uns ja von denen Du, weil du es liest ja niemals Ein Tier, das sich zusammenschließt Mit seinen Arztgenossen Zum Beispiel so ein Silberrückchen-Gochela Und machen einen Gottesdienst zum Beispiel Und beten für andere Menschen Tiere machen allgemein keinen Gottesdienst, mein Freund Ja, das ist ja der Unterschied Zwischen einem Mensch und einem Tier Tier glaubt, kann nicht an Gott glauben Weil es keinen Geist hat Es hat Seele, es hat Blut Also es ist Seele in seinem Blut Aber es hat keinen Geist Und du brauchst aber den Geist, um Gott zu erkennen Hey, ganz ehrlich Wenn ich mir so überlege Wie viele Tiere von mir gestorben sind Und wie viele ich mittlerweile wieder habe Teilweise, manchmal denke ich Ein paar sind teilweise, weißt du so Von der Seele ein bisschen inkarniert In dem anderen Und manifestieren sich in dem Hört sich jetzt komisch an Du wutschst ab in die Esoterik Das ist nicht cool Nein, das ist überhaupt nicht Esoterik, Bruder Das ist einfach, wenn du mit Tieren zu tun hast Und es einfach gut findest Warum ist es dann gleich Esoterik? Schmeiß doch nicht irgendwie eine Ecke rein Bruder, schmeiß dich einfach eine Ecke rein Wie die Seelenwanderung und so weiter Ist doch nicht Seelenwanderung Aber manchmal denke ich Weißt du Du magst es Du magst das eine Tier genauso Wie das eine, wo verstorben war Zum Beispiel Weil es halt irgendwie die gleichen So Attribute hat, weißt? Ja Aber du hast jetzt über das Wort Glaube Und Wissen gesprochen Schau mal Wenn Gott uns wissen lassen würde Wann wir alle sterben Wir würden alle nicht mehr das Haus verlassen Wir würden alle depressiv werden Also Wissen ist nicht immer gut Ich möchte gar nicht wissen, wenn ich sterbe Weil das macht doch alles nur kompliziert Wissen ist nicht immer gut Du musst glauben Die meisten Menschen da draußen Gehen nur aus dem Haus raus jeden Morgen Weil sie daran glauben, dass sie nicht sterben Wenn die aus dem Haus raus gehen Das heißt, es ist gut, dass du glaubst Aber nicht weißt Eine große Hürde im Leben sein Und weil Gott das weiß Sagt er dir das nicht Damit du es nicht weißt Du wirst glauben Nicht wissen Schon, aber Amir Kannst du dieses Thema mal abkoppeln? Boah, ich kann es gerade nicht ganz gut erklären Aber Aber wir reden hier über den Glaube Und über die Religion im Allgemeinen Schon, warte mal Lass mich mal kurz ein bisschen hirnen Ich will einfach nochmal auf das Thema zurück Guck mal Wie werden wir von der Kirche Oder von dem Glauben aufeinander gehetzt Letztendlich Guck mal Die Moslems gegen die Christen Du klärst die Leute auf Und du hast recht mit dem Was du sagst Aber letztendlich Werden alle aufeinander gehetzt Und das nächste Was kommen wird Ist doch die nächste Ein-Welt-Religion Wo sie sagen Hey, hat doch alles Nächste miteinander zu tun Komm, wir glauben alle an das Gleiche Letztendlich ist es dann wieder Dasselbe Und der Mensch Wird sich wieder Nichts selber entfalten Weißt du? So ist mein So ist meine Angst Mein Gedanke Du siehst ja Der Mensch Wenn er freigelassen wird In Europa sind die Menschen ja frei Und du siehst ja Dass sie sich eigentlich Zurückentwickeln Geistig Warum? Nicht jeder Nicht jeder Du kannst nicht jeden Über einen Kamm scheren Du kannst es nicht Die Freiheit eines Menschen Bringt ihn nicht unbedingt dazu Dass er sich weiterentwickelt Bruder, ich hab sehr viel Freiheit Und ich glaub nicht Dass ich mich zurückentwickelt Mein Bruder Sagt ja auch Die breite Masse Einzelnen Natürlich sehen wir Dass die Leute Geistliche Freiheit haben Aber die breite Masse War schon immer Auf dem Weg in den Abgrund Was meinst du Wie Hitler Was meinst du Wie der Adi es geschafft hat So viele Leute Auf seine Seite zu ziehen Guck mal Wie wirst du Ganz ehrlich Wie wirst du Jetzt wieder geschafft Das gleiche Spektrum Anzustreben Wie 2020 Wir sprechen uns jetzt Nicht direkt an Weißt du Die Leute Machen sich Für 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 Double Time klar Die machen sich Für Triple Time klar Ab 60 Verstehst du was ich mein? Double Time und Triple Time Da kannst du zu Felix Anton Blume gehen Da kannst du nur zu Felix Anton Blume gehen Der malt dir erst mal Ein schönes Bild Und dann macht den Triple Time Nein bin ich Ja aber da bekommst du doch Bratwurst Und das ist ja auch lecker Jawohl genau Damit du in drei Monaten Krebs entwickelst Ja gut Bratwurst Ja gut Es sind Millionen Leute Hier Geimpft worden Und die sind jetzt nicht alle Da mit Krebskrank Und Herzinfarkt Natürlich Natürlich nicht alle Aber prozentual zu viele Für das Wenn sie es alle nicht getan hätten Oder nicht? Ja Im Straßenverkehr Sterben ja auch jedes Jahr Zwischtausende von Menschen Also Ja komm bitte 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 Wirst du bezahlt Für das was du sagst? Nein Aber das ist doch Man muss auch mal die Kirche Im Dorf Vorher gewesen Weil das Ja ist okay Aber was du sagst Ich kann es nicht Ich kann es nicht vertreten Ist einfach so Tut mir leid für dich Ja also du hast recht Alle 70 Millionen Die sind alle am sterben Da siehst du Wir sollten einfach respektvoll Miteinander umgehen Und egal Egal wie ekelhaft die Gegenseite ist Sollten wir da nicht mitmachen Alle 70 Millionen Ey lass mich doch mal ausreden Ne Vogel Was mit dir So nicht So nicht So auf keinen Fall So nicht Da musst du raus Nur wenn jemand Meinen Bruder beleidigt Muss du sofort raus Was für ein Geist in dem ist? Wer sich nicht benehmen kann Der geht Ja der Wenn der die Macht hätte Amir Der würde wieder Alle anders Gläubigen Die nicht seiner Meinung sind Hast du gesehen Wie aggressiv der wurde? Verfolgen Das ist eigentlich dasselbe Nur auf der anderen Seite Ja der ist ja der andere Name für satan Amir Information hast Also gibt es irgendein Buch Was du uns empfehlen kannst Wo wir das rausnehmen können Was wir nicht sehen Oder sobald jemand eine Pose macht Ist er schon illuminat für dich? Nein Die Elite Die sind ja nicht umsonst da oben wo sie sind Und die sind halt hineingeboren In so mächtigen Familien Die wiederum Generationsübergreifend Satanisten sind Und Satan verehren Insgeheim Und Opfer bringen Und dann die meisten Dieser Leute werden da hineingeboren Oder man rekrutiert auch einfach so aus der Gesellschaft Leute die Talent haben Okay und woran machst du fest Ob jemand dazu gehört oder nicht? Weil du hast jetzt auch Letztens habe ich mir auch dein Video mit Manuelsen angeguckt Da hast du denen auch so komische Fragen gestellt Da dachte ich mir Meint der das jetzt ernst? Ja natürlich Wie kommt denn überhaupt auch solche Sachen? Da war Manuelsen auch ganz perplex Und hat dann auch so komisch Ja er macht doch diese Symbolik in einem seiner Videos Da muss man ihn auch fragen Was hast du mit sowas zu tun? Warum machst du das denn? Sobald ich jetzt ein Zeichen mache Bin ich dann eben Ja wenn du das machst Ist was ganz anderes Aber wenn Leute machen Die Kohle verdienen Und in dieser Szene drin sind Da muss man schon davon ausgehen Dass da irgendwas nicht stimmt Wenn du das machst Dann ist das so einfach 0815 Aber wenn Rapstars wie er das machen Dann Kann das nicht sein Dass man das einfach so gemacht hat? Also ich glaube nicht Die ganz großen Stars machen es ja auch Ja gut da muss er aber damit richten Dass die Leute ihn dann sagen Ganz genau wie bei Haftbefehl Wenn er auf einmal diese gehämerten Zeichen da macht Wie mit 666 und sowas Ja das sind Ja dein Bruder hat dann in diesem Video halt so geredet Als ob das so eine offensichtliche Sache ist Ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen Also du sagst jetzt auch gerade mit dem Dass die Bösen irgendwie irgendwo reingeboren werden Und so weiter Wo kommt die Information her? Also wo können wir das nachlesen? Wo können wir das? Du kannst Da gibst du kein Buch darüber Wo du so im Univers Also in der Universität Das ist geheim Das ist das Durch den Geist Gottes Habe ich das alles erkannt Du kannst das nicht studieren In einer Universität Das ist geheim Ach warte mal Warte mal Du hast das durch den Geist Gottes erfahren? Also du sagst jetzt Irgendjemand zu dir gesprochen Oder wie meinst du das? Nein Durch den Heiligen Geist Der Heilige Geist führt dich Und öffnet dir die Augen So dass du sie Z.B. die bereichte Masse da draußen Wenn sie ein umgedrehtes Kreuz sehen Die raffen das nicht Also gibt dieser Heilige Geist Die Information Die andere nicht bekommen Dann öffnet dir die Augen Natürlich Der Heilige Geist öffnet dir die Augen Er leistet uns an alle Wahrheiten Genau Also jetzt führt dich quasi In diesem Weg Die Information zusammenzusetzen Oder wie meinst du das? Und dann spricht er direkt zu dir Und du hörst irgendwelche Stimmen Nein Ich höre deine Stimmen Der führt dich durch In deinem Leben Führt dich zu Situationen Und du gibst dir Dann die ganzen Informationen Ja Okay Und Und wenn die diese Anderen Die Jugendlichen Meiner Meinung nach Würden das ja auch behaupten Und so weiter Als Kette Oder in ihren Videos Satanisch-okkulte Gesten machen Und satanisch-okkulte Symbole verwenden Dann sind das Satanisten Okay Also daran machst du das fest Sobald die ein Zeichen machen Und bekannt sind Genau Wenn ein Skinhead zum Beispiel Total rasierten Schädel hat Und den Arm hebt Dann ist er kein Hare Krishna Sind wir uns da einig? Ja Symbole Was er kennen Was für ein Geist er hat Richtig? Ja So einfach ist das Gut Und noch eine Frage Die ich jetzt gerade Ich stellen wollte Und zwar Du sagst ja Dieser Heiliger Geist Führt dich Ja Das behaupten ja auch Das Wort Im Anfang war das Logos Was ist das Und Gott ist Ordnung Gott ist nicht Ordnung Abhebster Stell dir mal vor Wir hätten hier keine Gesetze in Deutschland Naturgesetz Hab ich gesagt Es ist Damit du größere Sachen Verstehst Muss ich klein anfangen Damit du Schritt für Schritt Zu den größeren Erkenntnissen Kommst Deswegen nehme ich kleinere Schritte Ich wollte es schließen Es ist vom kleineren Auf größeren Hier in Deutschland Das macht es vom Großen Was Kleinen Wir haben es eben gerade Du verstehst ja die größeren Sachen Nicht Ich muss also klein anfangen Damit ich dich langsam hochziehe Auf die größeren Erkenntnisse Okay Wenn du Deutschland beobachtest Und wenn du siehst Dass da Gesetzmäßigkeiten herrschen Und deswegen ist dieses Land So ordentlich Aufgrund der Gesetze Wenn man die Gesetze Aber wegnehmen würde Dann würden wir in einer Anarchie leben Und das ist Chaos Das lieben ja zum Beispiel Die Linken Die Punks Die lieben ja das Chaos Die hassen Ordnung Ja Und so gibt es auch Gottesgesetze Die er in die Schöpfung gelegt hat Ja Ähm Äh Physikalische Gesetze Die für Ordnung sorgen Alles ist ordentlich Damit du dich nicht auch verlässt So sagt es Ich glaube solch Galater Brief Kapitel 6 Vers 7 Das was du siehst Wirst du auch ernten Das ist das Kausalitätsgesetz Kausalgesetz Alles was du siehst Wirst du auch ernten Es hat eine Konsequenz Weil es ein Ordnungsgesetz gibt Ein Gesetzgeber Äh Nein Ja Dann sind auch die Naturgesetze Von Gott gemacht Von einem Gesetzgeber Okay Der sich was dabei gedacht hat Hast du noch Fragen Symbolik genau Sehr gut In der Tiefe Kenne ich das sehr gut Und deswegen haben die auch Die Elite eingesetzt Wie die Grünen Die dafür sorgen Dass hier so viele Wie möglich hier reinkommen Dass dann bald Das große Fressen beginnt Weil diese Partei Dafür verantwortlich ist Alles unkontrolliert reinzulassen Love, Peace and Harmony Selbst wenn die Dinge ins Reinkommen Hier die AfD Ich habe ja gehört Im Parteiprogramm Sind die ja für die Digitalisierung Genau das gleiche Das ist kontrollierte Opposition Ob das die sind oder das Das spielt keine Rolle Deswegen sagen wir immer Leute Ihr müsst zum Herrn Jesus kommen Es bringt nichts Welche Partei an die Macht kommt Die alle sind von Amerika eingesetzt Und das war's Also Könnt ihr machen was ihr wollt Oh Schon fast eine Million Likes Wahnsinn Fast eine Million Likes Komm ihr Lieben Ja Cut Night Joe Kommt jetzt ihr Lieben 3 2 1 Jetzt Alles mal 3 Komm Jetzt alles mal 3 Komm jetzt Sonst mache ich Cut Night Joe Mit euch Sonst wird der Armin singen Und ihr wollt das nicht hören Also Leute Tut alles dafür Dass der Armin nicht singen muss Wahnsinn Heute sind wir gut drauf Leute Hammer Kollege Will Bundeskanzler werden Hab ich gehört Ja Hey Gott segne dich Und deine Familie Danke Danke Auch Gottes Segen Ich wollte was überfragen Also Jetzt ist es ja so Dass Die Ökonomische Bewegung Ja so ist Und Gerade in Deutschland Ist sehr ökonomische Bewegung Gerade Wir haben ja auch Eine neue Bewegung Durch Chris Lahm Kennst du das Oder hast du das schon mal gehört Chris Lahm Ja Die versuchen den Die versuchen den Glauben zu durchsäuern Ja ich weiß Genau und In Berlin haben die das ja angefangen Mit diesem Ein World Haus Das heißt ja Diese Chris Lahm Ja Und ich habe dann auch gesehen Dass Rick Warren Das ist ja ein sehr großer Christlicher Schriftsteller auch Und auch Pastor Er hat ja Leben in Vision geschrieben Und er ist jetzt auch dafür Irgendwie geworden Also dass er vom Weg ab gekommen ist Nein Diese Leute sind ja Satans Leute Die an der Spitze Die Masse führen Und da sind auch sehr viele christliche Führer Die eben auch sehr viel charismatisch sind Und die Masse der Christen führen Die sind auch in Satans Sekten drin Die sind das in Satanisten Und die führen die falschen Verlorenen Christen Die nicht wiedergeboren sind In die Hölle Richtig Richtig Und ich denke auch Das hat einen Zusammenhang Mit dem Pergamon von Berlin Also das Der Pergamon ist ja Drinnen in Berlin Und das ist ja der Tron des Teufels Und darum Die Erweckung in Deutschland Nicht so stark ist Also Denk mir mal Weil in anderen Ländern Sieht man auch Beispielsweise bei uns in Spanien Oder Südamerika Siehst du die Erweckung ganz ganz anders Als wenn du in Deutschland bist Und man sagt ja immer Man ist Christ Aber man lebt diese Christentum Nicht die Leute Säht man Das sieht man so schlafende Christen Ja Gut Diese Erweckung die du meinst Das könnte auch sehr viel In die charismatische Ich zeige dir Ich zeige dir was das heißt Mit Schlaftablette verpasst bekommen Das macht der Teufel Guck mal hier 2. Korinther 4.4 Da hast du einen bezeichneten Vers aus der Bibel Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist So ist es bei denen verhüllt Die verloren gehen Bei den Ungläubigen Denen der Gott dieser Weltzeit Die Sinne verblendet hat Du siehst ja Die breite Masse Deren Sinne verblendet sind Vom Teufel Denen der Gott dieser Weltzeit Die Sinne verblendet hat Sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums Von der Herrlichkeit des Christus Nicht aufleuchtet Welcher Gottes Ebenbild ist Denn wir verkünden nicht uns selbst Sondern Christus Jesus Dass er der Herr ist Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen So sieht es aus Und daran kannst du das fest sehen Dass der Satan hier in dieser Welt das Sagen hat Es ist deine Welt Deswegen sagt der Jesus Christus Mein Reich ist nicht von dieser Welt Denn wäre sie von dieser Welt Hätten meine Diener für mich gekämpft Richtig, richtig Ich fange gleich wieder an Cowboys zu machen Also auf damit Je weiter wir in die Endzeit fortschreiten Und desto schlimmer wird es mit der Verführung Und mit den Wölfen im Schafspelz Wie der Satan halt in die Christenheit einschleust Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20 Ich weiß, dass nach meinem Abscheiden Räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden Die die Herde nicht schonen werden Verkehrte Dinge sagen werden Aber die Christenheit sind halt nicht vorsichtig Richtig Ich habe das sehr viel gesehen Auch gerade im spanischen Bereich Gab es auch Leute Die sich Also die früher Pastoren waren Und sind dann abgekommen Durch das die sich täuschen lassen haben Und dann haben die auch Dann gab es einen Mann Der ein falscher Prophet Er hatte sich selber Jesus genannt Er hat sich Jesus Rekarnation heißt das Also er hat sich Wie heißt das Wiedergeborener heißt er Und er hat dann aber Er hat Das Evangelium Hat da einfach Die Seiten rausgezogen Und nur sich die Sachen reingezogen Was für die Leute Das was ihn Wie heißt das auf Deutsch Für ihn bereichert Und dann hat er auch noch gesagt Dass die Nummer Der Bestie ist Stärke Und viele viele Sachen Verrückte Sachen Was er gesagt hat Und ich fand Er hatte Irgendwie Also man weiß ja Dass der Teufel kann auch heilen Und Genau Und da Er hat viele Menschen getäuscht Selbst Er ist an Anderen Gemeinden gegangen Und hat auch Leute aus der Gemeinde Rausgezogen So weil er Aber diese Heilung Ist ja nicht permanent Und man weiß es ja Das ist nur um die Täuschung Da zu behalten Ja genau Das ist diese charismatische Verführung Sie hat eine große Welle geschlagen In die Christenheit Und kommt hier wirklich Mit gewaltiger Kraft daher Ist einer der größten Strömungen Innerhalb der Endzeit Christenheit Was man den Laudizeer nennt Der Herr Jesus nennt ja Die Endzeit Christenheit Selber in Offenbarung Kapitel 3 Als Laudizeer Und damit Er endet auch die Christenheit Und dann kommt in Offenbarung Kapitel 4 Direkt ein Vers danach Die Entrückung Des Johannes Und das ist sinnbildlich Für die Entrückung der Gemeinde Das heißt also Wir sind jetzt in der letzten Phase Der Christenheit Die stirbt aus Die wahre Gemeinde wird bald Entrückt Und der Rest geht leider verloren Leider Richtig Die Apokalypse Genau Die Apokalypse Ist ja Man sieht ja die Zeichen Und die Leute sollen ja wach sein Und auch die Trompeten hören Also das Zeichen hören Und Ja wenn die das Dann das Signal nicht hören Dann bleiben die verloren Also das ist Schade Ja Der Herr Jesus Werte zurückkommen Um nur seine Wiedergeborenen Heiligen Nachfolger Zu entrücken Der Rest Alles was nicht wiedergeboren ist Wird verloren gehen Und das ist das Gleichnis Von den 10 Jungfrauen 5 sind klug Und 5 sind töricht Also dumm Richtig Die haben ihre Lampen voller Öl Also vollen Heiligen Geistes Ein Sinnbild Auf den Heiligen Geist Und die werden dann entrückt Der Bräutigam kommt Und nimmt sie mit Und die anderen Die eben ihre Lampen Nicht voll haben Also nicht des Heiligen Geistes Sind Den Heiligen Geist Nicht empfangen haben Die werden zurückgelassen Das ist die traurige Bilanz Das ist sehr traurig Ja Und das Tolle ist Dass Gott uns Ja Gemacht hat Dass wir das Licht Für die Menschen sind In der Dunkelheit Dass wir ein Wegweiser sind Dass wir das Salz sind Wir sind das Unterschied Von allen Und wir geben Den Wie ist das Savor Auf Spanisch heißt Auf Deutsch Wenn man Savor heißt Auf Deutsch Wenn man Beispiel Wenn man Dieses Wenn du Salz hast Dann gibst du doch Ein Geschmack Wir sind das Geschmack Ja Genau Wenn Salz fade wird Was wird dann Dann hat es keinen Geschmack mehr Das sagt der Herr Jesus Christus Ja Richtig Das soll ja nicht fade sein Ihr soll nicht fade werden Richtig Aber es soll nicht Zucker Wie das Wie das Volk Andere sein Wir sollen ja das Salz sein Wir sollen das Unterschied sein Wir sollen nicht Mit dem Fluss gehen Wir sollen gegen den Fluss laufen Und das ist Ja Und das ist ja die Ja Matthäus 5 Das ist ja Matthäus 5 Ja Leider sind viele Viele sogenannte Christen Sind nicht im Dienste des Herrn Und die verstecken ihr Licht Und tun die Lampe unter dem Bett Ja Und sind wirklich keine Leuchte Für die Welt da draußen Die Leuchte nicht in der Finsternis So dass die Menschen sich An diesem Licht orientieren können Ja Deswegen Die Christen Booster tun Die sogenannten Und wiedergeboren werden Und Licht sein Und Salz sein So wie der Bruder So wie der Bruder Das gerade gesagt hat Und auch Manchmal ist es so Wir Menschen Wir beten zu Gott Und möchten eine Antwort haben Und da wir mit unseren Problemen So verzwickt sind Sehen wir gar nicht Dass Gott uns manchmal auch anredet Mit anderen Menschen Die er uns dann in der In unsere Umgebung stellt Und er gibt uns dann die Antwort Aber wir sind so in unsere Probleme Selber verzwickt Dass wir gar nicht zuhören möchten Gar nicht Ja Das ist Da hat der Herr Jesus uns auch gewarnt Durch die Probleme und Sorgen dieser Welt Wird das Wort Erfstückt Richtig Lass mich mal ganz kurz Lass mich mal ganz kurz Die wundervollen Worte Des Herrn Jesus Christus Vorlesen aus Matthäus 5 Guck mal Glückselig sind die geistlich Armen Denn ihnen Denn ihrer ist das Reich der Himmel Wie ich den Herrn Jesus Christus liebe Und seine Worte Glückselig sind die Trauernden Denn sie sollen getröstet werden Glückselig sind die Samtsmütigen Denn sie werden das Land erben Glückselig sind die Die nach der Gerechtigkeit hungern Und dürsten Denn sie sollen satt werden Glückselig sind die Barmherzigen Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen Glückselig sind die Sind die reinen Herzens sind Denn sie werden Gott schauen Glückselig sind die Friedfertigen Denn sie werden Söhne Gottes heißen Glückselig sind die Um der Gerechtigkeit willen Verfolgt werden Wie unsere Geschwister in den islamischen Ländern Denn ihre ist das Reich der Himmel Seht ihr Gott sei Dank Danke Herr Jesus Christus Dass du uns Mut gibst Bei der Verfolgung Wie du verfolgt wurdest Und verfolgt wird Immer noch Ja selber Das ist das nicht nur die Geschwister In anderen Ländern Du selber hast es ja An deinem eigenen Leib An deinem eigenen Leib Gespülen bekommen Ja Du bist dein Glück gemeint Glückselig seid ihr Wenn sie euch schmähen und verfolgen Und lügnerisch Jegliches böse Wort Gegen euch reden Und meinet Willen Freut euch und jubelt Denn euer Lohn ist groß im Himmel Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt Die vor euch gewesen sind Ihr seid das Salz der Erde Wenn aber das Salz fade wird Womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt so nichts mehr Als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird Ihr seid das Licht der Welt Es kann eine Stadt Die auf einem Berg liegt Nicht verborgen bleiben Man zündet auch nicht ein Licht an Und setzt es unter den Scheffel Sondern auf den Leuchter So leuchtet es allen Die im Haus sind So soll euer Licht leuchten Vor den Leuten Dass sie eure guten Werke sehen Und euren Vater im Himmel preist Amen 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 Sehr wichtig Da geht es schon wieder um die Werke Siehst du Amir Durch Glaube kommt es wieder Zu Werken Des Glaubens Und das ist das Licht So ist es So ist es Und Beispielsweise Ich kann ein Zeugnis sagen von mir Beispielsweise Wo ich Das ist aber schon ein bisschen länger her Wo ich zwölf Jahre alt war Ist mir was passiert Dass Jesus Christus mir mein Leben geschenkt hat Es war so Dass ich im Weg war von der Schule Zu meinen Eltern Friseurgeschäfte Und Ja Ich Wollte einfach nur die Straße rüber Ich habe Kein Auto gehört Kein Auto gesehen Hab links und rechts geguckt Hab nichts gesehen Bin einfach zwei Schritte nach vorne Und von nichts kam dann ein Auto Das war ein Golf Der ist 120 gefahren Er hat mich Getroffen Ich bin zehn Meter geflogen Ich bin auf dem Boden aufgeschlagen Und mir ist nichts passiert Das Auto ist aber total schaden gewesen Das hat keiner geglaubt Das hat wirklich so ausgesehen Dass der Auto gegen einen Baum Gekommen Aber das war gar nichts Da nur ich Und dann wo ich Aufgestanden bin Ich hatte so ein Gefühl Ob einer mich getreten hätte Aber Mehr ist Mehr nichts Unglaublich Keiner dem Weil Jesus Der dich behauptet Amen Gott hat mir bewahrt Und Die Menschen Die mich dann Also alle zu mir gekommen sind Die haben gesagt Junge Geht's dir gut? Ich sag so Ja Ich bin doch nur runtergefallen Ich hab gar nicht geschickt Was mit mir passiert ist Und dann sagen die So zu mir Wirklich geht's dir gut? Ich sag so Ja Und dann hab ich Weil meine Eltern ja Im Friseurgeschäft hatten Hat nicht gesagt Mensch wollen sie sich Haare schneiden? Ich hab gar nicht Gedacht So mit dem ganzen Problem Was da war Und die Leute sagten zu mir Mensch guck doch nach hinten Junge Guck mal nach hinten Was du gemacht hast Und ich gucke nach hinten Und dann sehe ich Das Auto voll kaputt Und so Und da hab ich mir gesagt Das geht noch gar nicht Das hab ich noch gar nicht gemacht Dann hab ich gesagt Danke Jesus Danke Dass du mir geholfen hast Und dann nachher Bin Die Menschen sind weiter zu mir gekommen Und haben mir gesagt Ich soll mich sitzen Ich hab gesagt Wieso? Mir geht's doch gut Und dann sind Die Krankenwagen gekommen Also der Krankenwagen ist gekommen Und dann Die haben geguckt Und haben das gemessen Und alles Diese Polizei ist gekommen Und die haben gesagt Dieser Junge konnte Normalerweise gar nicht Leben Der musste Jede Knochen Müsste zerbrüsseln So stark Wie die Frau Gefahren ist Diese Runde 20 Haben die gesagt Und er hat ja Seisaltos gemacht In der Luft Auch noch Er musste ganz normalerweise Ganz kaputt gewesen sein Tot sein Und den Tag Da haben die Eigenen Von den Von den Krankenwagen Und alle Haben Jesus angenommen Haben gesagt Diesen Tag Und alle haben gesagt Nein 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 Nicht anfassen Nicht anfassen Und Ja Meine Eltern waren ja außer sich Die wussten nicht was los ist Also Mit mir Aber Das ist ein Wunder Davon Und wird uns natürlich auch schützen Ohne Gebet Aber es ist unsere Pflicht Füreinander zu beten Richtig Richtig Und jeder Mensch hat Wie gesagt Andere Donnis Donnis heißt bei uns Auf Deutsch Auf Deutsch heißt das Don ist ein Wenn man Wenn man Gaben hat Man hat Gaben Genau Donnis heißt Gaben Also jeder Mensch Danke schön Eine Million voll Danke Die Entschuldigung Dass ich unterbrochen habe Eine Million Likes voll Wahnsinn Das ist Wahnsinn Ja Die unterstützen mich Wie ich wüsste Aber Das ist Ja Und jeder Mensch Er hat Gott gibt seine Gaben Verschieden Beispiel Mir hat er Die Gabe gegeben Mit Menschen zu kommunizieren Menschen sehen Dass Ich offen zu dem bin Die sagen immer Mensch Warum bist du mal fröhlich Ich habe gesagt Weil Jesus in mir lebt Und Mein Herz immer Und ich soll Mein nächstes lieben Wie Wie ich mich selbst liebe Und Viele Menschen Sehen das als Schwäche Aber andere Menschen Sehen das als Stärke Also Wie gesagt Die Leute Die nicht Das kennen Die Denken Oh der ist Ein bisschen Ballaballa Aber das hat nichts Mit das zu tun Das hat zu tun Dass man den wirklich liebt Aber es ist So Also man hat seine Guten Erfahrungen Und schlechte Erfahrungen Mit Menschen Aber man gibt ja Was Gott ein Man sieht Man sät Sät heißt das Man sät Man sät Genau Und man erntet Gute Früchte So ist das Sehr schön Genau Und ich denke auch Also Okay Die Zeit Also für mich Das nicht gewesen war Um zu sterben Darum hat er mich Dann errettet Ja genau Du hast noch Deine Aufgaben Zu erledigen Richtig Richtig Danke dem Herrn Jesus Alle Zeit Die ganze Hundert Tag So ist es Amen Gott segne dich Mein Lieber Danke für deine Danke für deine Ausführung Danke für Deines Zeugnis Danke 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 Das ist auch wieder ein schönes Zeugnis Dass man sieht dass der Jesus lebendig ist und seine Leute bewahrt Amen Amen Deswegen sage ich Leute verpasst es nicht Redet mit Gott und sagt Offenbare dich mir mein Gott Wer bist du? Der Jesus Selbstkommar Was ist das? Was ist passiert? Warum lachst du? Ich will auch mitlachen Was ist passiert? Oh mein Gott So Leute Jetzt mach schnell noch die zwei Millionen voll Du Lilian Hallo Ich kann mit Chase Abo Amir auch gut schlafen Danach nach zwei Millionen Likes Hallo Kann man mal sehen Nee ne Ja bist du Ich kann nicht aber hören Bitte Ja bist du Ich bin 28 Und du? Nee Schon okay Deine Stimme hat sich so sehr jung angehört Nicht dass mein Stream gesperrt wird Nee nee Auf jeden Fall Das sagen viele Aber kann ich auch gut verstehen Ich habe nur eine Frage an dich Ich muss kurz das Fenster schließen Also ich habe dich jetzt in deinem jetzigen heutigen Stream Habe ich dich nicht so wirklich Ich habe nicht wirklich viel von dir mitbekommen Ich habe dich nur einmal gesehen Das war vor ein paar Wochen Und da hatte ich schon eine Frage an dich Und zwar ist mir da ganz stark aufgefallen Dass du extrem den Islam schlecht redest Deswegen hatte ich eine Frage an dich Okay Meine Frage ist Du bist ja ein neuer Christ Richtig? Weiter Ja Warum fokussierst du dich nicht auf deinen neuen Glauben? Mache ich doch Merkst du das nicht? Ich merke das ehrlich gesagt nicht von dir Weil du hast dir extrem Mühe gegeben Eine andere Religion schlecht zu reden Und ich kenne zum Beispiel sehr viele Christen Und die sind so von ihrer Religion überzeugt Zum Beispiel auch Leute in den Kirchen Pastoren Und wie sie alle heißen Und die reden Wirklich zu 99% über ihre eigene Religion Ja Das ist doch auch gut so Aber wenn auf einmal eine Schrift auftaucht Die sagt Nee, nee, nee Diese Bibel, die du in deiner Hand hältst Die ist verfälscht Du darfst nicht dran glauben Und wenn du dran glaubst Dann werden wir dich einen Kopf kürzer machen Was hältst du denn davon? Würdest du nicht auf die Idee kommen Dann Aufklärung zu betreiben Und das Ganze auseinanderzunehmen Und nachzuforschen Ob das von Gott kommt? Oder was ist das denn jetzt? Aber du bist doch jetzt Christ Also du bist doch kein Mensch Beantworte erst mal meine Frage Dann können wir weiterreden Also diese Manipulationsversuche Die gehen bei mir gar nicht durch Okay, alles klar Ich danke dir für das tolle Gespräch Man merkt richtig, dass du nicht bereit bist Dankeschön Weil auf so einen Blödsinn habe ich keine Lust Versteht ihr? Ganz einfaches Prinzip Also wenn eine Schrift auf einmal auftaucht Und dann behauptet Die letzte Offenbarung Gottes zu sein Ist das nicht unsere Aufgabe Als Christen sofort nachzuschlagen Und zu sagen Hey warte mal Mohammed behauptet Ein Prophet zu sein Der Herr Jesus Christus Warnt uns in Matthäus 7 Vor falschen Propheten Also müssen wir losziehen Und die Leute warnen Damit die Schafe nicht verführt werden Und sie in den Islam eintreten Aufklärung machen Die Finsternes aufdecken Unglaublich Das ist auch so Shisha-Muslimer leider Ja, weil sie will nicht Dass ich darüber rede Damit alle verloren gehen Das ist so eine Aber das kann ich nicht Um der Wahrheit willen Werde ich niemals meinen Mund halten Und wenn Mohammed daherkommt Und behauptet Ein Prophet zu sein Dann müsste er auf den Prüfstand gestellt werden Genau wie der Islam Wir können doch nicht einfach blind glauben Wenn dir einer sagt Ja, das ist die letzte Schrift von Gott Ja, okay Dann nehmen wir das alle an Oder würden wir uns hinsetzen Und das Ganze nachforschen Was es überhaupt für eine Schrift ist Kann doch nicht normal sein Wo leben wir denn? Keiner würde von uns akzeptieren Und sagen Ja, das ist die Wahrheit Daran hast du zu glauben Wer geht denn so vor? Ja, gib mal her Ich möchte das mal selber prüfen Was steht überhaupt da drin? So einfach blind glauben oder was? Ja Wer geht denn so vor? Wer geht so mit seiner Seele vor? Wer geht so mit seiner Seele um? Sollen Mohammed als Propheten akzeptieren oder was? Ist doch Quatsch Jeder Christ der das Jeder Christ der nicht Seinen Mund aufmachen will Was ist das für ein Christ? Kannst du mir das mal bitte sagen? Das ist das heftige Amir Die würden ihren Urlaub Nicht so oberflächlich planen In ihren Urlaub planen Die akribisch genau Ja Aber wenn es um ihre Ewigkeit geht Ist Ah Dann Jeder hat seine eigene Religion Da ist auf einmal Die Wahrheit unwichtig Aber wenn es um Urlaub geht Da sind die sehr genau Bis zum letzten Cent Ist das ausgeplant Also geplant Und ausgerechnet Ich hole den nächsten rein Hohne mal den Bruder Dennis hoch Amir Amir Ist der Bruder Dennis da nicht oben? Hallo 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 Hört man mich? Ja Okay Ich habe eine Frage Und zwar Was mich ein bisschen stört Beim Christentum ist Dass mir keiner noch Nicht richtig erklären konnte Dass Also ihr glaubt ja an einen Gott Der halt so drei Teile hat mäßig Und das verstehe ich nicht Ob du mir das erklären könntest Willst du ihm das erklären? Wie du möchtest Kannst du machen Oder soll ich machen? Ja Mach, mach Bitte? Mach du mal Erklär ihm das Ja also Gott hat sich In Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart Und das sehen wir schon Im Alten Testament In dem ersten Buch Mose Genesis Da spricht Gott Lasst uns Menschen machen Uns ähnlich Und als der Gott sprach Sein Wort Durch das Wort Ist alles entstanden Und dann siehst du Wie der Geist Gottes Auf dem Wasser schwebte Und da wir im Ebenbild Gottes Geschaffen worden sind Müssen wir auch dreieinig sein Du selber bist ein Mensch Bestehend aus Körper, Geist und Seele Alle drei Machen dich als Menschen aus Genauso ist Gott Ein Gott Bestehend aus Vater, Sohn, Heiliger Geist Unser gesamtes Dasein Besteht aus Dreieinigkeit Beispielsweise Haben wir die Zeit Zeit Bestehend aus Vergangenheit Zukunft Zukunft und Gegenwart Nur damit du das verstehst Eine Verdeutlichung Als Beispiel Es bleibt aber trotzdem Alles die Zeit Richtig? Trotzdem sind es Drei Komponenten Okay Und so ist auch Gott Okay Und dann verwirrt mich Noch eine Sache Aber hast du dafür geschickt Dass Gott sich in drei Personen offenbaren kann Er kann ja alles Okay, ja Du darfst ja Gott nicht Mit deinem Verstand einschränken Ja Und so viel ich mitbekommen habe Steht in der Bibel Dass Jesus Zum Vater gebetet hat Aber der Vater Bist auch zu Jesus Also beten die zueinander Richtig Die sprechen miteinander Gebet ist ja sprechen Genau Aber Jesus Sie bitten aber niemals um Vergebung Keiner von ihnen Bittet ja den anderen um Vergebung Sondern die Beziehung Muss ja aufrechterhalten werden Verstehst du? Das ist das Problem Was die meisten Muslime Ja nicht lassen Okay Und ihr glaubt Ihr glaubt Also Kannst du mir erklären Was Also In welch Also Ihr sagt Dass halt Gott In drei Teile Aufgeteilt wurde Also Ich und diese Teile Der Vater Der Heilige Geist Und was noch? Vater Sohn Heiliger Geist Okay Und Jesus ist davon was? Der Sohn Der Sohn Und der Sohn betet zum Vater Genau Wie der Vater auch zum Sohn betet Der Vater betet zum Sohn Das heißt Gott betet zu Gott So ist das Und wie kann das sein? Warum muss Gott zu jemandem beten? Es ist kein Gebet Wenn du denkst Wie wir Menschen zu Gott beten Um Vergebung Nein Es ist ein Gespräch Das die beiden miteinander führen Verstehst du? Kommunikation Kommunikation führen Innerhalb der Gottheit Also redet Gott mit sich selber Ja Nein So wie Hast du auch Selbstgespräche geführt? Ja Ja Aber wie geht das? Du bist nur eine Person Mit wem redest du da gerade? Wenn du selbstgespräch bist Ja ich rede in den Raum hinein Und rede so mit mir selber Also du mit dir Also zwei Personen Nein Alleine oder die zwei Personen Bist du ein Und nur alleine Eine Warum redest du dann mit dir? Ja weil ich mich selber verstehen will Beispielsweise Du siehst du redest mit dir Also Selbstgespräche Aber es ist ja eigentlich Du redest ja mit dir selber Das sind zwei Sachen Du und dir selber Ja aber ich rede mit mir selber Damit ich mich verstehe Und mein Gott mit sich selber rede Damit er sich versteht Geht es ja nicht Weil Gott weiß es ja schon Was er wissen will Es geht darum Dass du einfach mit dir selber redest Innerhalb einer einzigen Person Du musst dich Du bist so eine Person Da muss doch jemand anderes dir zuhören Weil es zwei Personen sind Aber wenn du mit dir selber redest Dann macht das ja keinen Sinn Mit einer Person Anscheinend ist es doch Zwei Komponenten Die einander zuhören Der eine redet Und der andere hört zu Ja aber ich rede mit meinem Namen Zu meinem Namen Also nehmt mir an Ich heiß Jonas Ich rede als Jonas zu Jonas Und der Sohn bei euch Redet zum Vater Also es sind ja zwei verschiedene Sachen Kann er das machen Kann er das machen Wenn er es will Wahrscheinlich schon Kann Gott zu sich selber auch sprechen Innerhalb der Gottheit Kann Gott alles Gott kann alles Also siehst du Da hast du die Frage schon beantwortet Gott kann alles Er kann sowohl als Mensch Auf diese Erde kommen Ein perfektes heiliges Leben führen Aber auch gleichzeitig Im Himmelreich sein Als Mensch sterben Die gesamte Universum Trotzdem in seiner Hand halten Und am dritten Tage auferstehen Weil Gott ist nichts unmöglich Haben wir das jetzt durch? Ja aber genau Das ist mein Punkt Das ist gerade angesprochen Gott kann als Mensch da sein Weil Gott ist ja unendlich Und das heißt Wenn er als Mensch auf die Erde kommt Ist er ja endlich Das heißt er hat ein Ende Und es kann ja nicht sein Dass Gott ein Ende hat Nein Nein Gott hat sowieso nie ein Ende Aber als er sich entschlossen hat Als er sich entschlossen hat Die Prophetien auch zu erfüllen Beispielsweise in Zachariah 12, 10 Misha 5 Und Jesaja 9, 5 Jesaja 53 Da haben wir die Prophezeiung Dass Gott sich selber ankündigt Zu seinem Volk zu kommen Und für die Sünden der Menschen zu sterben Und das geht nur Wenn er die Form eines Menschen annimmt Verstehst du? Das verstehe ich Aber warum muss Gott jetzt Für die Menschen sterben? Weil das perfekte Opfer gebracht wurde Ja aber Warum muss das perfekte Opfer gebracht werden? Weil durch einen Menschen die Sünde Die Bibel sagt Weil durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam Musste durch einen perfekten Menschen Die Sünde aus der Welt tragen Deswegen wird der Herr Jesus Christus Auch das Lamm Gottes genannt Weißt du wie unschuldig Lämmer sind? Die haben ja keine Schuld Ja Und das ist der Herr Jesus Christus Er ist als unschuldiges Lamm Für uns ans Kreuz gegangen Und hat mit seinem heiligen und kostbaren Blut bezahlt Ich lese dir mal bitte Apostelgeschichte 20, 28 vor Damit du das verstehst Komm her Apostelgeschichte 20, 28 Ich lese ab 25 Damit wir den Kontext haben Und nun siehe Ich weiß Dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet Ihr alle Bei denen ich umhergezogen bin Und das Reich Gottes verkündigt habe Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag Dass ich rein bin Von aller Blut Denn ich habe nichts verschwiegen Sondern habe euch Den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt So habt nun Acht Auf euch selbst Und auf die ganze Herde In welcher der heilige Geist Euch zu Aufsehern gesetzt hat Um die Gemeinde Gottes zu hüten Die er durch sein eigenes Blut erworben hat Wie kann denn Gott bluten? Kannst du mir das mal erklären? Gott kann nicht bluten So viel ich weiß Also Ja Was meinst du Was könnte hier der Schlüssel Ich habe das nicht ganz verstanden Deshalb würde ich dich bitten Du weißt ja Dass Gott nicht bluten kann Aber dennoch Hat er durch sein Blut Die Gemeinde Erworfen Erworfen Richtig Ja Wie kann das sein Wenn Gott nicht bluten kann Was könnte dann Das Verständnis davon sein Was meinst du? Das ist ja das Was ich nicht verstehe Was für mich keinen Sinn macht Was könnte das Was könnte das Verständnis davon sein? Inwiefern Inwiefern Verständnis Komm Ich komme gerade Du musst das lösen Er versteht das nicht Du musst das lösen Das Das kann nur sein Wenn Jesus Christus selber Gott ist Und als Fleisch und Blut Hier auf diese Erde kommt Und mit seinem Blut bezahlt Verstehst du? Jetzt begriffen? Wenn der Herr Jesus Christus Als Gott Schon in Ewigkeit her Auf die Erde kam Und sein heiliges Blut Für uns vergossen hat Das ist es Der durch sein eigenes Blut Erworben hat Und daran sehen wir Dass Jesus Gott ist Aber ich verstehe Ich hätte Gott nicht Irgendeine andere Lösung Nehmen können Irgendetwas anderes Machen können Damit die Sünden Das wäre ja ungerecht Er wird zwar barmherzig Einfach so vergeben Ja Aber er wäre auch Ungerecht Gerechtigkeit Und barmherzigkeit Schließt in sich Gegenseitig aus Ja ne Ich meine Ich meine Ich meine ja nicht Damit es Er keine Ahnung Irgendwie Was falsches macht Oder soll ich Einfach nur Damit er eine andere Lösung findet Die halt gerecht Wäre Beispielsweise Dass die Menschen Irgendwie etwas machen Müssen Damit sie selber Für sich halt Die Sünden Wieder Keine Anrufen Machen Damit es keine Sünden mehr gibt Geht er nicht Der Mensch Ist ein Sünder Der macht Sünde Bis zum Tod Er macht einfach weiter Jeden Tag weiter Mit der Sünde Er sammelt Auf seinen Rückern Sünde Bis zum Tod Ja Selbst wenn er Heute sich vornehmen Würde Der Mensch Ab heute werde ich Nie wieder lügen Du weißt was Also trotzdem machen Genau Deswegen muss die Sünde Aus der Welt Geschaffen werden Es muss Beznamt werden Ein für alle Mal Okay Aber Der Christentum Glaubt doch an die Hülle Und an das Paradies Oder nicht Ja natürlich Und wenn Gott Die Sünden der Menschen Weg gewaschen hat Warum kommen dann Leute in die Hülle Oder Leute ins Paradies Wenn ja kein Mensch Sünden hat Dann wird ja jeder Ins Paradies kommen Ja aber du musst doch Den Herrn Jesus Christus Annehmen Damit das heilige Blut Dich erwaschen kann Vor dieser Ungerechtigkeit Die in dir ist Und dass du vor Gott Dem Vater dann bestehen kannst Warum denkst du denn nicht weiter Also hat Gott Nur die Sünden Der Christen gelöst Aber die Welt nimmt das ja nicht an Jeder kann durch diese Dusche Durch diese Dusche hindurch gehen Und sich waschen Rein waschen Seine Sünde Durch das Blut des Lammes Aber nur die wenigsten Nehmen das an Für sich Dieses Geschenk Okay Und Keine Ahnung Und warum Warum hat Warum hätte Gott Wenn er Jesus ist Warum hätte er nicht Zu den Menschen kommen können Und hätte beispielsweise Sagen können Ja ich bin Gott Ich bin Jesus Ich kann alles machen Und es den Menschen So zeigen können Dass es jeder annehmen muss Die haben es ja trotzdem nicht Nicht geglaubt Ja aber Wenn Gott ja sagt Ihr müsst glauben Und wenn Gott macht Dass sie glauben müssen Dann werden die ja glauben Der kann den freien Willen ja nicht wegnehmen Das ist das ja Der lässt ihn ja aus Liebe heraus Den freien Willen Er kam in das Seine Doch das Seine hat ihn nicht erkannt Guck mal hier Johannes 1 Vers 1 bis 14 Das ist das so Du hast noch nie die Bibel gelesen Nein Man kann es ja nicht als Puppen erschaffen Wo wir keine Wahl haben Außer ihn anzubeten Nein Du hast die Wahl Ihn anzubeten Oder du hast die Wahl Ihn nicht anzubeten Das liegt an dir Gott zwingt dich nicht Er liebt dich so Dass er dir den freien Willen gegeben hat Ihn zu lieben Oder ihn zu hassen Beides darfst du Aber du wirst eine Konsequenz dafür haben In der Ewigkeit wirst du eine Konsequenz haben Okay Das heißt Und so heißt es Und so heißt es In Johannes 3 Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt Dass er seinen eingeborenen Sohn gab Damit jeder der an ihn glaubt Nicht verloren geht Sondern das ewige Leben erhält Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt Dass er die Welt richte Sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird Siehst du Das heißt Gott hat seinen Sohn geschickt Richtig Jesus Jesus Genau Der Vater sendet seinen Sohn Beide sind Gott Gott Der Vater sendet Gott den Sohn In Menschen Okay Okay Das habe ich verstanden Aber was ist dann Wenn der Wenn Jesus sagt Ich will Nur ein Beispiel Ich will Dass der Apfel rot ist Aber der Vater sagt Ich will Dass der Apfel grün ist Was ist dann Das geht ja nicht Weil alle Willen Alle drei Komponente Gottes Haben einen und denselben Willen Keiner hat einen Willen gegen den anderen Die sind in perfekter Harmonie Ja aber wie haben die dann Wie können die dann in drei Teile aufgeteilt sein? Der andere Gott nicht 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 Ja aber ist er nicht Es bleibt trotzdem Vergangenheit Gegenwart und Zukunft Du kannst machen Es bleibt bei drei Ja Es ist so fest Aber du hast gerade gesagt Man könnte das ja in fünf Teile aufteilen Ja versuch mal Versuch mal Zeit in fünf Teile aufzuteilen Geht nicht Raum Zeit Materie Raum Zeit Materie Das sind die drei Dinge die unser ganzes Universum bestimmen Ja Also Zeit Bestehend aus Zukunft Vergangenheit und Gegenwart Raum Materie Flüssig fest Gasförmig Und Weiter Raum Materie Und was war noch Was hast du noch gesagt? Und Raum Bestehend aus Höhe Tiefe Breite Genau Also da hast du noch Dreieinigkeit in allem Ja Das ist doch nicht normal Hast du es jetzt gegriffen? Der dreieinige Gott der Bibel hat uns seine Unterschrift hinterlassen, wie wir ihn erkennen, indem wir unsere ganze Dasein, das ganze Universum sehen, dass Raum, Zeit und Materie, alles was unser Dasein ausmacht, nach seinem Ebenbild geschaffen wurde. Alles ist dreieinig Ja Damit kein anderer Gott kommen kann und das klauen kann, weil Gott mit seinem Stempel draufgeklatscht hat, verstehst du? Genau Ja, ich verstehe Nur eine Sache noch, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt beantwortet wurde und dann gehe ich auch Was für mich auch ein sehr großes Problem ist Gott ist ja unabhängig von Raum und Zeit, weil er muss ja vor allem da gewesen sein und nach allem da sein, oder nicht? Ja, er ist ewig Er ist ewig, also war immer da und bleibt immer da Und was mich stört, ihr sagt, Gott ist als menschliche Person, also als Sohn, zu erde gekommen, um für die Sünden zu sterben, somit halt, dass er die Sünden so frei waschen kann, sag ich mal, dass die Sünden halt Ja Ihr wisst, was ich meine Dass der Weg geebnet ist, um die Sünden zu vergeben, ja Genau, aber dann ist er ja nicht unabhängig von Raum und Zeit, weil er war ja in dieser Raum und Zeit Ja, aber er kann doch alles machen, er ist doch unabhängig von Raum und Zeit und er kann sich doch selber entschließen, in diese Materie einzudringen Das muss doch Gott überlassen Er kann sich aber ja nicht widersprechen, Gott kann sich ja nicht widersprechen Das heißt, wenn er sagt, er ist unabhängig von Raum und Zeit, kann er ja nicht in diesen Raum und Zeit reingehen, sondern er ist abhängig Du schränkst die ganze Zeit Ja, genau, sag ich mal, Gott darf nicht eingeschränkt werden Ja, das ist das, du schränkst Gott mit deinem Verstand ein, das geht nicht Gott steht über unsere Vorstellungskraft, du kannst doch nicht ein unbegrenztes Wesen mit deinem begrenzten Verstand erklären, das ist doch Quatsch Ja, ich verstehe, ich verstehe aber Gott ist doch weitaus mehr als unser Pipi-Verstand, den wir in uns haben Kann Gott Mensch werden und gleichzeitig das ganze Universum lenken, oder kann er das nicht? Ein Gott kann nicht Mensch werden, weil wenn ein Gott Mensch wird, ist er nicht unabhängig von Raum und Zeit Ach, du heilige Kann, mein Bruder hat die Frage gestellt, kann Gott Menschen und das gesamte Universum dennoch lenken und leiten? Kann er sowas? Ein Gott kann nicht Mensch werden für mich, das will ich sagen Okay, danke, ich merke schon, du hast eine Barriere drin, mein Lieber Gott, du schränkst Gott ein Nein, nein, das bringt nichts, er hat eine Barriere drin, er kommt immer wieder zu dem gleichen Entschluss, er schränkt Gott mit seinem Verstand ein, das bringt nichts Ja, man muss den Leuten Zeit geben, eben auch ihren Verstand zu öffnen Ja, man darf einfach Gott nicht mit seinem Verstand einschränken, der Herr Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13, 8 Ja, Amen Guten Abend, Amir Hi, Gott segne dich Danke dir auch, Bruder, wie geht's dir? Dankeschön, Handel, Jede und dir Danke, kannst du schon Arabisch sprechen oder nur Deutsch? Ne, einige Sachen kann ich auswendig, aber Arabisch spreche ich nicht Achso, ja Tja, ich wollte auch sagen, Jesus hat mein Leben auch sehr viel Änderung Bist du Ex-Problem? Sehr viel Änderung gemacht Ähm, kann man so sagen, nein, aber ich war nur so nah mit Christen geboren Namens-Problema oder namens-Christin? Christen Okay Ja, aber ich komme aus dem Irak Irak Das ist Irak Kennst du die Aramäer eigentlich? Hast du schon mal gehört, die Aramäer? Ja, sie sind verteilt in Irak und Syrien, ja Verfolgen, ja Du weißt genau vor zwei Tagen, was passiert ist Ja, nicht weit Ja Ja, das aramäische Volk, das armenische Volk ist in der Christin und die werden dann sehr hart verfolgt die ganze Zeit von den Muslimen dort Das ist sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr traurig Sehr, sehr traurig und du weißt das genau als Ex-Muslim weißt du und da steht auch im Koran alles Ja, natürlich, du kannst ja alles eins zu eins lesen, ne, 29, 29, 29, 29, 28, 30 Ja, deswegen habe ich, warum habe ich das erstes Mal, soll ich sagen, vor zwei, drei Monaten, ich gucke in deine Lives immer Ich wollte eigentlich immer mit dir teilen, aber leider hatte ich keine Zuschauer, hatte ich nur 69, dann habe ich immer gewartet Aber weißt du, was ich gemacht habe, ganz ehrlich, ich habe mein Bild gemacht und dann habe ich so viele Flora bekommen Die dachten, die dachten auf einmal eine Frau, die man anschreiben kann Ja, was soll ich machen, verstehst du mal Ich wollte, ja, ja, und ich bin so, ganz ehrlich, bin ich wie Au-Pair aussieht Ja, ich sehe hell, blond, blaue Augen und deswegen, die schreibe, bekomme ich so eine Frau Und jetzt kann ich endlich Ja, das gleiche ist ja, dass der Schwester Mariam passiert Die hat einmal ihr Bild reingemacht, auf einmal haben alle sofort ihr geschrieben, ne Ja Die wollten alle sie kennenlernen Ja Bei mir ist es so schwierig, ich glaube mir ist es so schlimm bei mir, Facebook, alles weißt du, weil ich bin Sehr selten siehst du in arabischen Ländern sehr helle Frau, blaue Augen, blond, verstehst du Und deswegen bekomme ich so viele, aber du weißt genau, sollte ich auch sagen, mich auch so vorstellen Wie gesagt, vor sieben Jahren hätte ich so viele, ich habe immer nach Gott gesucht Und weißt du, was ich gemacht habe, ich habe angefangen zu lesen, sehr viel zu lesen, Religion, nicht nur Christentum, sondern Islam habe ich komplett gelesen, sehr viele Sachen, Koran habe ich das auch gelesen Ja Ja, ich habe in Bosos gelesen, habe ich Asiatisch auch, ich habe in Indien auch ein bisschen schon gelesen Ja Und ganz ehrlich, nicht nur, dass ich alles Christen geboren, ich war nur Namis, sondern ich habe wirklich das gesehen, die einzige, wo ich die Liebe und Frieden und der Frieden war Und die Liebe gesucht habe, weißt du, das war wirklich Jesus Und ich habe wirklich auch mit Jesus gesehen Ich habe richtig Jesus gesehen und der Jesus, weißt du, was Schönes bei mir war, als Frau Ich habe immer nach der Liebe gesucht, immer, weißt du, immer nach der Liebe und so einen Falschund, ich habe leider sehr viel miterlebt in meinem Leben Ich habe sehr viel Enttäuschung in meinem Leben und wehgetan und Schmerz hart und sehr traurig auch Und deswegen, weißt du, ich habe nach gesucht, dass ich, wie sagt man das, dass ich immer Liebe finde, dass ich mich lieb, immer wie ich bin, zu nah zu Frauen Und ich habe wirklich, weil ich den Bibel gelesen habe, ich habe so viele Beispiele gesehen, wo die, dass Jesus die einzige, wo der mit Frauen war Genau, da gibt es so viele Beispiele, weißt du, Maria Magdalena, Samarita, Marta, ich habe, ja, und das mich so, weißt du, und das Schöne ist, ich habe so Gefühle bekommen, dass ich auch, ich habe eigentlich auf einmal, hat mich sehr viele Menschen in meinem Leben, wo ich nicht erkannt habe, wo ich nicht kenne, soll ich eher sagen Auf einmal die Türe geöffnet von mich, christliche Leute, auf einmal habe ich auf einmal auf der Straße kennengelernt, ich habe mit dem geredet, ich habe irgendwie drinnen in meinem Herz, drinnen so Liebe gespürt, weißt du, so Umarmung, so, ich bin da, ich bin vor dich da Und ich habe vor dich da, ich würde, du wirst nicht mehr traurig sein, du wirst nicht mehr Enttäuschung sein Und, Amen, Halleluja Und seitdem, weißt du, ich, aber nicht lachen über mich, glaube ich, wie mein bester Freund Ich sage, ich kann, wenn ich zum Abstehen, ich sage immer, Jesus, guten Morgen, ich habe den Namen, danke, ja, weißt du, wenn ich zum Beispiel mich traurig bin und wie war mein Tag, ich rede mit ihm so viel, ich kann nicht, ich fehle mich, weißt du, ich fühle mich in meiner Wohnung manchmal alleine zu sein, ohne ihm, ich fühle, dass er da ist, weißt du, ich, wie mein bester Freund, ich rede nicht mal mit meinen Eltern, Und deswegen sehe ich auch in deinem Leben, wie die verändert ist, nicht nur uns, weißt du, wenn du Bibel liest, so viele Beispiele, weißt du, dass er, seitdem wurde Jesus, wie sagt man das, Jesus kennengelernt, wie Patron, wie Johannes, Paulus zum Beispiel Und deswegen, ich kann, weil ich kann arabisch richtig gut lesen, so ich sage aber du musst auch auf agamisch lernen das heißt ja genau die haben angefangen arabisch zu schreiben hier sind einige arabische christen drin erinnert aber mehr sind sehr viele hier drin ist natürlich okay ja das solche kasse beziehen dich vorstellen woher bist du eigentlich weil ich kenne nicht so richtig wie war wie hast du denn jesus kennengelernt wie war dein lieben ich sehe ich wie sagt man maschallah unsere gesicht immer strahlen ich weiß du weißt du mich auch wenn ich auf die straße bin gesagt warum denn gesicht strahlen immer sagt leute das ist heilige geist bin und sehe ich auch wenn die erweist der armin natürlich der geist gottes der geist gottes denn uns platz nimmt der verleitet uns natürlich dazu freude zu haben friede freude das sind ja alles die dinge die der apostel paulus ja auch nennt denn erste korinther 13 wie ich dann halt zum glauben gefunden habe seine sehr lange geschichte ich habe das ausführlich auf youtube erklärt ich habe das eine stunde und 18 minuten habe ich dort losgeredet und das kannst du dir in ruhe angucken grob gesagt habe ich mir sehr viele debatten angeguckt und habe mir gedanken gemacht um meine ewigkeit und kamen zu dem entschluss dass der islam die allerletzte lüge ist und der jesus christus die absolute wahrheit ist noch so kannst du das ungefähr vorstehen aber wenn du dir zeit ist ein ganzes in ruhe angucken und dann kannst du dir ja das genau was sagst du dazu weißt du was ist die muslimen so hassen in an der religion und hassen die menschen denkst du das macht der gott des islams auch das ja ja und das das ist das problem weißt du nicht bei den muslimen sondern das problem das ist buch das buch ist problem was steht drinnen ist und leider weißt du was was mich ärgerlich ist die europäer sehr viele kennen das nicht und gibt es ab tik tok auch weißt du ich sehe ich auch so viele live zum muslimen die machen das auch alhamdulillah einen deutsche der ist muslim geworden alhamdulillah weißt du die freuen sich und ich bin hundertprozentig sicher weißt du wenn ein europäer in islam reingekommen der kann gar nicht kann nicht mal lesen die liest man arabisch auch schrift und weiß genau ist es auch schwer zu verstehen und gibt es so viele auch viele muslimen die verstehen wirklich was drin steht zum beispiel ein türken was viele viele freunde aus der türkei ich kenne den was diese wenn die wissen dass ich aus dem irak könnte und dass ich arabische schrift fahrer ich heiße fahrer war wäre so schön dass du uns dies bitte du kannst schriftlich wie wir verstehen gar nicht und und deswegen das ist auch das finde ich auch weißt du ich finde es auch ungerechtig weißt du dass ich aller warum bringt eine profit in arabischen land und was war deine geplant dass er in profil araber nur schrift und ich habe auch was du ich habe ich weiß ob du kennst hamad abdu samad ich habe so viele bücher von ihm gelesen und es ist eine wunderschöne bücher hat er aber ganz einfach bei amazon bestellen und ich habe auf arabisch gelesen und er hat auch gesagt weißt du was ist der plan geplant hatte allah dass ein profil in arabien und auf die welt bringen und ich habe gelesen weißt du da früher du weil der schrift eigentlich der ist nicht auf arabisch geschrieben eigentlich der koran sondern auf aramäisch geschrieben und ich weiß ob du kennst der war aber dann fällt genau genau von hadija und al-raha buhayra auch diese beiden haben den plan erfunden diese beiden diese aus der kirche ausgeschlossen zwei münchen wir haben den islam ins leben gerufen gerufen und das war die eine größte teufel der beide weiß doch hadija diesen frei und deswegen die wand ist eine kraft auf all und das und dass die islam profit und eigentlich weißt du ich habe warum habe ich es dann so viel gelesen weil ich da ich habe auch ich wollte auch eigentlich suchen vielleicht habe ich gedacht islam der ist richtig weißt du aber ich habe weil seit der wo ich gelesen habe ich habe gedacht hey leute das hat das hat muhammad so viele in tor genommen altes testament ich habe nicht was neues nicht was nur ist gesehen oder was neues gefunden und das war der grund ist was die muslimen dieses so schwierig ich habe jetzt gerade von der wo du vorher mit ihm geredet hast das problem die wurde niemals verstehen als hallo weiß sowas als allahut die wurden schwierig dass sie verstehen der jesus wie war das auf die erde und wie das heißt gleichzeitig gott und menschlich die kann nicht so schwierig obwohl der steht in surat in isa weißt du 171 wo er kann die mutter war mariam kalimato war ruch hau minhu das ist eigentlich das ist eine größte besteht dass jesus was ist mariam kalimato war ruch hau minhu was ist das und deswegen wenn die das wissen weißt du dass das ist da steht hier ganz genau was ist und wenn die richtig verstehen das ist eigentlich ein die einzigste wurde besteht dass jesus war gottes gleichzeitig gott und mensch und aber viele heuchler ist drin viele da weißt du ich habe so viele worte gesehen ich habe nicht mal koran hat mich nicht geantwortet wer war muhammad wie war seiner vater wo ist die mutter was war der geplant sehe ich nur weißt du durch die islamischen schriften sehen wir dass der das der eigentliche vater von muhammad nicht abdallah war sondern die hatten ja sowas wie die meerehe dort also die haben miteinander so wie im zwinger club haben die miteinander geschlafen das war ja zur damaligen zeit ganz normal dort in barenkorea ist nach der genau und amir danach der muhammad ist geboren nach der nach seinem vater vier jahre und was genau so viele dieser imam die waren auch haben gesagt ja kann sein die mutter ist mit ihm vier vier jahre geschwanger aber wie er hat sich übernommen heißt es dass der muhammad vier jahre mit amina schwanger waren das war schwanger war verstehst du meine ahnung das war das wort ist das nimmt ja genau genau ganz gut fahrrad guck mal hier sahih al-bukhari hadith 3 guck mal was hier steht guck mal wie war akai wenn auch weil hier rauskristallisiert wird dass er der schreiber des korans war guck mal hier ja die mutter der treuen gläubigen um und muhammad erzählte der beginn der göttlichen inspiration für den gesamten allahs erfolgte in form von guten träumen die wie helles tageslicht wahr wurden und dann wurde ihm die liebe zur abgeschiedenheit verliehen er hielt sich zurückgezogen in der höhle von hida auf wo er viele tage lang unterbrochen aller allein verehrte bevor er den wunsch verspürte seine familie zu sehen er pflegte sie reisen reisen nahrung für den aufenthalt mitzunehmen und kam dann zu seiner frau radija zurück um seine nahrung zu sich zu nehmen und dasselbe noch einmal bis plötzlich die wahrheit auf ihn herab kam während er in der höhle von hida war der engel kam zu ihm und bat ihn zu lesen der prophet antwortete ich kann nicht lesen der prophet fügte hinzu der engel packte mich gewaltsam und drückte mich so sehr dass ich es nicht mehr ertragen konnte dann ließ er mich los und forderte mich erneut zum lesen auf und ich antwortete das tue ich nicht weiß wie man also ich weiß nicht wie man lest darauf packte er mich erneut drückte mich ein zweites mal bis ich es nicht mehr ertragen konnte dann ließ er mich dann ließ er mich los und forderte mich erneut zum lesen siehst du alles muss dreimal geschehen bei muhammad aber ich antwortete erneut ich kann nicht lesen oder was soll ich lesen darauf hin daraufhin fing er mich zum dritten mal und drückte mich dann ließ er mich los und sagte lesen sie im namen ihres herren der alles was existiert erschaffen hat den menschen aus einem gerinnsel lesen sie und der herr ist der am großzügigsten zu 96 dann kehrte allahs gesandte mit der inspiration und mit heften heftigen lupfen dem herzen zurück dann ging er zu hadith ab und sagte bedecke mich bedecke mich sie denken sie denken sie denken sie denken ja genau denkt mich so denkt mich zu deinem dämon gewirkt sie denken ist eine angst vorüber war und danach erzählte ihr alles was passiert war und sagte ich fürchte dass mir etwas passieren könnte karditja antwortete niemals bei allah allah wird dich niemals blamieren du schlägst gute beziehung zu deinen verwandten und verwandten ist den arm und bedürftigen bewirkt es deine gäste großzügig und hilfst denen die von der katastrophe betroffen sind karditja begleitete ihn dann zu ihrer kurs zum kusang oder eben laufel mit asad bin abdel usa die in der vorislamischen zeit christen wurden und die und die schrift mit hebräischen buchstaben schrieb sie war aber ein sehr sehr schriftkundiger typ der war auch seriani weiß was sie an das hat er war aber mehr aber mehr von serien weißt du da war wie sagt man auf deutsch wie kann ich auf deutsch keine so große profil nicht profit sondern wie sagt man das wenn der heuer priester ja priester er würde so viel aus dem evangelium auf hebräisch schreiben wie alle es von ihm verlangte er war ein alter mann und hatte sein augenlicht verloren karditja sagte zu war da hörte die geschichte seines netten an und mein kusen oder kraft oder fragte um ein netter was hast du gesehen der gesamte alas beschrieb was er gesehen hatte oder sagte dies ist diese derselbe der die geheimnisse hütet engel gabriel also die rolle benaufer bestätigt muhammad das ist engel gab es war nicht gesehen aufgrund dieser würgen sagt auch wenn man das war engel gab er sagt er sagt wie kommt der engel gab es zu den menschen das habe ich kann ja der engel gabriel kommt und sagt fürchtet euch nicht mehr fürchte dich nicht also er beruhigt immer die menschen und im falle von von dem anderen jibril der dem moment eben gewürgt hat und so weiter ist es da sieht man dass es nicht jibril ist weil seine charakteristik passt nicht auf den jibril gabriel der verhält sich auf einmal anders gewalttätig und das deutet eben auf einen dämonischen engel angefallenen engel übrigens an mir deine likes sind von tik tok eingefroren seit einer stunde ist das bei 11 stehen geblieben ich glaube die leute liken gar nicht mal so doll wir haben die einen jungen das macht doch weiß ich hab's gesehen da war ein 1.0 als eine millionen likes dann ging das nach einer halbe stunde erst auf 1,1 und dann hat tik tok deine 1 weg gemacht dann hat es wieder auf 1 0 gemacht ich hab gesehen live vor meinen augen es ist ja das gibt auch die schenke sich bewusst ein damit du nicht weit kommst ich war 1,1 und hatte 1 weg gemacht wieder auf 0 runter gemacht bei dir und jetzt eine stunde geht es nicht weiter hoch auf 1,2 ja ist eingefroren da haben wir die sperre da reingemacht damit du nicht höher kommst das ist nicht mal wieder gekämpft wird dann sie zumal ich wünschte ich wäre jung und könnte der zeit gerecht werden in der dein folg dich verstoßen würde der gesandte allahs sagte werden sie mich vertreiben oder bejahte dies und sagte jeder mann der mit etwas kam dass dem ähnelte was sie mitgebracht haben wurde mit feindseligkeit behandelt und wenn ich bis zu dem tag am leben bleiben sollte an dem sie ausgewiesen werden würde ich sie nachdrücklich unterstützen aber nach ein paar tagen starb oder k und auch die göttliche inspiration haben für eine weile unterbrochen und die göttlichen inspiration hören auf einmal auf was hat denn der tod von oder kann mit dem offenbar verhandeln hat ja nicht schon weiß warum weil er weil er der schreiber des korans ist ja da gibt es nicht mehr informationen verstehst du vor ihm drei jahre ja und das drei jahre hat er keine natürlich das wurde das so wenn er auch so traurig sein und er war schon traurig steht auch drauf wenn was diese bücher wenn du liest das ist unglaublich ich schämme mich auch alles frau im koran steht auch wenn ich hoffe dass ich auch in muslimischer frauen wenn sie es im live uns hören die steht auch wenn der muslim zum beispiel wie sagt man das an wo dann er das betet und jetzt schon hinter waschen so wenn ein hund ist und soll ich das so sage und scheiße und und frau das heißt so wirken das heißt sie hat den boden von buddha wo du gemacht wo frauen ja tote hunde menstruationsbefleckte klamotten und ja müll reingeschmissen wurde genau und ich war ich habe nur sehe ich auch weißt du das ist gegen frauen dieses gott ist das ist nicht kann respekt vor frauen soll ich eher sagen ich würde es auch nicht mehr ist es auch tut wir als frau sehe ich auch meine verlobte mein mann wo ich mit ihm bliebe und er darf er vier frauen nehmen was sie wie gefühl frauen ist das ist sehr schlimm sehe ich sehe ich mein mann mit andere geht und mit andere noch mal das ist und deswegen was ist was ich habe keine ich habe nicht gesehen was war der geplant sondern ich habe nur gesehen die geschichten von juden sehr viel glaube mir der städtname jesus mehr als muhammad und koran eigentlich natürlich weil wir das gehört als alle anderen ja ja das steht eigentlich die profil von juden und jesus mehr als im koran und wie gesagt koran hat mich nicht geantwortet wer war muhammad was war der gott geplant wie war denn gar nichts steht nicht drauf ich habe alles gelesen ich habe nicht mal gesehen und wenn du sie dann aber wie er ist weißt du an ich aber sie gesagt hast dass ich ehrlich sagen wenn ich muslime wäre das ist richtig geschämt was er gesagt hat sorry da war und dann gekommen und sagen ja unser muhammad war richtig sexy war sehr sexy eigentlich und sagen ja kannst du dich vorstellen wenn muhammad da ist wer kam kardeschen im sofort genommen ich habe gesagt leute ich würde dir so wieder muslime sagt und die und die immer was ich würde nur lachen sagt unglaublich was sagt er was glauben die euch war der über provid ja und deswegen weiß ich sehe ich nur dass ich nur der hat weißt du ich hab das bemerkt der muhammad hatte koran nur auf sich nur auf sich kaum engel ich will was ich will ich will das wie sagt man dass ich will das glauben ja darf ich ja darfst du muhammad geh und dann kommt alles was er will verstehst du was ich meine und 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 deswegen ich habe das auch gemerkt weißt du und ich hat auch das gesagt zu ihm das hat gesagt bist du sicher dass das profil im gott profil oder dass du rasul bist von profil von gott bist du das sicher und deswegen soll ich auch sagen seine familien sein onkel familie abdullah die haben nicht mal immer geglaubt nicht mal von ihm geglaubt und wir wissen ganz genau irak oder ira zum beispiel syrien iran was war die früher eigentlich ira gehört eigentlich so aber mehr syrien gehört zu ihrer mehr da war die kristin lande du weißt genau wenn du wenn du weißt wenn du nach dukei gehst und dass du so viel das ist was so wie traurig ist dass das nicht immer noch ja das steht immer noch glaubt es steht immer noch namens jesus drin und das na ich finde weißt du wie haben wir müssen eigentlich richtig dieses buch komplett weg gehen wenn er ist wie es nahm du kannst es so vorstellen der ist wie an wie an krebs genau wenn das nicht von der wurzel weg geht dann dann die welt wird nicht mal ruhe ich möchte nur sagen vielen dank von den gästen ich habe voll gefreut ich habe wirklich total und wirklich ich möchte auch für dich dass er jesus segne dich und segne den namen und bleibst immer so und alles mich soll ich ehrlich sagen ich freut mich total dass du von wie sagt man das von dunkel und amin amin halleluja und ja und dann kommst du ans besuch nach stuttgart wo sehr weit stuttgart ist sehr weit ist jetzt nein aber irgendwann kommt doch nach zu uns wir würden alle christliche sehr freuen dies zu sehen wenn wir einen tage so gut wir werden deine zeit amin 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 halleluja gut und danke dir meine liebe gute nach macht gut tschüss macht ja wurde ja so bist du noch da ja aber ich bin jetzt schon sehr müde ich muss mich ganz so farb ich bin auch übelst meine augen sind schon übelst am brennen bei mir weil ich mein gehirn immer mit mehr arbeitet als deiner ich nehme jetzt noch einen rein und dann machen wir langsam schluss ja aber du weißt mit ein paar löwen dann bin ich wieder wach das kommt jemand mit 300 löwen und kaum wo echt das ist nur mein energy drink nein nein nicht löwen schicken leute es war ein spaß nicht machen mein bruder macht nur spaß ihr lieben nein 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 auf gar keinen fall ja hier da hat dir hier alexa antwortet hat löwen geschickt die ja aller glory hallo servus gott segne dich und deine familie dich und deine familie auch und all deine zuschauer dankeschön du ich habe ich schaue dir jetzt ein paar stunden schon zu und ich habe eine frage an dich die liegt mir schon seit jahren am herzen und keiner kann mir die beantworten ich habe ich weiß nicht ob du irfan kennst die erfahre aus wien ja mit dem habe ich auch gesprochen der war auch sprachlos ich habe mit paar leuten gesprochen und keiner kann mir da konkret eine antwort geben ich wollte dich fragen wenn man weiß also ich bin streng gläubiger ich bin orthodox wenn man weiß dass man nicht in den himmel kommt zu 100 prozent nicht wie soll man da weiter leben wenn da weiter leben soll genau 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 du musst dir gedanken machen deine ewigkeit du musst das wort gottes sofort in die hand nehmen und die beziehung zu jesus christus aufbauen aber ganz schnell und dann werden diese zweifel ausgeräumt weil ein zweifler nicht beständig ist der jesus christus will nicht dass du wie eine woge hin und her gepeitscht du hast schon mal gesehen wie eine meereswoge hin und her gepeitscht wird von dem wind so ist also jemand der nicht beständig ist im wort deswegen will der jesus christus dass du ständig im wort liest und das für immer wirst und keine angst hast verstehst du weil furcht ist nicht in der liebe denn die vollkommene liebe treibt die furcht aus lasse den herrn jesus christus in dein herz rein und lass ihn vollkommen dein herz berühren und dann wirst du sehen was mit dir geschieht natürlich erklärt das mal also sie so es ist nicht dass ich den glauben oder ähnliches verloren habe an jesus also ich wie gesagt ich bin sehr streng gläubig ich tue auch busse ich selber bin aus deutschland da gibt es zum beispiel in österreich gibt es da ein spital da spende ich ja schon jetzt mittlerweile fünfstellig für krebskranke kinder ich spende überall das ist halt meine art busse zu zeigen nur es ist alles bringt nichts das verlangt der jesus christus nicht von dir dass du sieben tausende von euro spendest damit du das himmelreich verdienst oder buße damit tust nein da hast du das nicht verstanden ich weiß nicht wie ich wie ich da weiter weiter machen soll ich suche da wege wie ich da wirklich busse tun soll und egal was ich mache das gibt mir irgendwie keine befriedigung weil sagen wir mal so es ist sehr schlimm wie oft liest du denn das wort sag mir mal ehrlich wie oft liest du die bibel sag mir ganz ehrlich ich sagte jetzt ganz ehrlich ich habe vier bibel zu hause ja und sobald ich ein paar seiten lese fühle ich mich so schlecht weil ich fühle mich nicht würdig dieses buch überhaupt in die hand zu nehmen nach meine sünden wie lange ist es her dass du die bibel gelesen hast eine woche der herr jesus will dass du täglich mit ihm in kontakt tritt und das geschieht nur wenn du die das wort gottes auch aufmachst und das auch in dir gedeiht da kann ich dich kann ich dich ehrlich was fragen ja gibt es sünden die man im leben machen kann wo gottes nicht verzeiht ne gottes für jede sünde gestorben das weißt du doch lästerung des heiligen geistes die ausnahme gibt es ach so ja okay die lästerung des heiligen geistes alles wird den menschen vergeben außer die lästerung des heiligen geistes bist du da sicher ja weil wie ich es gelesen habe bei mose 20 13 du bist im alten bund du bist im alten bund du darfst du darfst das alte bund nicht mit dem neuen bund vermischen ich sagte ehrlich ich spiele auch mit dem gedanken dass ich es gar nicht verdient habe weiterzuleben nein so was darfst du nicht sagen der jesus christus hat er bezahlt damit du leben darfst in verantwortung auch lebst damit du sein wort verkündigst und von jesus spricht und freude in dir hast verstehst du dein herz soll den herrn loben lobe den herrn meine seele und alles was in mir ist seinen heiligen namen du darfst gar nicht solche gedanken äußern der heilige geist der in dir ist wird diese vollkommene angst in dir austreiben was soll ich denn sagen ich hätte schon zweimal fast mein leben verloren und trotzdem stehe ich immer noch hier und verkündige den herrn das meint schwierig das für mich ist meinst du manchmal überkommt mich keine angst ich lege mich ja gegen eine glaubensgemeinschaft an die brutaler ja nicht sein kann weiß wie die muslime sind kann ich kann ich ganz offen mit dir reden ja ich weiß nicht wie alt du bist ich nehme an anfang mitte 30 ich bin ein stück älter als du ich habe ich habe in meinem leben viel viel falsch gemacht es ist so dass ich in den falschen kreisen damals in italien gekommen bin ich weiß nicht wie offen man das hier reden kann ich ich will auch nicht so offen hier reden weil ich nehme an es sind doch sehr viele jugendliche hier drin und kinder sagen wir mal so ich habe sehr schlimme sachen für geld getan ok wirklich sehr sehr schlimme sachen das heißt ich habe auch leben genommen ok ich war dreieinhalb jahre so ich muss das jetzt so einen damit ich nicht gesperrt werde kopf geldjäger dreieinhalb jahre und ich ist es ist einfach so dass ich damit nicht wirklich weiterleben kann egal was ich mache ich habe ich habe einen haufen an an geld auf seite ich spende sehr viel überall wo ich nur kann ich 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 kauf mir selber gar nichts das ist meine art muse zu zeigen spenden krebskranke kinder dann forschungen und 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 aber egal wie ich drehe und wende ich fühle mich dadurch nicht besser ich habe einfach nur dieses gefühl dass ich es nicht mehr verdient habe zu leben nein ich versuche es ja durch deine eigene werke die dein ewiges leben zu verdienen das klappt nicht gott der jesus will dir deine sünden vergeben dazu musst du zum herrn jesus kommen und das alles bereuen was du getan hast und selbst wenn du die halbe welt ermordet hättest das interessiert keine apostel paulus hat sogar seine die gemeinde jesu christi ermorden lassen das interessiert nicht wenn du zum herrn jesus kommst und das vom ganzen herzen bereust was du getan hast für schlimme sachen in deinem leben dann werdet ihr alles verzeihen dich reinigen und dann bist du von neuem geboren und ab dem zeitpunkt hast du auch ruhe ich verspende und so weiter vergiss es lass das erstmal alles beiseite du musst zum herrn jesus kommen vor ihm treten und dann dein altes sündiges leben vor ihm bereuen in scham und reue und dann umkehren und den herrn jesus als dann herrn und heilern und retter annehmen und dann wirst du auch freude haben und dann wirst du befreit werden du bist noch nicht befreit ich habe ich habe auch den weg in sehr große und bedeutende ich meine alle kirchen sind bedeutend aber da gibt es zum beispiel welche im land serbien oder kroatien dort war ich auch da habe ich da habe ich mal mit den priestern gesprochen über meine sachen das erste was mich gewundert hat und da da an dem tag habe bin ich dann auch im krankenhaus gelandet wegen einer überdosis an medikamente wir sind ihm also ich und ein paar kollegen sind da reingegangen ich wollte da nicht allein gehen und der priester ist direkt zu mir gekommen der hat niemanden angesprochen nur mich und hat mich direkt raus geschmissen ohne zu wissen wer ich bin oder was ich gemacht habe meine meine bekannte sind drinnen geblieben daraufhin haben ihn gefragt wieso er das gemacht hat und er hat gemeint dass er gespürt hat dass ich nicht mit gott bin ja aber die heilige welt ist nicht mit gott soll man jetzt alle menschen rausschließen nein dieser priester ist nicht im recht dieser priester ist im unrecht weil er nicht wiedergeboren ist und diese sachen falsch versteht alles nein du musst erst mal vergessen was du alles mit deinen werken tun willst um gott zu gefallen das musst du alles in den mülleimer schmeißen du musst zum herrn jesus kommen in einem gebet alle deine sünden bereuen vor ihm was du getan hast inklusive gemordet geloven betrogen ist egal was du getan hast du weißt es selber und gott weiß es und wenn du ihm das alles abgibst dann vergibt er dir macht er dich neu und ab dem zeitpunkt bist du auch errettet und wirst auch freude haben im herrn und wirst auch ruhe haben im herrn und bist dann errettet jetzt jetzt bist du nicht im herrn und du bist nicht errettet es tut mir leid dass ich dir dein wort nehme aber das sagen mir so viele menschen ich versuche das schon seit jahren weil wie gesagt ich glaube ich bin ein stück älter als ihr ihr zwei ich versuche das schon seit sehr sehr vielen jahren und ich glaube ich will nur eine bestätigung von solchen menschen wie ihr seid dass ich einfach da einen schlussstrich ziehe ja du musst ein altes leben hinter dich lassen und ein neues leben mit dem herrn jesus beginnen dazu muss er dir deine sünden vergeben das heißt also du musst ihn um vergebung bitten du musst muze tun umkehren zu ihm und die welt hinter dich lassen du musst diese welt absterben der sünde und der welt muss absterben wenn du zu jesus christus kommst vergiss da jetzt damit diese orthodoxie streng gläubig oder was weiß ich das interessiert alles erstmal keinen du musst eine lebendige beziehung zum herrn jesus aufbauen ich danke dir von 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 den ex muslim da habe ich den namen nicht raus gehört tut mir leid dass ich dich nicht bei den namen nennen kann Gott segne euch alle mach dir heute nacht doch geh nicht zum schlafen mein lieber geh nicht ins ins bett bevor du nicht buße getan hast vor dem herrn meine buße ist bevor ich schlafen gehe gibt es da komische komische seiten im internet ich schaue gar nicht ob die echt sind ich spende da was 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 alles was geschmeckt nein das ist keine buße mein lieber hörst du mir nicht zu du hörst mir gar nicht zu buße ist wenn du zum herrn jesus kommst im gebet heute nacht ihn um vergebung deiner schuld bittest und ihn in dein herz einlädst und mit ihm dann ein neues leben ab morgen beginnst ab heute nacht das ist buße nicht spenden spenden ist schrott naja weil ich habe einen text in der bibel gelesen das reiche menschen die so arm werden das ist auch eine art buße tun wenn man sein ganzes vermögen an die arme die armen menschen nein du bist mit falschen lehren total indoktriniert du musst das alles raus du weg tun und das tun was ich dir sage mein lieber wirst du dein leben lang nicht befreit werden und du wirst leid auf dich nehmen und nicht mal errettet sein du bist in einer komplett falschen lehre ok ok das ist sehr wichtig und dann wirst du befreit werden der herr jesus will dich ja freimachen aber du willst ja nicht du willst mich spenden der herr jesus sagt komm zu mir und du sagst nein ich will andere ich will erstmal spenden ehrlich gesagt will ich nicht weiter leben mein mein ziel ist es alles zu spenden was ich kann aber du sollst jetzt nicht alles spenden und dann dir dein leben nehmen das ist ja auch quatsch weil das höre ich ja heraus dass du das eventuell machen willst du willst das alles weg geben und dann eventuell dann diesen schritt wagen aber mach das nicht mach sowas nicht auf der anderen seite und da wartest du auf dein gericht wenn du das tust das ist doch überhaupt nicht intelligent sowas willst du errettet werden ja oder nein dann kann gleich wenn du gehst gleich von uns dann gehst du zu herr jesus gleich im gebet und gibst ihm alle deine sünden was du getan hast schlimmes ab an ihm und gehst um zu ihm und dann wirst du befreit werden am besten macht das jetzt am besten macht das jetzt geh auf die knie und bitte den herrn um vergebung geh auf die knie und bitte den herrn um vergebung jetzt jetzt ist die zeit keine eine minute später jetzt auf die knie gehen und bereuen ich schäme mich vor gott nein das ist kein problem jetzt sofort sagen oder zu beichten jetzt sofort musst du zum herrn beten und sagen herr bitte vergib mir all meine schuld ich komme heute mit all meinen fehlern all meine sünden zu dir jetzt blockiert glaube ich aber ich glaube jemand blockiert der satan will ihn haben ganz heftig ganz ganz heftig der hat so gewissensbissen dass der satan das schöne so für ihn nutzt hast du es gemerkt der satan will ihn auch umbringen merkst du das jetzt kurz davor irgendwas zu tun heftig ne das war seine letzte chance aber wie der immer in dieser programmierung war ich muss spenden damit ich meine schuld wegkriege und so in der bibel steht man muss spenden um muße zu tun und sowas also komplett daneben komplett auf ehelehren komplett ja der satan steckt hinter ehelehren damit du nicht errettet wirst so einfach ist das bleib vor unseren augen ich habe ich wollte sind ich wollte noch dass du wenigstens muße tut ja ich habe diese buße dreimal wiederholt aber es ging nicht in seinen kopf rein denn sein herz er wollte das nicht ja er blockiert er hatte blockiert ja jemand hat ihn blockiert von ihnen und immer mit so noch mit dem beten ja betest du möchtest du oder soll ich mach ok jesus christus mein herr und mein gott ich komme mit den geschwistern vor dem heiligen thron jesus christus und wir beugen unsere knie vor dir mein herr und mein gott und danken dir von ganzen herzen herr dass du uns diese möglichkeit gibst dich anzubeten herr dich zu preisen loben und zu ehren denn dein heiliger name steht über allen namen herr und wir wollen den immer in ehren halten jesus wir bitten dich ganz innigst darum herr dass du den satan nicht den satan aufhältst jesus christus dem netten jungen da ja ins gewissen rein zu reden herr bitte schütze ihn bewahre ihn vor schlimmeres herr jesus christus dass er sich eventuell was antut herr bewahre ihn behüte ihn beschütze ihn herr und lass ihn deine gnade spüren herr egal wo er gerade ist was er gerade macht herr sei du bitte bei ihm herr bewahre ihn vor schlimmeren herr jesus christus lass ihn in deine herrlichkeit eingehen lass ihn noch buße tun herr aber nicht unser wille soll geschehen sondern dein wille soll geschehen wir bitten dich von ganzem herzen darum danke mein herr mein gott amen hier haben wir gerade live diesen geistigen kampf gesehen vor unseren augen wie der satan jemanden weg holt blockiert ich bin zu dieses bestimmte video amir von dem muslimischen live stream wo der dämon aus dieser frau rausgekommen ist und dann sagt sie ich habe sie blockiert hat ihn zu das blockter oder lachte so gm live im gespräch das ist sehr bekannt und dann nehme die eine tele also anruferin und diese anruferin ist aber besessen von sata von von einem dämon und da kommt der dämon durch und redet durch sie sehr heftig das videos oder sagte dämon ich habe sie block ich habe diese ich habe sie blockiert das muss ich aber vor dem schlafen geht es heftig das video es ist so krass ich habe das jetzt gerade verfolgt das ist echt heftig gerade was abgegangen ist aber da merkt man aber auch die wie die geistige wälter am bergen bruder haben wir gestern waren ja auch live und auf einmal kamen so zwei besessene bei uns hoch weißt du bruder resa ja wo die den stream dann gestört haben wo dann so eine unheimliche stimme aus ihnen geredet hat heftig ne ja 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 die die geister der finsternis wenn die geistigen mächte der finsternis die schlafen ja nicht wie die menschen müssen schlafen weil wir müde werden die sind 24 stunden nach krieg ist heftig ja das unterschätzt man das unterschätzt man manchmal als christianer gerade so wenn du dann diese kämpfe vor das ist es echt ja heftig ja hallo wer ist aber folgen mit dem bruder dennis ist das dein kanal hier der neue ja 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 bist du mit dem dann nicht aber ich den nächsten sehn dich nicht aber ganz fragen wenn du willst aber wo standen das ich muss den vers erst mal finden ich bruder resa gottes segen schade um den herrliche ich habe eine frage ja in zweiter chronik kapitel 9 vers 13 steht ja dieses ich lese dem vers kurz vor wenn das okay ist das gewicht des goldes aber das bei salomon einem jahr eingegen betrug 666 talente gold wir wissen ja 666 die zahl des antichristen sein soll aber warum wurde das in diesem quer also mit salomo in verbindung mit salomo in verbindung gebracht die zahl 6 ist in der bibel gehört die zahl des menschen des sündigen und vollkommenen menschen der in sünde gefallen ist also das für das böse und eben dreifach weil der mensch eben aus körperseelung geist besteht also die gesamtheit des menschen in der sünde als böses umschlungen und das mit salomon mit dem gold ist es ja so dass das geld system auf der welt ja auch an das gold gebunden ist also es hat eine es hat eine eine bedeutung im finanzwesen das geld und das gottes das hört sich auch gleich an der geld und gold und die knessschaft des menschen wird in der neuen weltordnung eben mit der zahl 666 sein nämlich mit einem neuen zahlungssystem die aber bargeldlos abläuft also digital und deswegen die zahl 666 man kauft ja auch zum beispiel in notzeiten wenn das geld nicht mehr wert ist was kauft man dann das ist das wahlungsmittel daher auch diese verbindung zu 666 der mensch verlässt sich immer auf das materielle und wissen salomo hat sich ja auf seine materiellen bedingens verlassen materiellen reichtum auf diesseitiges und ist ja abgefallen vom herrn weil er sich eben auf das diesseitige geld system geld und gold system verlassen hat und ist abgefallen und so sieht ist so ist die welt da draußen die welt da draußen den herrn jesus nicht kennt die verlässt sich nur auf gold und geld das ist ihr leben die kennen gott nicht deswegen 666 ist die frage schlösser ja ich danke dir bruder risa ich wollte schon vor 30 stunden schlafen gehen jetzt häng ich schon wieder hier ich schlafe alle und die leute kommen hoch und alle reden und die schlafen haben wir stehen wir müssen noch ein bisschen weiter machen hast du morgen kein freiburg oder risa habe ich freiburg deswegen will ich ja auch hier hoch sonst muss ich schon längst im bett sein so dürfte ich gar nicht arbeiten morgen ich werde schon längst im hr bubu machen 39 wie so ein opa von seinen jungfrauen verlängst ich will meine jungfrauen ins trockenen bringen nicht mal ich bin meine jungfrauen die die um ihn herumtanzen und sein amir komm komm hier zu uns zu den großäugigen huris sexy sexy baby die singen dann diese lieder für mich ich glaube ich muss wieder singen damit die leute wach werden die sind alle am pennen alle wollen schlafen ja marian wie lange bist du seit dem glauben was nicht dass du uns sagen marian wollte ein zeugnis legen ganz kurz eine minute oder habt ihr ja also kurz einmal den über den herrn also ich will das schnell anfangen bevor ich anfangen will ich nur klarstellen dass ich nicht das tue damit ich gut rüberkomme oder applaudiert werde ich möchte dass der herr jesus christus geehrt wird ich bin jetzt seit 2017 im glauben also neu geboren und bevor das erst passiert ist dass ich mein leben jesus gegeben habe war ich in einen fensteren tal ich komme aus hamburg aus osser verborgen ja das sehr stark mit drogen etc und meine mutter war sehr krank und wir sind orthodox gewesen und sie hat immer wenn sie krank war so weil räuche mit wasser und alles drum und dran aber sie hat dann irgendwann eine diagnose bekommt von stark krebs und bevor sie dann gestorben ist hat sie noch den herrn jesus christus angenommen und dadurch ist dann irgendwann mein bruder ich habe mir diesen vier jungs und ich bin der jüngste ich habe einen älteren bruder und der hat mir von jesus erzählt dass er neu geboren ist und weil er war auch sehr drogensüchtig hat dann ein neues leben mit den herren angefangen und dann hat er mich auch dazu geleitet mit den herren zum glauben und dadurch bin ist dann mein bruder zum glauben gekommen ein anderer bruder mein neffe wir sind alle neu geboren aber mein bruder war sehr stark alkoholsüchtig und er konnte den verlust meines mutters nicht ertragen dadurch ist er gestorben vor ein jahr und danach ist mein vater verstorben durch den verlust meines bruders und jetzt bin ich hier ich möchte nur sagen ich bin jetzt 27 jahre alt und wollen nur die menschen kraft geben die gerade zuschauen die ein zerbrochenes herz haben können zu jesus christus kommen die nicht neu geboren sind und ja kein tod kann uns von gott trennen und zahlen 23 habe mich sehr angesprochen gefühlt und alle krater zuschauen fast 700 menschen wenn ihr kraft braucht dann liest die bibel neue testament altes testament so wie es am besten euch fühlt aber ich könnte euch vorschlagen mit zahlen zahlen hat mir auch sehr geholfen oder hiob zum beispiel deswegen wollte ich nur ein kurzes zeugnis sehen kann viel erzählen aber ich versuche nur wenig weil es sind möchte noch andere leute rein aus welchem land kommst du wir sind roma meine mutter war serben deswegen sind wir auch sehr stark orthodox also meine ganze andere familie so tanten onkel die sind immer noch sehr religiös und leben auch nach die bräuchen und sitten und gebräuche aber durch den tod meines mutters bevor sie gestorben ist ist ja noch mal hat sie den herrn jesus christus angenommen und dadurch sind wir alle zum glauben gekommen also mein neffe mein vater meine geschwister außerhalb meinen onkels tanten cousin die sind noch religiös aber wir versuchen sind im gebet dass sie auch den herrn jesus christus hast du auch gerade geredet mit neu geboren johannes evangelium weil ich dir auch geht zu gehört wo er mit nikodemus spricht wenn ich neu geboren ist wird das im bereich nicht sehen und deswegen alle möchte ich ermutigen die auch vielleicht gerade orthodox sind oder religiös sind schlag die bibel auf weil jesus spricht davon nicht von fall rauch etc oder die heilige maria wird auch sehr oft maria ist nur die jungfrau marie und ist nicht heilig nur gottes heilig drei einigkeiten vater jesus und heiliger geist so wie ein 1 1 1 1 1 gelb und ein schale sind nicht nur ein hamburg aus ostdorfer born acht an bord ich komme auch aus hamburg und wohnen wenn ich fragen darf du weißt ja wenn du möchtest du kannst mich gerne anschreiben wir können so im kontakt mal bleiben wenn du möchtest ich bin immer evangelisieren in hamburg wenn du mönckeberg straße bin ich evangelisieren oder landungsbrücken sehr schön kann ich auch mal gerne vorbeikommen ja schreibt mich einfach an mache ich bin da wochenende machen einmal möchte ich kurz licht und leben acht an born die keine gemeinde haben und gott suchen kann gerne vorbeikommen jeden sonntag von 16 30 bis 18 nur licht und leben acht anbauen acht licht und leben kindermuseum ist das wir bringen hier alle zusammen ja weil es eine gemeinde alle zum herrn bringen weil die zeit ist es dauert nicht mehr lang bis der ist der könig kommt am ende könig der königin herr der herren ja ich warte schon sehen sehnsüchtig nach ihm aber die zeichen sprechen ja danke dir für deine ausführung mein lieber gott segne dich gott segne euch alle alle die noch nicht jesus christus angenommen haben nimmt den retter an oder du weißt ich liebe dich feierlich bruder schon danke dir ich liebe dich auch macht's gut ja schön gott segne ich habe eine kurze frage an dich ja ja du hast ja damals erzählt in deinem interview in dein zeugnis du warst ja im gefängnis und da haben wir eine eine cd gehabt richtig die auf einmal irgendwie aus dem nix gekommen ist oder und du bist sicher dass diese cd da nicht schon vorher war oder dass da oder irgendjemanden irgendjemand muss sie ja da reingepackt haben also der typ mit denen ich dann da in diesem raum dann sonst der wusste gar nicht der wusste selber nicht woher die cd da wie die cd da reingekommen ist das ist das heftige gewesen kann man mich hören ja ich habe meine frage was was bist du jetzt also bist du jetzt christ oder was ist jetzt sache ja was machen sachen jetzt ja und du lässt und das ist so also islam verabscheu ist so wie das heißt verabscheuen ja also wenn ich manchmal über diese lehre nachdenke dann kommt mir natürlich große wut und zorn entgegen warum weil ich weiß ich weiß ja wozu der koran aufruf was man mit da gesagt hat was die sahaba gemacht haben und was die gelehrten den muslimen mitgeben weil ich sehe dich ab und zu in deinen bulli ich weiß ich weiß nicht bist du lieferfahrer bis zum lieferdienst oder wieso ja ich liefer den besten sicher tabak für meine euro sicher muslim aus ok das ist cool aber also was islam angeht würdest du sagen ist ja es ist eine absolute dämonische irrlehre in galatte 1 vers 8 steht ja wenn wir oder ein engel euch im himmel etwas anderes als evangelium verkünden der sei verflucht und du siehst dass der dass der koran mit etwas ganz anderem kommt mit einer ganz anderen botschaft und dann merken wir ganz genau dass das nicht der engel gabriel sein kann sondern irgendein dämon der sich als engel verkleidet hat als engel des licht und das sagt uns auch die bibel in 2. korinther 11 14 denn für satan und seine engel ist es kein problem sich als engel des lichts zu verkleiden und dadurch das problem der islam hat etwas ganz düsteres in sich und die pinsternis befindet sich absolut im islam also ist ein heiliges da drin gar nichts also islam geht in richtung satanismus ungefähr würdest du sagen wie nennst wie nennst du denn eine religion die nicht das kind anerkennt wenn du mit einer frau zum beispiel verkehr gehabt hast und der islam beziehungsweise der allah dann sagt nein das ist nicht deine tochter du kannst sowohl mit der frau mit der du das kind gemacht hast und dem kind verkehr haben also was ist das für ein gott ist das nicht der teufel oder was wie man darf mit dem eigenen kind verkehr haben mariam mariam komm mal bitte rein ich zeige euch das jetzt alle mariam schickt in der einladung damit wir das alle eins zu eins hören aus den arabischen quälen guckt jetzt okay mariam komm mal bitte hoch schwester hallo flomo guten abend schwestern alles gut ja gut bei euch auch alhamdulillahi jesus alhamdulillahi jesus mariam geh mal bitte bei altafsir.com ja ich bin drin schon okay schlag bitte für uns alle suche 25 vers 54 auf und dazu bitte den tafsir von al-kurtubi vers nochmal bitte suche 25 vers 54 ich möchte dass sie jetzt genau zuhört was die schwester jetzt vorliest und dann wird sie uns das übersetzen dann schaut mal wie widerwärtig der dieser glaube ist das heißt auf deutsch übersetzt er also und er ist es der aus wasser den menschen erschaffen hat und ihn durch abstammung und heirat geschaffen hat und ein herr ist fähig das heißt kadiran heißt so allmächtig fähig darum geht es um zwei themen erstens seine allmächtige aussage und es ist auch die menschen aus wasser erschaffen hat was bedeutet dass er aus wasser erschaffen hat also dass diese tefsir wenn ich jetzt runter weil es ist schon ein bisschen lang darf ich mal lesen oder wie ist genau bitte zum teil wo er sagt dass das kind nicht sein kind ist man der kann mit dem kind und der frau verkehr haben richtig ganz unten steht hier war karlow unterhala hola die karlacken mei bachern das ist warte mal noch aber hier ist ganz wichtig genau relevant jetzt für diesen thema eigentlich ist das verboten mit blutsverwandtschaft etwas zu machen aber kommen jetzt jetzt kommt die ausnahme das ist so krank das ist so krank das heißt es wird nicht verboten ja hier mit der tochter oder mit der mutter siehst du da macht hier eine ausnahme eigentlich sagte alle ins uhr 4 23 es ist dir verboten mit deinen verwandten verkehrt zu haben aber sollte das kind aus einer unzucht entstanden sein so darfst du mit dem kind und dem mit der frau mit der das kind gezeugt das verkehr haben das ist nicht dein kind weil du alle ungehorsam geworden bist schaut euch diesen satanismus an hat ihr so einen widerwärtigen glauben schon mal in eurem leben gesehen und das soll religion von gott sein tik tok sportlich das heißt das ist aber das ist ja heftig das ist widersprüchlich widersprüchlich ja eine seite sagt ihr dürft und auf der anderen seite nein was meint ihr wenn wir das in ganz deutschland verteilen würden wie wie die muslime auf einmal kotzen würden wegen das was sich im koran befindet wahnsinn ne ja die haben nur glück dass ich das nicht dass ich noch keine größere reichweite habe dass ich das durch ganz deutschland jage wo ist denn die glory ist er hier wo ich sehe ihn gar nicht er hat keine anfrage geschickt nix warum sagt die ganze glory glory aber der hat keine anfrage geschickt wo ist er denn leute was ist denn los mit euch der der gerade hier war der arme der diese gedanken hatte aber wie ist es dazu kommen dass du den glauben gewechselt hast aufgrund dieser ganzen tatsachen die ich herausgefunden habe du siehst ja wie verborgen das uns bleibt aber ist es denn ist denn irgendwas passiert in deinem leben dass du gesagt hast okay jetzt muss ich wechseln nein ich wollte die wahrheit herausfinden ich habe meine alte religion auf den prüfstand geschickt und wollte wissen ob der islam überhaupt diesen ganzen kritischen dingen stand hätten dann was ich herausgefunden habe ich habe was gekotzt ich meine was das für ein glaube man aber steht ja auch nicht im steht dann nicht um christentum in der bibel dinge die alten testament die vielleicht nicht hundertprozentig der sagt wie erklärst du sagt gott du sollst mit deine eigene tochter was machen oder was tik tok sportlich das ist nicht meine tochter dann wenn das kind aus unzucht entsteht natürlich ist das meine tochter wovon reden wir jemanden ja da siehst du mal der gott des islams und seine moral das ist ja heftig natürlich dass das bleibt den ganzen muslimen 99 prozent der muslimen verstehen doch kein arabisch deswegen spielen die ganzen arabischen muslime mit den muslimen die nicht arabisch sprechen können weil sie nicht fähig sind reinzugehen wie schwester mariam das gerade gemacht hat sie ist in den tafsir reingegangen und hat nachgeschlagen was dieser fest überhaupt zu bedeuten hat ja und das machen die breite was macht es ja nicht die werden handgreiflich sobald du anfängst dann geht's los also man sind scheiße der du siehst also aufgrund solcher sachen dass das absolut geisteskrank ist mariam gehen wir zur zur alter alter lager ja ja vier dies war egal welchen tafsir von ebben kathir alle sagen dasselbe der gott des islams was sie jetzt schließt ja ja das ist koran und dazu die auslegung von den größten koran kommentatoren okay ja da erst mal auf die schlichte zu kommen weil die meisten muslime kennen sich ja nicht aus ne das ist das ja 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 das wir okay so ist das ja genau so Ja, das heißt, ich habe jetzt diese Tafsir von Al-Hurtubi. Soll ich andere Tafsir mitnehmen? Ja, mach mal bitte von Tabari. Tabari? Okay, machen wir Tabari. Ich muss es nur ändern, ne? Ja, genau. Einfach nur auf Tabari und dann Display. Ja. Was sagt er hier? Er sagt, diejenigen, also und für diejenigen, ihre Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, beträgt die Wartezeit, wenn sie damit einverstanden sind, drei Monate. Und für diejenigen, die keine Menstruation haben und diejenigen, die seit einiger Zeit schwanger sind, sind bereit, ihre Last zur Welt zu bringen. Und wer Gott fürchtet, dann wird er seine Sachen leicht machen, seine schlechten Taten und eine große Belohnung für ihn. Der Tafsir ist aber noch länger, ne? Ja, ja. Und hier sagt er, Moment, ich muss das nochmal... Einen gewissen Punkt kommen, wo er sagt, auch für diejenigen wegen ihres jungen Alters, weil diese noch Kleinkinder sind, die noch nicht menstruate haben, also drei, vierjährige oder was, ne? Genau. Für immer, wenn er er tafaat haidatul marati, wahya shabba. Wahya shabba, das heißt richtig im jungen Alter. Also Kleinkinder. Ja, shabba. Was heißt shabba? Das heißt jung. Jung. Und keine Frau, die aufgewachsen ist. Welches Mädchen hat noch nicht ihre Menstruation erreicht? So vier, fünf, sechs, siebenjährige oder was, sowas? Richtig, genau. Achtjährige, neunjährige, zehnjährige, sowas. Allah erlaubt sowas. Ja, genau, das steht hier, genau. Also das heißt, die ist noch jung. Und wenn man noch jung, schlimmer ist... Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben, die Muslime haben einen Gott namens Allah, der ihnen erlaubt, mit Kleinkindern zu heiraten, die noch nicht ihre Menstruation erreicht haben, sie zu berühren und sich auch wieder von ihnen scheiden zu lassen, TikTok-sportlich. Ist das geisteskrank? Ja. Ja, die nicht ihre Menstruation hatten. Das heißt, die sind immer noch Kinder. Die sind nicht reich geworden. Nein. Schon hättest du nicht. Ihr habt den Vorbild eigentlich. Aber was sagt ihr denn dazu, dass im Christentum Priester auch sich an und die Kleinkinder... Ja, die fahren zur Hölle. Ja, die fahren zur Hölle, weil Jesus Christus gesagt hat, wehe euch, wenn ihr Kinder anfasst. Es wäre besser, dass ein Mühlenstein um euer Hals gelegt wird und ins tiefste Meer versunken wird, siehst du? Der Gott der Bibel sagt, wenn du Kinder anfasst, wirst du zur Hölle fahren. Der Gott des Islam sagt, geh und mach ruhig. Und der Mohammed sagt auch in den Hadithen, warum heiratest du eine ältere Frau? Warum heiratest du nicht ein junges Mädchen, das mit dir spielen kann und du mit ihr? Ja. Geisteskrank, ne? Ja. Du siehst also, dass die Priester und Pastoren, die das machen, eins zu eins mit dem Islam kompatibel sind. Das war's. Ende. Knockout. Aber was ist Islam, Priester und diese ganze Müllaufen? Aber macht das Sinn, dass man sich so viel mit Religion beschäftigt? Ja, du siehst ja, dass die Muslime tagtäglich Menschen am Nackentherapie verpassen, ne? Wie in dieser Religion, wie in dieser Lüge. Ja gut, das kommt auch ein bisschen von der Politik von Amerika, ne? Sie wollen die ein bisschen in Stimmung bringen, damit die... Naja, lieber bitte Sura 47 fest hier vor. Sura 47 nochmal, ich, du bist ganz weit an mir. Sura Muhammad, Ayah 4, Tafsir Ibn Kathir. Ayah 4, ja, okay. Damit die Leute verstehen, warum die Muslime das machen, was sie machen, weil der Gott des Islams das verursacht hat. Ah, okay, das steht hier. Ah, okay. Er will damit sagen, natürlich, ja auf Deutsch, wenn man das verstehen möchte. Das heißt, er sagt, wenn du also die Dänen triffst, die Ungläubigen, er meint die Ungläubigen, schlag ihnen auf den Hals, bis du sie unterdrücken hast. Hast ja, und ziehe die Bande, also inge. Dann ist es entweder von uns, genau, genau. Dann ist es entweder von uns danach oder als Lösegeld. Ja, bis du eigentlich zufrieden bist. Das heißt, bist du, äh, ja, da steht das hier. Ja, ihr seht ja, ihr seht ja weltweit, zum Beispiel, wenn man in einem islamischen Land unterwegs ist, dann sehen wir auf einmal, dass es Muslime gibt, die auf einmal jemanden kidnapten und dann verlangen sie Lösegeld. Und wenn nicht, dann gibt es direkt Nackentherapie. Und das ist auf Grundsuche 47, Vers 4. Aber das gibt es ja auch nicht, gleich christlichen Ländern. Das ist jetzt... Okay, ich danke dir für deine unfassbare Sichtweise. Gibt es auch in christlichen Ländern. Bitte, komm nie wieder hier hoch. Das gibt es auch in christlichen Ländern. Komm nie wieder hier hin. Hast du das kapiert? Fresseln und dann Lösegeld verlangen. Auf Grund, was hier so schnell gesagt hat. Komm nie wieder hier hoch. Nie wieder. Wo ist der? Ich muss den Blockieren vorlegen. So was will ich nie wieder hören. So was will ich nie wieder hören. Was passiert? Das war unfassbar so was. Wie verdorben ein Mensch sein kann. Das gibt es auch in christlichen Ländern. Naja, in Deutschland. Ich sehe das jeden Tag in Deutschland. Wenn ich 8 Uhr abends die Fernseher einschalte, die Nachrichten, dann sieht man so christliche Gruppen, so Christen, die so Muslime entführen und Lösegeld verlangen. Und dann Nackentherapie machen. Das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag sehen wir das. Bei Hamdi und seiner Familie müsste man das auch machen. Haben die? Hallo, Kofurpur. Hallo, Hamdi. Darf ich so 47 Vers 4 an dir praktizieren? Darf ich verdorben an dir praktizieren? Moment, ja, ja. Ich kümmere um dich. Dann fähre es wieder, Lise, Peter. Du hast das falsch gelesen. Lies mal das zusammen. Das war der Tabseel zu Beginn und hat es fest, du Kofschmerz vor. Moment, Moment. Wenn du das übersetzen kannst du das übersetzen? Ja, wenn die auf die Ungläufe gestoßen, dann trifft sie oberhalb des Nackens und enttaucht sie. Lies den Tabseel, hör auf, hier rumzuspinnen. Warte, 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 warum hast du Angst? Du hast mich geworfen, das nicht. Vor dir, vor jemandem, der sich den Warten fährt. Für immer Männer, wo immer wieder. Hanta, tada'a was? Mary, Mary, hanta, tada'a was? Sag das. Alharbu, Grieke, du lügner. Ihr befindet euch doch im Krieg. Hanta, tada'a, ein Harbu steht dort. Alharbu, was bedeutet Harbu, Mary? Lies den Tabseel, der Typ ist so spätig, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, aber du willst ja nie hart machen, du willst ja hart gehen nehmen von Österreich. Lass mich mit dir reden. Was ist hanta tada'a Alharbu? Alharbu, was bedeutet Harbu? Du bist ein Krieg, Angli. Du hast das nicht übersetzt für ein Lügner. Du musst mit dir an den Krieg ziehen. Du bist eine Krieg, die ist eine Kriegsituation. Du befindest dich doch im Krieg mit der nicht muslimischen Welt. Bist du Panna, oder was? Hanta tada'a Alharbu, was heißt Alharbu? Was bist du zu einem Monarchen geworden, dass du nicht für deine Religion stehst? Bist du ein Kerpel, oder was? Ich stehe von meiner Religion. Du bist ein Kerpel, bist du ein Monarchen, bist du. Du bist ein Monarchen, bist du das weißt du. Du bist ein Monarchen. Stehst du auf dein Christentum? Mohammed hat gesagt, du sollst dir den Bart nicht fern. Was machst du? Färbst du den Bart? Ich stehe auf dein Christentum. Was? Warum färbst du deine Christentum? Warum färbst du deine Haare schwarz? Das hat Mohammed nicht gesagt, du sollst dir nicht verharrt. Okay, super. Du gehst jetzt, weil ich hab dir bloßgestellt wegen Haare. Nein, du bist ein Kerpel und ein Monarchen. Du stehst nicht zu deiner Religion. Du lügst über deine Religion, du lügst über deine Religion. Das ist dunkelbraun. Du lügst über deine Religion. Warum lügst du über deine Religion? Komm, debattier mich, wenn du einen Mann nimmst. Der ist behämmert, der Typ. Okay, debattier mich. Erster, erstens. Sag mir, ich darf mal dunkelbraun, habe ich gebeten. Nicht schwarz. Siehst du das? Schwarz verboten. Und ich mache dunkel. Du, Mary, warum lügst du? Ich verstehe jetzt auf einmal dunkelbraun, der sagt, der hat pechschwarz Haare. Der Typ ist Hamdi, wenn du mal kennengelernt bist. Bitte, danke für deine Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, Hamdi. Ihr habt doch den Harb. Ağlantul Harb. Entum ağlantul Harb ala Europa, ya Hamdi. Der ist gehämmert, Mann. Der ist ein Käfer, Mann. Ah, du Lügner, du bist der Lügner hier. Das ist ein Haufen von Munafirun, Mann. Der gehört zu den wahrhaftigen Munafirin, der Typ. Absolut. Ja, aber der meint damit, das ist nur im Harb, im Krieg. Ja, ich weiß, aber der Islam befindet sich ein Harb, Darar Harb und Darar Islam. Genau, gegen das Rest der Welt. Es gilt auch für heute, es gilt auch für heute, von gestern und heute und für die Zukunft. Er ist fähig, die Tafside von Ebn Kathir zu lesen und das 1 zu 1 zu lesen und trotzdem lügt er hier rum, der Typ. Äh? Schwerzt sich seine Haare schwarz und sagt, das ist dunkelbraun. Wie verdorben und verlogen ist dieser Hamdi, ehrlich? Wie verdorben muss man sein? Hat Mohammed gesagt dunkelbraun oder hat er gesagt gelb und orange? Das gibt's doch nicht. Es hilft dich der Hamdi, komm, wir versuchen es nochmal. Ganz wichtig. Boah, ist das hart. Boah, ist das hart. Boah, ist das hart. Nochmal, Mary. Was bedeutet Harb? Al Harb? Was bedeutet Al Harb? Du weißt schon, dass Mohammed Alain al Harb ala ghaim mu'mininin. Was bedeutet diese Fert? Ey. Was bedeutet diese Fert? Hast du gesehen, wie du redest? Was bedeutet diese Fert? Nicht lügen. Hast du gesehen, wie du redest? Hast du gesehen? Voll respektvoll bist du. Voll respektvoll. Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Tariya ist erlaubt bei dir im Islam. Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Ja, ja, ja. Du bist ein Tariya-Meister Hamdi. Du bist ein Tariya-Meister. Du bist ein Tariya-Meister. Du stehst nicht für deine Religion. Du bist ein Kerfel. Du bist ein Lügner. Weil du dich nicht traust, die Wahrheit zu sagen. Nein, es sind Lügner. Wie die Regierung von euren Büchern. Von eurem Kerfel. Du traust dich nicht die Wahrheit zu sagen. Du kerfel du. Du traust dich nicht die Wahrheit zu sagen. Du kerfel du. Ich lade dich auf eine Debatte. Du kannst höchstens. Ich lade dich auf eine Debatte. Weißt du, was du debattieren kannst? Die Haarfarbe von deinen L'Oreal. Lass das nicht. Du bist kein Vorbild für die Muslime. Du sollst dich einfach schämen. Du hast на Kein DemeHO mit ישentric Spaß dabei Sendungen. Ich gehst einen Lügner. Du bist kein Geist. Du hast, wenn nicht eine ganze Welt. Das ist das Gewohn von Handi. Komm mal mit der點. Verstehst du, wenn es die Indiaitals zerr мат, wer die autres Muslimen sagt? Halt einmal, du Lügnerin. Dein Jesus wird ein Kind dafür, wenn es nicht kommt, du Lügnerin. Ja, genau, genau. Sein Mohammed, so ein Kerb wird, ey, das ist unglaublich. Sein Analfabet für mich, Analfabet, der hat gar keine Ahnung von seiner Religion. Dort in Tunisien, die werden ihn auslachen, der bekommt dort keine Plattform. Kommt hierher in Europa und er macht einfach sein Maul groß. Ich weiß, ich weiß. Also das verstehe ich nicht. Ja, also wäre ich ein Muslim des islamischen Staates, wäre er der Erste, den ich dann direkt einen Besuch abstatten würde, für das Lügen im Islam, was der da macht, um seinen Hintern zu retten. Er schämt sich des Islams und verdreht den Islam, damit er in Österreich leben kann. Er verdreht bewusst den Islam, der Typ, der ist heftig. Der steht über, die Berge in Österreich, wie schön sie sind. Und der wird das nicht aufgeben. Er fühlt sein Gott. Die Almen, die Knie. Guck mal, wie hänschlerisch. Warum geht er nicht, warum geht er nicht in Tunisien oder in Nordafrika oder in arabische Länder und macht Dauer? Warum macht er Dauer in Europa? Weil es geht ihm sehr gut hier. Sehr, sehr gut geht es ihm. Richtig. Dann versucht er bei uns zu lügen mit seinen Takiyah-Spielchen. Hast du gesehen? Und dann lügt er so. Wirft er uns vor, sagt er so, ihr habt eine Million Menschen in Irak getötet. Wer ist wir? Ich? Meine ganzen Geschwister? Oder ist das George Bush gewesen, der eine geopolitische Strategie geführt hat? Habe ich was damit zu tun? Damit der Krimon-Tum nicht zu tun hat. Mit dem Glaube nicht zu tun hat. Er kann nicht untersteigen, der Typ. Der ist einfach Panne. Das ist das Problem. Das ist einfach Panne. Nee, ist das nicht. Da kann mir jeder sagen, was er will. Wenn der ein Gehirn hat, dann fresse ich ein Wesen, ehrlich. Ja, George Bush ist ein Mitglied dieser satanischen, freimauerischen Logen namens Skull & Bones, dass die ganzen mächtigsten Amerikas da drin vereint sind und Mitglied sind. Kann man schnell googeln. Skull & Bones Wikipedia. Da sieht man die ganze Liste der amerikanischen Elite, die Mitglied sind. Und das ist halt ein Satanistenverein. Und wenn diese Leute, wenn diese Satanisten Bomben werfen auf andere Menschen, heißt das, wir Christen haben das gewollt und getan. Ja, genau. Siehst du, so wie haben die denken, 99% der Muslime. Und dann siehst du, da machen die uns einen Vorwurf. Obwohl wir damit gar nichts zu tun haben. Aber wenn wir sagen, dass der islamische Staat authentisch ist, dann suchen wir die Tafsido, um sie zu verstehen. Verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen dem und uns. Aber diese Differenzierung hat er nicht. Diese Differenzierung nicht. Ich wollte mal ganz kurz was fragen. Armin, du hattest doch mal ein Video gehabt, wo die im Zweiten Weltkrieg die Muslime und die Nazis zusammen gebetet haben. Ja. Kannst du dazu was sagen? Weil du hattest doch mal ein Video. Das finde ich nicht mehr auf YouTube. Nee, das findest du auch so einfach nicht mehr. Also das wird auch überall gesperrt. Also da gibt es Divisionen, die mit Heinrich Himmler, du weißt ja, du weißt ja, dieser Großmufti aus Jerusalem, dieser Palästinenser, der war ja der beste Freund von Heinrich Himmler. Und der ihre Weltanschauung kommt dem Islam sehr nah. Das sagt er auch. Wir haben nichts gegen die Muslime. Ihre Weltanschauung ist unserer sehr nah. Wir haben denselben Feind. Und die Muslime haben dann halt, ich kann glaube ich nicht sprechen, sonst wird das gleich gesperrt, hier TikTok-sportlich. Das sind solche Themen, obwohl das ja historisch bewiesen ist. Also man hat ja Beweise dafür. Man hat ja Bildbeweise, Zeitungsartikel. Trotzdem darf man das nicht aussprechen. Heftig, ne? Wie die Wahrheit unter den Teppich gekehrt wird. Heftig. Sowas wie ihm und Ähnliches, die sind die größten Heuschler, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Weil ich kenne ja solche Leute. Wie der lügt über den Islam. Der schämt sich nicht hier zu uns zu kommen und zu lügen über den Islam. Das ist geistlich. Das ist so im Krieg. Der Islam befindet sich seit 1400 Jahren im Krieg. Und Allah sagt doch jetzt oder Allah, vor allem in Ayah 39, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Also die Muslime werden niemals aufhören zu kämpfen, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Was will der mir erzählen, Mann? Ich muss ihm den Islam erklären. Der schämt sich uns, die Wahrheit über den Islam zu erzählen. Das ist das Einzige. Der will nicht den Dschihadchen reden. Wie kälhaft er. Der liebt Österreich. Der liebt Österreich, der liebt Krankenversicherung, der liebt seine Arbeit, der liebt Inlineskater fahren und so. Das ist ein Kerfil ist das. Das ist ein Monarch, das ist ein Kerfil, nichts anderes. Der hat den Islam schon längst verlassen. Amir, weißt du, wenn der auf diesen Bergen steht, auf Österreich, auf diesen heftigen Bergen und der Wind durch sein Bad fliegt, durch diesen gefärbten Bad und dieser Genuss von diesem Wind. Ja, natürlich. Kindergeld, das ist ja Österreich, es gibt dem Kindergeld. Mariam, gibt dem Tunesien Kindergeld? Es gibt kein Kindergeld und es gibt keine Sozialversicherung. Es gibt nichts. dieser Heuchler vertraut also nicht auf Allah und sein Wort. Der möchte lieber hierbleiben. mit Krankensversicherung und so, dieser Heuchler. Genau, es gibt nur, wenn du arbeiten gehst, genau, aber es gibt kein Soziales Geld, keine Hilfe, kein Bürgergeld, nichts. Nur wenn du arbeiten gehst, du fluchtest 18 Stunden am Tag, Mama, das Früchte haben die nicht für kleines Geld, ne? Das will ja nicht. Und ganz besonders will er nicht für Sabine Lila kämpfen gehen in Surin 9, Vers 41, ne? Richtig. Dieser große Heuchler von Österreich, dieser riesen Monarch. natürlich, aber wiederum sind auch Kofar. Der lebt auch im Kofarland. Kofarland. Er darf nicht hierbleiben. Er darf nicht hierbleiben. Er darf nicht hierbleiben. das zu tun. Heftig, ne? Die größten Heuchler, dort in Tunesien, die werden ihn Köpfen dort. Der hat keine Plattform dort. Niemand hört auf ihn. Ich glaube, die werden ihn sogar tot. Ja, also... Die werden tot verprügeln da, die Tunesier, dort die Männer. Die sagen, hallo, komm her, was erzählst du da? Was erzählst du da? Heftig. Heftig. Das haben wir hier schon klasse. Wie der noch lügt, das war für mich gerade unvorstellbar, um seinen Hintern zu retten. Und dann diese geistige Unterscheidung mit George Bush und Amerika, das hat mir den Rest gegeben. Und dann sagt der Ich bin am Ende, dass er mit ihm wirklich, der ist der größte von allen heftigsten Dauer-Teams, ist er der höchste aller Heuschelei. Richtige Fitner-Dauer. Das Schlimme ist, dass er auch noch meine Arbeit kennt. Ich habe das ja alles erklärt, dass sie ähnliche Sotanisten sind. Das weiß er auch, aber wenn es um um Fladorbenheit geht, dann tut er das alles beiseite schieben. Ja, tut er so, als ob er von nichts in der Ahnung hat. Aber ich muss mich langsam verabschieden. Es wird zu spät. Ich bin schon total übermüdet. Ja, okay. Danke, Bruder Rieser. Gott segne dich. Danke. Gott segne dich. Ich habe dem Herrn Jesus anbefohlen. Hallo. Ich gehe jetzt. Ich gehe auf, Boss Amir, ne? Ja, okay, Danny. Alles klar. Gott segne dich. Ciao, ciao. Ja, ja, sorry. Mein Zwillingsbruder hat mir geschrieben, es ist wie so diesen Fitter, das ist mein Zwillingsbruder. Wer ist das? Der Fitter hat mir, der so kommt, der so kommt TikTok, Amir ist online. Hier, ich hole deinen Zwillingsbruder hoch. Ich schwöre es dir. Jetzt sind wir Drillinge. Also ich kann dir, ich kann dir eines sagen, der Fitter, also mein Zwillingsbruder, der war Mosnien, aber jetzt ist er Christ. Halleluja, wundervoll. Halleluja. Halleluja. Also ich schwöre es dir, es macht keinen Spaß. Er hat sich wirklich taufen lassen. Und bei mir brauchst du ein bisschen Zeit. Mein großer Bruder hat mir immer gesagt, ich bin der Sprungbrettmeister wegen dem Wasser, der Wichser. Erzähl mal, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Wie hast du denn zum Glauben gefunden? Ja, lange Geschichte, Mann. Es ist ein bisschen... Warte mal, ich muss überlegen. Grob gesagt, grob gesagt. Ja, natürlich durch auch seine Frau, wo er jetzt hat. Also, also, wenn du mich fragen würdest, weil wir, wir wurden auch nicht so, okay, doch, wir wurden schon muslimisch erzogen und so mit, ein bisschen mit, also, nicht so streng, aber wir wissen, was Fasten ist und so und kein Schweinefleisch essen. Aber, also, für mich persönlich zieht mich schon das Christentum mehr. Das spürt man auch, das ist ja nicht eine, das ist ja nicht eine Wissensfrage, sondern eher so eine, eine Glaubensfrage. Guck mal, Amir, in der Schweiz, wir sind ja von der Schweiz, in der Schweiz war schon früher, vor etwa, was sagen wir, 10 bis 15 Jahren waren schon Minarettverbot und so, die haben geschrieben, Scharia statt Maria und so Sachen, gell, die SVP wie bei euch, die AfD, ne, damals, der Bruder, wir haben uns schon ein bisschen ange, so, wie soll ich sagen, so ein bisschen angepisst gefühlt, so, ne, aber, mit der Zeit, natürlich, ich hab dann die Frau kennengelernt, aber, das war sicher nicht der Grund, dass ich dann zum, zum Christentum gewechselt bin, wirklich nicht, also, das war wirklich ein Kronenbrett, so, ne? Ja, nee, ja, kann man so sagen, weißt, also, sie hat mir einfach gesagt, ja, sie ist so und sie ist so, gell, und für mich war das nie so eine Relevanz, Vater ist eigentlich sehr, sehr, sehr liberaler Mensch, also, er war nie, er hat immer gesagt, ihm hat immer mehr gefallen, was Jesus gesagt hat, am Kreuz, als, was Mohammed gemacht hat, ne, er war, aber er musste natürlich wegen den Verwandten, also, er musste nicht, er hatte nicht Angst, aber er musste natürlich immer zeigen, dass er Moslem ist, du weißt ja, der Gruppenzwang, wo bei uns herrscht, und auch diese nicht, diese Akzeptanz, wo sie halt meistens Moslems nicht haben, aber die Christen mehr haben, deswegen verlieren sie, im Grund werden sie immer verlieren, weil sie geben nicht nach, die Moslems, und die Christen geben nach, das ist halt von Jesus so, der pazifistisch eingestellt war, das heißt, ja gut, aber die verkünden, verkünden, egal was ist, aber sie verkünden weiter, so ist das, ja, klar, wer verkündet weiter? Wir Christen, also ohne Angst zu haben, weil wir natürlich jetzt hier sind, ja, probiert das mal, irgendwo anders, ja, okay, also, da würden wir nicht lange leben, aber wir müssen halt zur Wahrheit stehen, wir wissen ja, dass nach dem Tod, wir gerettet sind, also wir haben einen lebendigen Glauben, lebendige Hoffnung, ja, ich hab das noch wegen dir mitbekommen, da diese, da wir ein paar Videos von dir geguckt, was dir fast passiert ist, ne, Gott sei Dank, ich hätte fast mein Leben, hier in Deutschland sogar verloren, das ist jetzt nicht zu glauben, ich hab das gar nicht geglaubt, ne, ja, der Innenminister Herbert Meul hat doch eine Pressekonferenz abgehalten, er hat das doch vorgelesen, das kann doch nicht wahr sein, die großen Zeitungen haben, worüber wir berichtet, das ging bis nach Amerika und so, das ist krank, aber ja, eben siehst du, man, wenn nicht dieser deutsche Staat hinter dir gestanden, wäre man dann, wäre vorbei gewesen, ne, das ist der Jesus, der mich beschützt hat, nicht irgendein Staat, sondern der Jesus, natürlich, natürlich, aber durch das Wirken, ne, meine ich, ne, verstehst du, was ich meine, natürlich kam das von, von, von Gott, aber, wie kann ich mich kurz stumm machen, Mann? Was? Einfach, einfach auf dein Profilbild und dann da oben, Kuraz, man geht nicht. Ja, jetzt hast du dich schon gescheitzt. Naja, du musst da auf Mikro draufdrücken. Ach, der, der Feds will da gestimmt werden? Ja, ich hab den gestimmt. Nein, aber heftige Sache, man, dass ich dich jetzt mal hier, mit dir reden, heftig. Ja, ja, wie der Herr Jesus Christus, uns alle segnen, behüten und beschützen, ne, und sein Angesicht, darf man hier auch ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich, klar. Es gibt ja diese, also ohne, dass wir jetzt schlecht über Moslems oder sonst irgendwelche Religionen reden, ich bin recht offen, ne, weil, äh, ich bin jetzt nicht hier, um jemanden, jemanden fertig zu machen, aber zu fragen, äh, weil ich persönlich glaube, jetzt zum, also ich persönlich glaube, nicht an diese, äh, Dreieinigkeit, also ich glaube, nicht daran. Und, äh, ich hab dann auch viele gefragt, könnt ihr mir das erklären, wie ihr das meint, mit dieser Dreieinigkeit? Ähm, und, ja, eigentlich konnte es mir niemand so genau erklären, ähm, ja, so, ja, zum Beispiel, ja, diese, diese einen Stellen, wo es gibt, wo, ja, Jesus zu, zu Petrus gesagt hat, ähm, ähm, du, 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 äh, du fragst mich, wo ist Gott und dabei stehe ich die ganze Zeit vor dir und so, und so weiter. Nein, die Dreieinigkeit ist so zu verstehen, dass der Herr alles in seinem Ebenbild geschaffen hat und wir sind auch dreieinig, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Alles um uns herum ist dreieinig. Ähm, das haben wir gerade eben auch schon den einigen Leuten erklärt, ne, du weißt ja, Raum, Zeit und Materie. Raum besteht ja aus Höhe, Breit, Tiefe. Zeit besteht aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart und Materie aus flüssig, fest und gasförmig. Aber jeweils, diese drei Komponenten sind immer eins, verstehst du? So ist auch Gott dreieinig. Das heißt, es ist ein Stempel hat er drauf gesetzt, verstehst du, damit du das begreifst, die Tiefe Gottes. Ja, aber wo hat, wo, weißt du, wo hat Jesus jemals gesagt, dass er Gott ist? Johannes 8, 58. Warte, warte, das muss ich jetzt, äh, nachschlagen, warte. Ähm, ähm, warte. Johannes, ähm, ich kann hier nicht rausgehen aus dem Handy, weil ich hab die Bibel eigentlich auf dem Handy. Du kannst dir das ja aufschreiben. Schreib dir das bitte auf. Johannes 8, 58. Warte, ich bin hier jetzt, Gott, vor dem Letto weiß, Johannes. Johannes 8, 58, ja. Ja, genau. Und dazu die Parallelstelle im Zweite Buch, Mose, Kapitel 3, Vers 14. Noch eher Abraham wurde, bin ich, das, was er den, 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 den Juden, äh, den, den nicht, ja, doch, den Juden gesagt hat, oder? Genau, genau. Das ist das, da beweist der Herr Jesus Christus seine Präexistenz. Das heißt, er war schon vor Abraham, aber wenn der Jesus einfach nur so ein normaler Prophet war, dann kann er ja nicht vor Abraham gewesen sein, sondern er ist weitaus mehr. Und dieses Ich bin oder bin ich siehst du in Zweite Mose 3, 14. Denn so stellt sich Gott Mose vor, im Dornbusch. Lies mal. Äh, wie heißt der Vers, sorry? Zweite Buch, Mose, Kapitel 3, Vers 14. Ja, die, die, die Stelle kenne ich, warte. Genau. Damit du verstehst, was der Herr Jesus Christus da sagt. Oder wer, der Ansicht auch manchmal anders, das wird ja auch manchmal anders übersetzt, mit ich bin der, der ich bin, oder? Ja, genau. Ich bin ist der Name Gottes im Alten Testament. Und der Herr Jesus Christus sagt, bevor Abraham war, bin ich. Dieses bin ich ist eigentlich der Name Gottes und die Juden haben das auch so verstanden. Das siehst du auch in Johannes 10, ab Vers 27, als sie ihn steinigen wollten. Nicht wegen seiner Werke willen, sondern weil er ein Mensch ist und sich selbst zu Gott macht. Ja, das weiß ich, dass sie ihn dort... Ja, genau. Also wenn die Juden das schon so verstanden haben, wer sind denn wir, dass wir das dann leugnen? Also Jesus Christus behauptet schon die ganze Zeit, Gott selber zu sein. Er redet sowohl immer als Mensch, aber auch als Gott. Du musst immer diese beiden Naturen, zwei Naturenlehre, musst du immer beibehalten. Du kannst nicht nur seine menschliche Seite sehen, sondern auch seine göttliche Seite musst du beachten. Ich hatte eben eine Erfahrung, die will ich jetzt aber hier nicht öffentlich sagen. Die wollte ich dir eigentlich unter vier Augen sagen. Also und da einfach alleine. Da wurde natürlich auch der Name Jesus gesagt, wo das passiert ist. Aber... Ich habe eben... Was heißt du dann von den Namen J.H.W.H.? Das ist der Name Gottes, ja. Ja, weh. Warum hattest du dann Jesus genannt, nachher? Jesus ist Yahweh im Fleisch. Ich glaube, Jesus hat ja eine Bedeutung, der Name. Warte. Genau, Gott rettet. Genau, Yahweh, Jeshua. Gott rettet, also der Retter. Ich hätte damals, wo das bei uns eigentlich anfing, der Fit und ich haben dort in einem Kiosk gearbeitet, am Zürich Hauptbahnhof. Und da kam immer so, da war ich keine Ahnung, 19 oder 18, keine Ahnung. Und da kam immer so ein Lokführer mit einer Bibel vorbei. Wirklich, ich kann das, da kam wirklich mit einer Bibel immer vorbei und hat uns immer davor gelesen. Einfach so, weil es einfach, keine Ahnung, da fand ich uns irgendwie spannend, weil Zwillinge noch gleiche, gleiche Kiosk am Arbeiten, ne. Und ja, da hat uns die ganze Zeit gepredigt und irgendwann, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit, Wochen, Monate, weiß ich nicht mehr genau, haben wir halt eben gesagt, weißt du, immer mehr ignoriert, weil wir mussten halt arbeiten, ne. Und wir konnten dann nicht dem zuhören und dann noch arbeiten, weißt du, und wir waren total blind, also ich hatte auch, mich hat das auch gar nicht so groß interessiert. Und dann im Nachhinein, wenn man dann überlegt, das sind ja nicht einfach so Zufälle, die passiert sind, ne. Und einmal dann habe ich mir dann angefangen, die Frage zu stellen, weißt du, wer ist Gott, wer ist Jesus, wem soll ich folgen? Das war so eine Frage in mir die ganze Zeit, weißt du, was ist der richtige Weg? Ich wusste natürlich dann nicht mal, wer Mohammed war oder Jesus. Und eines Nachts, da bin ich dann, ich erzähle das jetzt mal, eines Nachts bin ich dann so nach Hause gelaufen, da war alles, war dunkel, war nachts so 12 Uhr oder so. Und da gab es so auf der Seite so Straßenlaternen und eben zu dieser Zeit war dieser, dieser Drang zu wissen, welcher Weg für mich wichtig ist. Ich musste das unbedingt wissen, ne, das war immer so in mir drin, ich musste das unbedingt wissen. Habe ich mir die ganze Zeit eben so die Fragen gestellt und da waren eben diese Straßenlaternen auf der Seite und da habe ich immer so gesagt, so Gott, bitte zeig mir den richtigen Weg, ist es Jesus oder Mohammed? Und da stand ich vor dieser Straßenlaterne, wo ich da Mohammed gesagt habe, gesagt habe, es ist nichts passiert, wo ich Jesus gesagt habe, Alter, in dem Moment ist diese Straßenlaterne ausgestattet. Ich schwörst du, Halleluja. Ich schwörst du, und ich hatte natürlich zu dieser Zeit voll Angst, ich dachte, Dämonen und so, ne. Eben, weißt du, voll die Filme gehabt, da bin ich so weggerannt. Ne, Alter, weil es war ja etwas Abnormales, ne. Wie gesagt, das war die einzige, da waren ja 20 Laternen, weiß ich, wie man genau vor der, ne. Und genau, wo der, als du den Namen Jesus aussprichst, ne. Ich hörst dir, und das war, ich habe ja die Laternen auch angefasst. Also ich habe sie so angefasst, irgendein so ein Trieb in mir war das. Ich habe die angefasst, habe Mohammed gesagt, war nichts, ist nichts passiert, wo ich Jesus gesagt habe, ist die ausgeschaltet. Weil das dunkel. Und dann bin ich weggerannt, gucke ich so nach hinten, die war noch immer dunkel, wo ich nochmal Jesus gesagt habe, ist die wieder, ist die angegangen. Und dann wusste ich, Alter, 100 Prozent, Dämonen, Alter, ich bin dann nur noch gerannt, weißt. Und ja, das war, ich weiß es halt nicht, keine Ahnung, das war eben schon damals. Und so, das war dann für mich so, wo ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Moslems, ich habe auch in meinem Kreis Moslems. Aber ihr wisst ja ganz genau, wenn man halt ein bisschen mit denen über solche Themen redet, die werden, also ich war ja auch früher so, animal aggressiv, ne. Also immer so ein, weißt, so ein Blinder, also wie gesagt, nichts gegen Moslems hier, aber ich meine, wie du es eigentlich auch so ein bisschen hart betitelst, diese Euromuslime, ne. Dieser. Ja, gegen die habe ich überhaupt nichts gegen die Euromuslime. Ich habe nur gegen diese Dawah-Teams etwas, ne, weil sie die Wahrheit kennen, so wie diese Hansi und diese ganzen anderen Banden. Ja, und sie bewusst lügen, obwohl wir die Wahrheit kennen, zum Beispiel, Herr Schwester Mariam, die Arabisch lesen kann, ich die ganzen Tafside durchgegangen bin. Ich weiß ganz genau, was der, was der, wozu der Islam aufruft. Aber diese Leute trauen sich nicht, die Wahrheit über den Islam zu sagen und lügen über den Islam. Das ist so krank. Ich habe, ich habe so das Gefühl, weil ich war ja sogar mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich war mal so auf einer Demo mit dem Zwillingsbruder von Michael Stürzenberger. Du kennst den, oder? Oder nicht? Du meinst den Irrfahren? Ne, den Michael Stürzenberger, kennst du den nicht? Ja, den kenne ich ja. Ja, wir waren natürlich da und da haben wir auch diese Präsenz gespürt, diese, diese Aggression, ne. Also völlig, völlig, völlig. Aber ich habe so das Gefühl, es steht ja auch geschrieben, dass, 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 jetzt hat er selber gesagt, solange dich Gott nicht zieht, da kann ich auch nichts machen, ne. Also, das muss ja, das muss, das muss, man muss natürlich Gott suchen, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Zeit, ähm. Und du glaubst, dass Jesus Christus nicht seine Gottheit stehen, ne, wie du gerade gesagt hast, ich glaube nicht an die Dreieinigkeit, dann schwebst du noch in allergrößter Gefahr, weil dann glaubst du nicht, dass Jesus Gott ist, ne. Ja, für mich ist es eben diese, wie sich der Herr Jesus Christus sagt, in Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also, wenn du die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnest und dann daran nicht glaubst, dann wirst du in deinen Sünden sterben und das möchte ich natürlich nicht sehen. Das Problem ist, diese Zeit, wo wir leben, die ist natürlich, hat seine Vorteile, du hast zu jeder Zeit, jede Möglichkeit, an eine Bibel zu kommen oder in einem Koran oder Infos zu holen, aber gleichzeitig ist das auch eine Zeit, wo du gar nichts mehr glauben kannst. Ja, aber du bist dein eigenes Glückgeschmied, du kannst nicht die Verantwortung auf andere übertragen, sondern du selber musst dich hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Was hat das zu tun mit der Dreieinigkeit? Wer ist Jesus Christus? Ist der Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist? Und die Kreuzigung? Das habe ich genauso, als ich Muslim war, habe ich das geprüft und das habe ich herausgefunden und dann habe ich den Glauben an den Herrn Jesus Christus auch angenommen. Nicht einfach, ja, weil ich so irgendwelche Gefühle hatte und das, wie ich so überzeugt habe. Nein, ich bin wissenschaftlich vorgegangen. Wirklich, ich habe mich hingesetzt von morgens bis abends und wollte das wissen, wer der Jesus Christus ist. Aber zu wem hat dann Jesus immer gebetet? Zum Vater und der Vater auch zum Sohn. Ja, aber wie kann Jesus zu sich selbst beten? Das verstehe ich nicht. Nein, er betet zum Vater, deswegen die Trinität, damit du das begreifst. Die Gebete sind ja nicht Gebete, dass sie sich gegenseitig die Sünden so verzeihen wollen. Oh, bitte vergib mir. Nein, das ist ein Gespräch zwischen den beiden, damit diese Beziehung aufrechterhalten wird. Und der Vater bittet auch zum Sohn. Das kannst du in Hebräer 1, 8 bis 12 lesen. Und auch in Johannes 17, 5. Vater, verherrlichst du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du, der Vater bittet den Sohn an. Aber glaubst du nicht, dass, weil in Offenbarung wird ja vieles über, ja, über, ist auch ein komplexes Kapitel dort. Aber dort gibt es ja auch mehrere Beispiele, wo es heißt, dass er sah dort, also der Johannes der Teufel, Johannes sah ja dort den Gott sitzen und auf der rechten Seite Jesus. Ja, dieses zu rechten Gottes sitzen heißt nicht wirklich, dass er zu rechten Gottes sitzt, wie, wie sagt man, dass jemand sich so neben ihm sitzt, verstehst du? Das bedeutet seine Majestät. Das ist so in einem anderen Sprachgebrauch zu verstehen. Nicht wortwörtlich, wie du das verstehst. Der sitzt nicht neben dem Thron Gottes. Nein. Das ist seine Macht, seine Allmacht zu präsentieren. Beispielsweise kann man das so erklären wie mit einem König und dem Prinz. Dass der König sich neben dem Prinz setzt, so ungefähr, weißt du? Damit du weißt, dass sie die gleiche Herrlichkeit haben. Der Prinz, der dann eines Tages zum Gott wird, also zum König wird, verstehst du? Und so ist das. Sie genießen quasi die gleiche Herrlichkeit, der Prinz und der König. Ich habe das mit dieser, schon am Anfang, schon wegen dieser, wie heißt das am Anfang, das, das, gerne, warte. Das, das, wie heißt das, wie heißt das nochmal, was, wo da heißt, am Anfang war das Wort, das Wort wurde Fleisch und so weiter? Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Bei Gott. Aber ich glaube, eben dort ist eben, ich habe, ich habe eben ein Video geguckt, das ist von einer neutralen Seite, der glaubt, der ist auch Christ, aber der hat es so ausführlich erklärt und der hat gesagt, da stand nicht, war Gott, sondern war ein Gott. Ja, das ist ein Zeugen Jehovas, dann ist das kein Christ. Du musst dich bitte damit auseinandersetzen. Das sind Leute, die fügen dem Wort Gottes etwas hinzu. Du hast die Möglichkeit, in den Urtext reinzugehen und selber nachzugucken. Da gibt es keinen bestimmten Artikel wie ein. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn du rübergehst zu Vers 14, das Wort war Fleisch und wurde unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, das ist da eingeboren. Du siehst also, das Wort war Gott und das Wort war Fleisch. Und so heißt es auch im ersten Johannesbrief, wenn ich glaube, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott geboren. Verstehst du, was das bedeutet, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dass Gott Mensch wurde? Wenn du das nicht bekennst, dann bist du nicht gerettet, mein Lieber. Du bist nicht aus Gott geboren, das sagt die Bibel klipp und klar. Und was war dort mit... Eben, es gab ja viele Beispiele in der Bibel, wo Gott auch aus dem Himmel zu Jesus gerufen hat, dass ich mein geliebter Sohn. Der Vater ruft und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Der Herr Jesus Christus kam ja, um die Mission des Vaters zu erfüllen. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn führt aus. Ja, aber wie konnte Gott das, oder verstehst du, Jesus war ja präsent auf der Erde. Wie kam das dazu, dass die Stimme vom Himmel kam? Ja, der Vater blieb doch im Himmel. Der Sohn hat sich entäußert. Guck mal bitte in Philippa Kapitel 2, Vers 6 bis 1, damit du das verstehst. Warte, warte, warte. Jetzt leuchtet es langsam bei mir etwas ein. Ja, sehr gut. Philippa Brief? Warte. Ja. Kapitel 2? Ja. Vers 5 bis 11, oder beziehungsweise bis 12, 13 dann. Ab Vers 5 und dann lesen. Jetzt los. Ab Vers 5. Ja. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Weiter. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Welche Übersetzung gibt es da gerade? Ähm, ich hab das einfach, warte, ich hab das einfach in Google eingeb, ich weiß jetzt nicht, welche Bibel das ist. Komm, direkt Schlachter 2000, dann machst du es Schlachter. Ja, genau. Ja, genau. Nämlich nach 2000. Ja. 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 Jetzt nämlich am akkuratsten übersetzt worden, am besten übersetzt worden. Okay, gut zu wissen. Ähm, okay, hier. Warte, ich muss mal kurz neu laden. Okay, das kenne ich. Denn ihr soll so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Ja, genau. In der Gestalt Gottes war es nicht wie ein Raubfest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde georsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod. Und Gott am Kreuz. Daher? Darum hat ihn Gott auch über alle Maße erhöht und ihm einen Namen verdient, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie, ihren Beugen und auch auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christ der Herr ist zu Ehre Gottes des Vaters. Was siehst du? Du siehst also, dass Jesus Christus von Ewigkeit her existiert hat und sich selbst entäußert hat und die Gestalt eines Knechtes annahm. Siehst du? Gott wurde Mensch in Jesus Christus und das ist der Schlüsselvers, damit du alles verstehst. Die völlige Kenosis nennt sich das. Hast du das mit dem, wo er gesagt hat, aus dem Himmel gerufen hat, er ist mein geliebter Sohn. Wie hast du das gemeint? Er war schon, also er ist präsent im Himmel, aber auch auf Erden. Oder wie hast du das gemeint? Nein, ich meine, der Vater blieb im Himmel und der Sohn kam auf die Erde. Gott, der Sohn, hat sich entäußert und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er hat schon von Ewigkeit her gelebt, der Herr Jesus. Er hat kein Anfang oder kein Ende. Er hat in Ewigkeit mit Gott, dem Vater, gelebt. Das sagt er auch in Johannes 17, 5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du? Also hat er schon mit dem Vater in Ewigkeit existiert. Ja, Mann, ey, da waren letztens ein paar Leute so voll die, äh, wie sagt man, die voll gegen diese Trinität sind, ne? Ja, das ist das Antichristin. Ja, aber der, warte, was war der andere? Der andere war, glaube ich, Muslim und der andere, die haben 3 in 1 Shampoo gemacht. Ja, die machen nicht lustig darüber. Ja, das sind Muslime, die sich lustig darüber machen, ne? Das ahnte ich auch nicht, überhaupt nicht, okay, aber, ja. Ja, wenn sich jemand lustig macht über die Dreieinigkeit, kannst du sagen, ja, ist denn Allahs Schienen, ist der Allah in seinem Schienenbein oder außerhalb seines Schienenbeins? Weil der Mohammed sagt, dass Allah ein Schienenbein hat. Er hat ein sexy Schienenbein. Er zeigt das auch, die Muslime werden sich anbeten vor dem Schienenbein niederwerfen. Ja, also die haben Probleme mit Dreieinigkeit. Ja, ich habe ein Problem mit Allahs Schienenbein. Dann ist es rasiert, unrasiert, ist es seidig. Er hatte das mit L'Oreal, also hatte das mit Dusch, das eingecremt und hat er vielleicht noch Kokosöl benutzt. Ich möchte das alles gerne wissen. Wie sieht Allahs Bein aus? Wie besteht das? Was ist diese Materie von Allahs Bein? Das möchte ich gerne mal wissen. Benutzt er mach 3 oder mach 7, Gillette mach 3 oder sowas? Das möchte ich gerne wissen. Armin, hörst du mich? Ist er berat oder rasiert? Armin? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Mich hat jemand angerufen. Irgendwie hör ich dich ins Volk Scheiße. Kann ich kurz... Okay, dann lass dir alles durch den Kopf gehen, was ich dir gesagt habe und dann kannst du ja wiederkommen. Mein Zwillingsbruder, der will hochkommen. Ja, ich hole jetzt erstmal andere, ich warte jetzt gerade hier. Andere möchten auch noch, glaube ich, rein. Ich hätte eigentlich noch eine Frage gehabt. Ja, betreffend. Ja, was denn für eine Frage? Du stehst ja zu dieser Dreieinigkeit, so wie auch ich zu Jesus stehe. Wie kam es dann dazu, dass der Islam gekommen ist? Der Islam wäre gekommen, um das Volk Gottes anzugreifen. Der Islam ist ja nur in die Welt gerufen worden, damit die Juden und Christen dementsprechend behandelt werden. Das kann dir sogar Mariam vorlesen, Suche 9, Vers 29 und die Auslegung von Ibn Kathir. Da siehst du mal, was der Islam fabriziert, was der Islam hier auf dieser Welt fabriziert hat, gegenüber den Juden und Christen. Du hast ja den Koran gelesen, oder? Ja, natürlich. Du verstehst ihn auch auf Arabisch, oder? Nee, die Übersetzung reicht vollkommen. Und dazu kannst du die Erläuterung von den großen Korankommentatoren durchlesen. Das, was ich hier mache mit Schwester Mariam, siehst du ja, die kann ja Arabisch, sie ist ja Arabisch-Muttersprache. Ja genau, die Mary, die unter dir ist. Ich glaube, habe ich nicht mal mit dir geredet, Mary? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Wo haben wir geredet? Ich war hier schon mal auf TikTok, aber nicht mit Ami, aber da war auch so eine Konferenz. Achso, wir waren in einem Stream, okay, Livestream bestimmt. Warte, ich muss gucken, folge ich dir. Nee, nee, dann warst du, glaube ich nicht. Nein, nein. Aber die hört sich fast gleich an. Mhm, okay. Ja gut, ich werde mir das sicher mal zu Herzen nehmen. Ja, setze dich einfach auseinander mit der Dreieinigkeit. Lass mich das von dir. Für mich, ich mag keine halben Sachen. Natürlich, weiß, kann man jetzt sagen, ja, glaub einfach, aber ich muss es ja selbst herausfinden. Ich muss mich, ich muss ja selbst das spüren, dass das, weil ich will nicht, dass ich, keine Ahnung, ich weiß, Beispiel, 20 Jahre falsch oder etwas, weißt du, was ich meine? So, ich will einfach das Richtige glauben. Dann bitte den Herrn dir Weisheit zu schenken. Der Herr wird dich schon, der Herr wird dich schon helfen. Okay. Gott segne dich, mein lieber, ja? Gleichfalls. Mach's gut, ciao. Euch auch, ciao, ciao. Hallo? Was hat er gesagt, Marja? Irgendwas. Es klang so russisch oder keine Ahnung. Langsam, ich glaube, ich schiele gleich nur noch hier in den Bildschirm rein. Ich bin voll fix und fertig. Ich glaube, wir beenden das jetzt Ganze. Ja, genau. Wir haben schon ein Uhr gleich, ja? Ja, ich bin fix und fertig. Ich bin seit fünf Uhr morgens wach. Ich bin ja gleich 24 Stunden wach, ey. Das ist unglaublich. Du bist ja auch ein Mensch, ja. Du musst auch schlafen und du musst auch zu Sinne kommen. Du musst dich regenerieren. Zur Ruhe kommen. Im Morgen. Genau. Ja. Sollen wir noch beten, Marja? Und dann langsam. Aber sicher dann. Ich gehe auch auf die Knie. Ja. Und wecke mein Bildschirm. Ich preise dich, mein Herr, mein Gott. Mein Ein und Alles. Möchtest du beten oder soll ich beten? Bete, mein Lieber, gut. Okay. Ja. Ja, mein Herr, mein Gott, Jesus Christus. Ich bete zu dir, Herr, und danke dir wieder für diese Möglichkeit, Herr, an dem ich jetzt zu dir beten darf mit den Geschwistern im Geiste, Herr. Dass du uns den Heiligen Geist, der in uns ist, stärkst, Herr Jesus Christus, und uns weitermachen lässt. Danke für jeden einzelnen Bruder und Schwester hier drin. Danke für alle, die hier drin sind. Egal, ob es Muslime oder Andersgläubige sind, Herr. Bitte öffne du ihre Augen, Herr Jesus Christus, und lass sie dein wundervolles Licht sehen, Herr Jesus Christus. Denn du bist das Licht der Welt, das in diese Welt hineingekommen ist. Und ich bitte dich, dass deine Schöpfung dein Licht erkennt durch deine Diener, die tagtäglich dein Wort verkünden, Herr, und den Leuten alles erklären, Herr Jesus Christus. Segne uns weiterhin mit Weisheit, Herr. Stärke den Heiligen Geist in uns und gebe uns weiterhin Frieden in unserem Herzen und erfülle unsere Herzen mit Liebe, Herr, auf das wir auch nie lieben können, die uns Böses antun wollen, Herr Jesus Christus. Und auf dich schauen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Vorbild bist, dass du unser Herr und Gott bist, Herr. Und wir von dir alles gelernt haben, Herr, wie wir mit unseren Mitmenschen umzugehen haben. Denn du hast uns Liebe gelernt, du hast uns, ja, Barmherzigkeit gelernt, gelehrt, Herr. Aber wir sind manchmal sehr, sehr im Fleische, Herr. Und wir bitten dich daher, uns die Kraft zu geben, weiterhin zu überwinden und uns nicht von irgendwem aus der Ruhe bringen zu lassen, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, Herr, auch für die Geschwister, die gerade am Leiden sind weltweit, die wegen deines Namens willen leiden und alles verlieren, Herr Jesus Christus, dass du sie segnest, bütest und beschützt, Herr, und dass du sie in deine Herrlichkeit aufnimmst, Herr, und sie als deine wiedergeborenen Christen akzeptierst. Ich bitte für jeden Einzelnen hier drin, dass du die Probleme der jedes einzelnen Geschwister hier annimmst, Herr, und auch den Muslimen Kraft gibst, eine Entscheidung für dich zu treffen, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Sehr gut. Gott, beschütze euch und segne euch und schlaft gut, ihr lieben Geschwister. Und wir sehen uns jedenfalls in einem neuen Morgen mit der Herr Jesus Christus. Amen, 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 Amen. Da, ihr Löwe. Danke, ihr Lieben, danke schön. Danke, Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchstens. Danke für das ganze Tippen, für die Likes. Ich wünsche euch nur das Beste für die ganzen Geschenke. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ein großes Lob und Dank auch an euch. Ohne euch würde das gar nicht klappen hier alles. Das ist heftig. Das muss man auch sagen, weil ohne die Geschwister geht das gar nicht, dass die hier Liken machen, tun, teilen. Die haben auch einen großen Verdienst. Die sammeln sich auch Schätze im Himmel. So ist das. Richtig, richtig. Ja. Gott segne die alle. Okay, ihr Lieben, dann. So Gott, wir sehen uns dann morgen in alter Frische. In alter Frische. Gott segne euch, ihr Lieben. Gott segne euch. Tschüss, mein liebe Bruder. Ja, tschüss, meine liebe Schwester, Mariam. Tschüss. Ciao, Gottes Segen. Gott segne. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020